Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der Konferenz Dealing with the Past, zu der Sie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, in deren Räumen wir hier auch sitzen, und der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer gemeinsam einladen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, schön, dass Sie hier sind. Wir beschäftigen uns hier heute den zweiten Tag mit Erinnerung und mit Aufarbeitung von Systemumbrüchen im späten 20. Jahrhundert. Das heißt, wir schauen uns an, welche ganz unterschiedlichen Formen des Umgangs mit der Vergangenheit in unterschiedlichen Ländern nach dem Ende von Diktatur und Gewaltherrschaft gefunden wurden, gewählt wurden. Und zur Transitional Justice gehören dabei eben nicht nur nationale oder internationale Gerichtsprozesse, sondern bei der Wiederherstellung von Gerechtigkeit gibt es mittlerweile ein breites Instrumentarium, mehrere unterschiedliche Mechanismen, zum Beispiel Wahrheits- und Enquete-Kommission, Amnestien, Aktenöffnung und so weiter. Dabei stößt man immer wieder auf vermeintliche Gegensatzpaare vielleicht, wo Grenzen zu verschwimmen drohen oder schwer zu bestimmen sind. Recht oder Gerechtigkeit, Rache oder Versöhnung aufarbeiten oder aufrechnen. Ein Einblick in die Toolbox und in die ganz spezifischen Herausforderungen der Transitional Justice gibt uns heute einführend Rainer Huhle. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Herr Huhle. Ein renommierter Experte auf dem Gebiet der Transitional Justice, der uns sicher viel Stoff für weitere Fragen und Diskussionen im Anschluss liefern wird gleich in seinem Vortrag. Rainer Huhle ist promovierter Politikwissenschaftler. Er ist Mitbegründer des Nürnberger Menschenrechtszentrums, war von 2011 bis 2019 auch Mitglied des UN-Ausschusses gegen das Verschwindenlassens, hat sich hier auf den Weg gemacht nach Berlin. Sie sind alle herzlich eingeladen, gleich mitzudiskutieren, Ihre Fragen im Chat zu schreiben oder via E-Mail. Sie sehen es auch gleich eingeblendet, welche Adressen das sind. Herr Huhle, the floor is yours. Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in die Stiftung Aufarbeitung und Ihnen, Frau Kutscher, für die freundlichen Worte. Es ist für jemand, der weder Osteuropahistoriker oder Fachmann noch Experte in Kommunismusgeschichte ist, immer eine Herausforderung, über die Themen der Vergangenheitsarbeit zu sprechen in solchen Kontexten. Ich sage das gleich vorweg. Trotzdem habe ich mich natürlich bemüht, in meinen einleitenden Bemerkungen einen Blick auch auf die Übergangssituationen und Übergangsgesellschaften in postkommunistischen Ländern zu werfen und habe mir auch ein paar Gedanken nochmal gemacht über das Bemühen insgesamt der Arbeit an der Vergangenheit und bin dabei gleich über den schönen Titel, über den ich mich sehr gefreut habe, Dealing with the Past, ist auch ein Begriff, auf den ich gerne zurückgreife, weil er so wunderbar neutral ist und nicht gleich Gepäck mitschleppt. Im Gegensatz zu dem Begriff, mit dem ich aufgewachsen bin, Vergangenheitsbewältigung und dann auch mit der langsamen Kritik an diesen Begriff. Sie erinnern sich vielleicht, Theodor Adorno hat das Gewaltelement in diesem Bewältigungsbegriff herausgearbeitet und kritisiert. Umso enttäuschter war ich, als ich jetzt bei der Vorbereitung den Begriff Dealing with the Past in die englische Wikipedia eingegeben habe. Und dann tauchte als Überschrift auf dieser Webseite auf Vergangenheitsbewältigung, auf Deutsch. Also es ist nicht so leicht, sich davon loszumachen, aber wir versuchen es natürlich immer mehr, vor allem auch gerade in dem Maß, in dem diese Arbeit, dieser Umgang mit Vergangenheiten immer universeller wird. Und bei dieser Vorbereitung bin ich auch auf ein Stück unserer eigenen Geschichte in Nürnberg gestoßen, das ich nicht vergessen hatte, aber doch irgendwie sehr, sehr tief unten im Gedächtnis und auch in den Aktenschränken gelegen hat. Das war eine Konferenz, die wir im November 1991, also vor fast 30 Jahren, unter dem Titel »Trialog – Menschenrechte ohne Gerechtigkeit?« veranstaltet haben. Und nach meinem Wissen war es der erste Versuch, jedenfalls hierzulande, im Rahmen oder unter dem Stichwort dieses Trialogs Menschenrechtsvertreter und Menschen, die halt an der Überwindung der Diktatur gearbeitet haben, aus drei verschiedenen Kontexten zusammenzuholen, nämlich aus Lateinamerika, aus verschiedenen osteuropäischen Ländern und aus dem gerade wiedervereinigten Deutschland und da dann eben auch die westdeutsche Diskussion um die NS-Vergangenheit mit einzubeziehen. Ich sage es gleich, wir haben diese Konferenz als unheimlich interessant empfunden, aber auch als einen irgendwie grandiosen Prozess des Scheiterns, denn der Trialog ist in dieser Form, wie wir uns das vorgestellt haben, nicht wirklich zustande gekommen. Es gab viel Missverständnisse, viel aneinander vorbeireden, aber auch gegeneinander reden. Ja, und da ich ja jetzt nun sehr lange auch an der Universität Transitional Justice unterrichte, habe ich mich natürlich auch mit der weiteren Geschichte dieses Vorhabens immer wieder beschäftigt und bin dabei darauf gestoßen, dass ja nur vier Monate später nach unserem Trialog in Salzburg eine große Konferenz über Transitional Justice stattgefunden hat, groß aufgezogen mit prominenteren Sprecherinnen und Sprechern, organisiert unter anderem von der American Peace Foundation. Und diese Konferenz ist sehr gut dokumentiert worden. Der Direktor der amerikanischen Friedensgesellschaft, Neil Kritz, hat drei dicke Bände dazu herausgegeben, die heute so etwas wie die Bibel der Transitional Justice sind, jedenfalls was die Anfangsphase anbelangt. Und in seinem Vorwort, das ich jetzt nochmal gelesen habe, fiel es mir auf einmal, hatte ich auf einmal Flashbacks, denn er schreibt dort Folgendes. Ich lese das jetzt auf Englisch vor und bin sicher, die Übersetzung, die Sie hören werden, ist besser, als wenn ich das täte. Er schreibt, in March 1992, some 50 participants from 21 countries gathered in Salzburg, Austria for a two-day conference organized by the New York-based Charter 77 Foundation. The group included a Czech journalist, members of the Lithuanian and Uruguayan parliaments, a former president of Argentina, a Hungarian philosopher, a professor of history from Madrid, and a member of the Bulgarian Constitutional Court. The subject of the meeting was the one thing this diverse collection of individuals had in common. Each came from a country which had suffered through a brutal and repressive regime, been liberated and was obliged to cope with the legacy of that ousted system. One major theme of the conference and of the effort to compile the present three-volume collection was the extent to which the Central and Eastern Europeans and former Soviets, who were just emerging from communist rule, could learn any useful lessons from the Latin American transitions of the previous decade. A fascinating undertone seemed to dominate the first day of the conference. In words spoken and unspoken, in skeptical glances and general body language, the Latin Americans and Europeans seemed to be expressing the same thing to one another. The suffering of our people during the old regime and the difficulties resulting from our legacy is far worse than any hardship you endured. Ours is the greater pain. Unser Schmerz ist größer. There is little we can learn from your experience. Soweit dieser kurze Ausschnitt aus dem Vorwort von Neil Kritz zu dieser dreibändigen Kompilation von Transitional Justice Dokumenten. Und ich würde seiner Beschreibung vielleicht noch eines hinzufügen, nämlich, dass nicht nur eine Art Opferkonkurrenz herrschte, sondern auch ein gewisses Misstrauen gegenüber den Hintergründen und auch den Zielen der jeweils anderen Seite. Also wohin soll diese Transition uns eigentlich führen? Und dazu möchte ich jetzt in meinen einladenden Bemerkungen ein paar Ausführungen machen, die die unterschiedlichen Akzente und deren Gründe versuchen anzureißen. Und ich denke, den Rest werden wir dann im Gespräch gemeinsam noch diskutieren. Also dieses teilweise lehrmeisterliche Gebaren, was Kritz angesprochen hat, das mag vordergründig die Atmosphäre etwas gestört haben, aber in Wirklichkeit, denke ich, sind doch sehr viel grundlegendere Gründe für dieses schwierige Einanderverstehen in dieser frühen Phase zu erarbeiten. Ich denke, im Wesentlichen kommt es darauf an zu verstehen, dass der Übergang von Diktatur zu was auch immer für eine Art von Demokratie nicht einfach, so wie wir uns das damals etwas schematisch vorgestellt hatten, sozusagen ein Fitfall-Prozess ist, sondern es kommt eben darauf an zu sehen, dass die Diktaturen auch sehr, sehr unterschiedlicher Natur sind. Und diese unterschiedlichen Naturen natürlich auch den Übergangsprozess und auch die Ziele der Nach-Diktatur-Phase mitbestimmen. In Osteuropa hatten wir in der Regel sehr, sehr lange Zeiten unter kommunistischer Herrschaft. In Lateinamerika war die längste Diktatur, die damals abgelöst worden war, war die chilenische 15 Jahre, 17, je nachdem, wie man zählt. Aber die meisten waren sehr viel kürzer. Ein anderer wichtiger Unterschied ist, die lateinamerikanischen Diktaturen waren brutale Militärdiktaturen, die durch einen Putsch an die Macht gekommen waren und eine Herrschaft ausgeübt hatten, wie sie auch in Lateinamerika, wo man ja seit Jahrhunderten schon an Militärregime und Diktaturen immer wieder gewöhnt war, aber nicht in dieser Brutalität, nicht in dieser Härte und nicht in dieser Systematik. Also das war der große Unterschied. Und diese Militärdiktaturen fanden statt eben auf dem Hintergrund von Erfahrungen, die durchaus sich mit Demokratie zu verbinden wussten. Also Lateinamerika war ein Kontinent, in dem Rechtsstaatlichkeit in mehr oder weniger begrenzter Form eigentlich seit der Kolonialzeit zu finden war. Da darf man sich nicht durch die de facto Missachtung oft dieser Rechtsstaatlichkeit täuschen lassen. Die lateinamerikanischen Republiken waren seit der Unabhängigkeit im frühen 19. Jahrhundert alles Verfassungsstaaten. Das Bild einer Verfassung als eines Orientierungspunktes für die staatliche Organisation und das gesellschaftliche Zusammenleben war zwar oft in der Praxis von Herrschaftsformen überwölbt, aber es war als Folie eigentlich immer da. Und genauso etwa in einem Land, gerade Länder wie Chile oder Uruguay, die galten als die Musterdemokratien im lateinamerikanischen Kontinent und für die waren diese Militärputsche und Staatsstreiche ein Schlag, der nicht akzeptiert war. Ein weiterer wichtiger Unterschied, glaube ich, ist, dass die kommunistischen Diktaturen sehr viel tiefer in die Gesellschaft eingegriffen hatten, in der Gesellschaft verwurzelt waren als die lateinamerikanischen Diktaturen. Es gab keine, noch nicht mal ernsthafte Versuche, etwa von General Pinochet oder General Videla in Chile und Argentinien etwa, das Volk nun wirklich für ihre Ziele zu mobilisieren. Also sie werden keine Kolonnen von Argentinien und Chilenien finden, die im Marschschritt zur Bejubelung ihres Diktators durch die Straßen der Hauptstadt marschiert sind, so wie wir das aus kommunistischen Diktaturen kennen. Es gab auch keine gesellschaftlichen Organisationsformen nennenswerter oder vergleichbarer Art, wie eben die Zivilgesellschaft für die Ziele der Diktatur in Anspruch genommen werden konnte. Es ist jetzt vielleicht etwas kühn zu behaupten, dass die kommunistischen Diktaturen auf diese Weise vielleicht auch etwas mehr Legitimität sich erwerben, sich erarbeiten konnten. Die stellen wir heute natürlich in Frage. Aber ich glaube, solche Prozesse gab es auch, mögen auch damit zusammenhängen, dass letztlich natürlich das Ziel des Kommunismus irgendwo ethisch zu rechtfertigen ist, wenn es auch immer nur in missbräuchlicher Form durchgeführt worden ist. Aber das Ziel einer Militärdiktatur, die für eine kleine Elite, für eine kleine Machtelite, die Macht zu sichern, das ist ethisch eben niemanden zu rechtfertigen. Und deswegen haben diese Diktaturen auch nie tief in die Gesellschaft hineingewirkt. Ein weiterer Punkt ist dann natürlich, dass daraus auch unterschiedliche Formen des Übergangs resultieren und der Ziele, die in dem Übergangszeitraum formuliert werden. Die Ziele der Wahrheitsfindung und der Strafverfolgung sind in Lateinamerika in weit höherem Maß hochgehalten worden als Ziele des Übergangs. Insbesondere beim Thema der Strafverfolgung gibt es eben einen sehr großen Unterschied. Das war nie, das war auch in unseren Konferenzen damals ein umstrittenes Thema und haben die osteuropäischen Vertreterinnen eigentlich nie verstanden, warum sich die Lateinamerikaner derartig auf die Strafverfolgung konzentrieren. Aber es war die Zeit, in der der Kampf gegen die Straflosigkeit wirklich sehr oben stand und ja auch im internationalen Menschenrechtsschutzsystem seine Verankerung fand durch die Journet-Prinzipien und anderes. In Osteuropa hat man andere Dinge in den Vordergrund gestellt, beispielsweise die Lustration. Das ist etwas, was die nicht justizielle, sondern administrative Aussonderung von belasteten Anhängern oder Funktionären, genauer gesagt der Diktatur, das gab es in diesem Umfang in Lateinamerika eher selten. Es wurde gestern schon gesagt, die Eliten waren da doch recht kontinuierlich. Aber es gab Strafprozesse gegen die Individuen, die besonders belastet waren, die sich also beim Foltern oder beim Verschwinden lassen ganz besonders hervorgetan hatten. Also es waren eigentlich eher die Exzesse und in seltenen Fällen wie in Argentinien auch die obersten Verantwortlichen, die vor Gericht gestellt wurden. Aber es war immer das große Ziel. Und sicherlich kann man auch Unterschiede in den Projektionen für die Gesellschaft nach dem Bruch, nach dem Umbruch. Wir hatten gestern eine interessante Diskussion über den Begriff des Umbruchs. Also in Lateinamerika spricht man eher vom Bruch. Und das verschwindet auch dann in diesem Begriff der Transitional Justice, wo man nur noch von Übergang reden, ganz sanft und neutral und irgendwie auch entkernt. Also das war in dieser Hinsicht auch ein großer Unterschied. Ich denke, nach all dem, was ich jetzt nur angegerissen habe, dazu müsste man vielleicht noch hinzufügen, dass auch die Oppositionsbewegungen in Osteuropa, in den kommunistischen Regimen sehr viel heterogener war, ideologisch heterogener, auch von den gesellschaftlichen Gruppen, die daran teilnahmen, heterogener als in Lateinamerika, wo man doch bestimmte Gruppen recht klar als Protagonisten ausmachen kann, was auch damit zusammenhängt, dass die Diktatur eben nicht so tief in die Gesellschaft eindringen konnte. Ja, nach all dem war dann doch unser Unterfangen und auch das von Salzburg 1991, 92 war dann doch ein recht kühnes, ehrgeiziges und in mancher Hinsicht wahrscheinlich auch vermessenes Vorhaben. Auf jeden Fall von viel Naivität geprägt, von Begeisterung über diese diese globale Tendenz, dass jetzt Diktaturen zu Ende gehen und danach offenbar Demokratien entstehen oder zumindest entstehen sollen. Andere haben ja sogar vom Ende der Geschichte in jener Zeit gesprochen. Also diese Vorstellung, dass das ein globaler Prozess ist, der in etwa nach gleichen Muster, nach gleichen Prinzipien und gleichen Vorstellungen laufen würde, die hat uns sicherlich damals geprägt und wir haben damals aber auch gelernt, dass es so nicht reicht, dass wir genauer hinschauen müssen und dass wir die Unterschiede respektieren müssen. Ja und damit mache ich jetzt an dieser Stelle mal Schluss und ich denke, Frau Kutscher wird mir sicherlich noch ein paar kitzlige Fragen dazu stellen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Rainer Hohle. Vielen, vielen Dank. Ja, ich warte noch, bis Sie kurz umgezogen sind. Ja, Herr Hohle, Sie haben es ja wunderbar beschrieben, also das grandiose Scheitern erst mal 91, 92 bei den ersten Treffen, die noch geprägt waren von so einem gegenseitigen Misstrauen, von einer Opferkonkurrenz und inzwischen eben die Erkenntnis, die wir heute 30 Jahre später haben, haben, es gibt keinen, wie Sie es gesagt haben, fit for all process, also es gibt keine goldene Regel der Transitional Justice, aber an dieser Stelle möchte ich doch zwei Fragen aufgreifen, die gestern schon auch aus dem Publikum kamen, wann ist denn der richtige Moment für die Transitional Justice und welche sozialen Voraussetzungen für Transitional Justice muss man mitdenken? Naja, der richtige Moment für die Transitional Justice ist zunächst die Transition. Ohne das gibt es natürlich überhaupt keine solchen Vorstellungen und dann kommt es darauf an, von welchen Elementen von Transitional Justice wir jetzt genauer reden. Das war zum Beispiel in Salzburg auf wirklich hohem Niveau eine interessante Diskussion über den richtigen Zeitpunkt jetzt für Gerichtsverfahren. Also wenn man sich jetzt auf den, der ja im Wort Transitional Justice merkwürdigerweise auch als einziges Element enthalten ist, also auf den Begriff der Gerechtigkeit, der gerichtlichen Verfahren konzentriert, dann gab es eine Diskussion, wann sollte das sein und wann kann das sein. Bekanntlich, und ich denke, Rosario Figari wird später noch was dazu sagen, bekanntlich war Argentinien das einzige Land in Lateinamerika, was relativ schnell es gewagt hat und eben auch konnte, weil die Militärs dort also nach einer beschämenden Aktion einfach abdanken mussten und ihr Prestige und gewisserweise auch Teil ihrer Macht verloren hatten. also war das einzige Land, wo eben Prozesse gegen die höchstrangigen Verantwortlichen für diese Diktatur durchgeführt worden sind. In Chile ist das nicht gelungen, in Uruguay auch nicht, dort hat sogar eine ein Präpistit stattgefunden, in dem die Bevölkerung mit ganz knapper Mehrheit sich gegen solche Prozesse ausgesprochen hat und in den anderen Ländern Lateinamerikas in dieser ersten Phase auch nicht. Später ja. Also ich würde aber daraus niemals eine Theorie ableiten, die sozusagen bestimmen könnte, zu welchem Zeitpunkt nach einem Ende einer Diktatur solche Prozesse sinnvoll sind. Ich denke, die Forderung muss immer, also aus meiner Überzeugung, muss immer auf dem Tisch liegen und Bestrebungen, das auch durchzusetzen, sollten immer geführt werden. Das heißt, man muss die Voraussetzungen eben schaffen. Also diese justizförmigen Verfahren, die stehen nicht im luftleeren Raum, die sind Teil eines Prozesses, der viele andere Elemente empfasst und in Lateinamerika ist man dann ja auf die Form der Wahrheitskommission verfahren. und die wurde, glaube ich, zu Recht vielfach als eine Art Ersatz für die nichtmöglichen Justizverfahren begriffen. Sie haben natürlich auch ihren eigenen Wert. Also wenn man Prozesse machen kann, heißt das nicht, dass man nicht auch eine Wahrheitskommission bräuchte, weil eine Wahrheitskommission ein viel umfassenderes Bild als einzelne Gerichtsverfahren geben kann. Aber gerade in Ländern wie Chile war es tatsächlich ein Ersatz sozusagen für die Unmöglichkeit, gerichtsförmige Wahrheiten zu etablieren. Wenn wir schon beim Recht auf Gerechtigkeit sind, Sie hatten auch den Kampf gegen die Straflosigkeit erwähnt und tatsächlich findet man in der Toolbox, sage ich jetzt mal, der Transitional Justice ja auch Amnestie-Gesetze. Welche Gründe sprechen denn dafür oder anders gefragt, schließt sich eigentlich eine generelle Amnestie von Tätern und Rechtsstaatlichkeit nicht eher gegenseitig aus? Ja, also eigentlich ist die Amnestie auch kein Teil der Toolbox, wie Sie es nennen, von Transitional Justice. Sie ist natürlich gerade auch in europäischen Geschichte tief verankert als eine Maßnahme, die nach Friedensprozessen notwendig ist. Sie wurde auch zum Teil ja vorgeschrieben, im westfälischen Frieden war es sogar verboten, über die Verbrechen der anderen Seite hinterher auch nur zu reden. Aber sie ist eigentlich in Verruf gekommen, wenn es nicht um Friedensschlüsse nach bewaffneten Konflikten, sondern um die Bewältigung von Diktaturen geht. Denn dort sind ja Verbrechen begangen worden, die jetzt nicht durch Kriegshandlungen zu entschuldigen sind, sondern die einfach gegen die rechtsstaatliche Ordnung fundamental verstoßen haben. Und wenn man das amnestiert, gibt man ja praktisch die Botschaft, das war nicht so schlimm. Oder das kann man auch wieder machen. Also insofern werden die Amnestien auch sehr von dem vierten Element, nämlich Garantien für die Nichtwiederholung her infrage gestellt. Man muss aber auch genau hinschauen, also nicht jede Amnestie ist schlimm, also es gab auch sehr differenzierte Amnestien oder es gab natürlich etwa wie in Spanien eine Amnestie, die einfach gesagt hat, alles ist Amnestiert. Also das wurde vordergründig für die republikanische Seite auf den Weg gebracht, aber dann wurden eben die Täter des Frankismus mit einbezogen. Das ist sicherlich keine Lösung im Sinne von Transitional Justice, solche Art von Amnestien. Ich will aber dazu sagen, ich finde es sehr interessant, dass Louis Jornet, der französische Richter, der für die UNO die großartigen Prinzipien gegen die Straflosigkeit verfasst hat, die ja von der UNO auch verabschiedet worden sind, dass der zehn Jahre vorher ein Dokument auch für die UNO geschrieben hat über den Nutzen von Amnestien und zwar von Amnestien, wenn es vor allem darum geht, Befriedungen herzustellen, Amnestien auch für politische Gegner von Regimen und er selber war sein Leben lang ein sehr humanistisch eingestellter Richter, der bestimmte Arten von Strafen vor allem für Jugendliche vollkommen in Frage gestellt hat und eigentlich mehr die soziale Seite des Rechts hochhalten wollte. Ich sage das auch deswegen, weil wir bei der Vorbereitung unserer Konferenz auch so eine Diskussion hatten und der leider jetzt vor einigen Jahren verstorbene Wolf-Dieter Narr, der ja auch in dem deutschen Transitionsprozess eine gewisse Rolle gespielt hat, der hat uns eines Tages gesagt, was wollt ihr eigentlich mit eurem Bestehen auf Strafe? Ich kämpfe die ganze Zeit dafür, dass wir hier die Gefängnisse leerer machen und nicht so viele Leute hinter Gitter stecken. Aber es sind eben zwei verschiedene Dinge. Also man kann durchaus ein Strafrechtsreformer sein und trotzdem für die Bestrafung der Verantwortlichen von Menschenrechtsverbrechen sein. gerade gerade bekomme ich noch eine Zuschauerfrage eingeblendet, die sich allerdings auf unser vorheriges Thema nochmal bezieht, nämlich die Wahrheitskommission, das Recht auf Wahrheit. Die Frage ist, Herr Hule, was denken Sie, warum wurden Wahrheitskommissionen als Form der Aufarbeitung nicht nach kommunistischen Diktaturen eingesetzt? Auch hier in Deutschland, wir hatten ja eine Enquete- Kommission. Ja, die Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt und sie eigentlich auch, also ich bedauere das eigentlich sehr, dass das nicht passiert ist. Wie Sie schon sagten, in Deutschland haben wir ja nicht in dem Sinne eine Wahrheitskommission, ich sage gleich ein paar Worte, was ich unter einer Wahrheitskommission verstehe, eingerichtet, sondern zwei Enquete-Kommissionen, also staatliche Untersuchungskommissionen. Eine Wahrheitskommission zeichnet sich an sich dadurch aus, dass sie zwar offiziell ist, also staatlich eingesetzt und auch natürlich finanziert wird, dass aber die Mitglieder dieser Wahrheitskommission nach möglichst pluralen Gesichtspunkten ausgesucht werden und es steht ja nicht mehr im Mandat so schön drin, hochangesehene Persönlichkeiten untadeligen moralischen Verhaltens, also die durften natürlich nicht direkt mit der Diktatur verbunden sein, sie mussten aber auch nicht der Opposition angehört haben und dann hatten die Autonomie in ihrem Vorgehen im Rahmen ihres Mandats, was meistens eine zeitliche Befristung hatte. Also so etwas gab es tatsächlich bei uns nicht und gab es glaube ich auch wenige in anderen osteuropäischen Ländern. Ich glaube, da hat man eine Chance versäumt. Was natürlich weltweit heute bewundert wird, ist die GAUK-Kommission mit der Aufarbeitung der Stasi-Akten. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheitsfindung, aber es ist natürlich keine Wahrheitskommission, sondern es ist die Aktensicherung, die übrigens aber eben eine erhebliche Voraussetzung ist, damit zum Beispiel eine Wahrheitskommission auch vernünftig arbeiten kann. Wenn diese Wahrheitskommission nicht die Befugnis hat, die Akten anzufordern, die sie für ihren Bericht braucht, sondern wenn ihr das verweigert wird, dann wird die eigentlich scheitern. Und dann sollte sie das auch sehr deutlich machen, dass sie da in ihrem Mandat einfach beschränkt worden ist. Und von den circa 50 Wahrheitskommissionen, die es heute so weltweit gegeben hat, waren natürlich viele dabei, die tatsächlich nur sehr eingeschränkte Mandate hatten, nicht so umfassende wie die chilenische oder die peruanische, die zum Beispiel auch sehr wirkungsvoll war. Also ich nehme mal an, es gab auch nicht genügend Druck aus den Zivilgesellschaften nach den Wänden in den osteuropäischen postkommunistischen Ländern. Und das ist natürlich auch eine Voraussetzung. nicht nur der Staat muss die Bereitschaft zeigen, das ist ja normalerweise die erste Übergangsregierung, die eine solche Wahrheitskommission ist. Und dann muss aber auch dieser Wunsch da sein. Wir haben jetzt Recht auf Wahrheit, Recht auf Gerechtigkeit angesprochen. Ich meine, eine Voraussetzung für die rechtliche Aufarbeitung ist ja immer auch das Vertrauen in die Justiz. Wir beobachten aber, dass selbst wenn man der Justiz vertraut und es ist wirklich ein internationales Phänomen, Opfer nach wie vor Gerechtigkeit fordern. Also das Gefühl, dass Gerechtigkeit gegeben ist, ist oft nicht hergestellt. Sind Recht und Gerechtigkeit also doch zwei Paar Schuhe und irgendwo auch ein unlösbarer Gegensatz? Das würden Sie sagen. Jetzt wird es ja aber richtig. Wir klären hier die ganz philosophischen Fragen. Ja, natürlich ist Recht und Gerechtigkeit was Verschiedenes. Im Deutschen unterscheiden wir das ja auch klar. Fatalerweise in anderen Sprachen, die aus dem Lateinischen ihre Begriffe herleiten, unterscheiden wir das nicht. Also Justicia oder Justice kann beides bedeuten. Gerechtigkeit und eben Recht. Nein, es ist nicht, es gab mal einen berühmten Juristen, ich habe vergessen, wer es war, der gesagt hat, Recht ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Recht ist einfach Verfahren, in dem die Dinge ausgehandelt werden und dann von einem Richter entschieden werden. Und das Entscheidende ist nicht, dass das Urteiler gerecht ist, sondern dass es ein Urteil ist. Also so kann man Recht auch verstehen, also die Rechtssicherheit sozusagen. Also das Recht auf Gerechtigkeit ist eigentlich eines auf Rechtssicherheit. Aber das ist natürlich nichts, womit sich die Opfer von schweren Menschenrechtsverletzungen zufrieden geben wollen. Und schon gar nicht, wenn eben das, was Sie angesprochen haben, das Vertrauen in die Justizbehörden und insbesondere in die Richter nicht da ist. Das kennen wir ja. Ich glaube, es gibt kaum ein besseres Beispiel als Deutschland nach 1949, wo eben also mehr als die Hälfte der Richter und Staatsanwälte schon unter dem NS-Regime gedient hatten. Und also teilweise haben wir das ja auch direkt erfahren, was dann für Urteile dabei rausgekommen sind. Das ist natürlich ein strukturelles Problem. Sie werden nirgendwo nach einem Bruch jetzt von heute auf morgen das Justizpersonal auswechseln können. Da kommt es dann eben darauf an, dass andere Maßnahmen, die im Transitional Justice Diskurs unter Wetting gefasst werden, greifen, dass also nicht nur bestimmte Schlüsselpersönlichkeiten, die offensichtlich die Ideologie oder die Brutalität des vorangegangenen Regimes besonders repräsentieren, dass die ausgetauscht werden, sondern dass klare Vorgaben in den Justizapparat kommen, also Regeln für korrektes Verhalten von insbesondere von Richtern, aber auch Staatsanwälte, also Staatsanwälte haben vor allem in Lateinamerika eine unheimliche Macht in den Verfahren. weil anders geht es nicht und dass da Kontrollinstanzen auch da sind. Das, was jetzt in Polen passiert ist, ist natürlich ein bisschen ein perverses Beispiel, aber im Grunde braucht es natürlich auch, also gerade in so einer Übergangsphase auch Aufsichtsorgane für die Justiz, so sehr wir die Unabhängigkeit der Justiz natürlich hoch halten müssen. Also manche Transitional Justice Maßnahmen, insbesondere in diesem Bereich, die können natürlich auch in gewisse Kollision mit Grundprinzipien des Rechtsstaats treten. Also der großartige erste Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Thema Transitional Justice, Pablo de Greve, ein kolumbianischer Philosoph, der hat es sehr gut auf den Punkt gebracht in seinen Analysen und Berichten, dass man dann da eben auch das richtige Maß finden muss, aber dass zum Beispiel spezifische Gerichte für die Aburteilung von der obersten Verantwortlichen eine Diktatur eingerichtet werden, das ist eigentlich im Rahmen von Transitional Justice möglich und es kann aber auch gesehen werden, dass man sagt, da ist ein Recht auf den zuständigen Richter nicht gegeben. Otto Kirchheimer hat darüber sehr ausführlich sich Gedanken gemacht und das letztlich gerechtfertigt. Nürnberg war auch so ein Sondergericht und das ist sicherlich eine der geringsten Einwände gegen das Nürnberger Verfahren, dass es eben kein reguläres Gericht gewesen ist, von welchem Land hätte es auch ein reguläres Gericht sein sollen. Wir haben jetzt mehrere Punkte gestreift, mehrere Säulen der Transitional Justice, das Recht auf Wahrheit, das Recht auf Gerechtigkeit. Ich möchte nochmal gegen Ende unseres Gesprächs auf die Garantie der Wiedergutmachung zu sprechen kommen, Garantie gegen Wiederholung. Das ist ja im Grunde genommen das Allerschwierigste. Wie kann denn das erreicht werden, dass es sich nicht wiederholt? in der Tat es ist das wenigst entwickelte Element der Transitional Justice und das nicht von ungefähr. Es ist eben auch das komplexeste, weil das nicht mit einzelnen Maßnahmen zu erreichen ist, je nachdem auch auf welcher Ebene man das diskutiert. Entschuldigung. Also wenn es sich um die Rechte einer einzelnen Person handelt, also beispielsweise, dass jemand gefoltert worden ist und jetzt müsste der Staat Garantien abgeben, dass diese Person nicht wieder gefoltert wird, dann lassen sich das sicherlich Garantien dafür formulieren. In dem Moment, wo wir aber auf eine etwas abstraktere gesellschaftliche Ebene gehen, spielen einfach zu viele Elemente zusammen. Das Interessante an diesem Element der Garantien von Nichtwiederholung ist, dass sie eigentlich aus dem Anspruch oder dem Recht auf Entschädigung entstehen. Das ist ihr sozusagen ihr historischer und auch, würde ich fast sagen, philosophischer Ursprung. In den Prinzipien von Van Boven über die Rechte der Opfer in den Vereinten Nationen erscheint das Recht auf Nichtwiederholung noch als ein Element der Rechte auf Entschädigung. Das heißt, der Staat muss hier umfassende Public Policies entwickeln, die einfach die Wiederholung dieser Verbrechen verhindern. Jetzt ist aber auch ein Trick oder ein Problem in diesem Begriff Wiederholung drin, denn es wiederholt sich fast nichts. Also wir hatten in Deutschland nach 1945 auch dieses emphatische Nie-Wieder. Wir hatten das in Argentinien Nunca Mas, Never Again, anderswo. Und das hinkt immer daran, dass wir es in dieser Form, wie diese Verbrechen begangen worden sind, selten wiederkommen. Das heißt, wir müssen diese Garantien von Nichtwiederholung eigentlich allgemeiner konzipieren und sie wahrscheinlich stärker grundsätzlich verschmelzen lassen mit der Forderung nach einer festen, soliden Verankerung von menschenrechtlichen Grundgarantien. Aber ja, das und ist es aber nicht auch so, ich meine, alles, was Sie jetzt auch beschrieben haben, Gesetze und so weiter, bestimmte Strukturen und so, das erleben wir ja auch teilweise, das kann alles geändert werden. Also die Garantie, dass es sich nicht wiederholt, wenn auch nicht in der genau selben Form, aber in einer ähnlichen, braucht es dazu nicht auch wirklich einen ganz umfassenden gesamtgesellschaftlichen Prozess, auch die Involviertheit ganz unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Akteure, also wirklich eine Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft, die da im Grunde genommen erweitert wird. Ja, aber auch die sollte natürlich jetzt nicht ausschließlich unter der Überschrift Nichtwiederholung passieren, sondern das meinte ich. Es ist auch, also vielleicht nochmal ein Beispiel aus Lateinamerika. Uruguay hatte ja auch eine Militärdiktatur und ein Hauptakteur im Kampf gegen die waren kirchliche Friedens- und Menschenrechtsgruppen. Und der Jesuit, der an der Spitze dieser Bewegung stand und auch verfolgt worden ist, einen Attentat erlitten hat, der hat kurz nachdem die Diktatur zu Ende war und sie ihren großen Bericht über die Diktatur gemacht haben, hat er sofort gesagt, so und jetzt müssen wir nach vorne schauen, damit so etwas nicht wieder passiert, muss sich Uruguay grundlegend ändern, muss Uruguay ein sozialerer Staat werden, darf es weniger Armut geben, muss mehr Beteiligungsmöglichkeit für die gesamte Bevölkerung geschaffen werden. Also Partizipation, Demokratisierung und soziale Gerechtigkeit waren in seinem Verständnis eigentlich die besten Garantien, dass sich so etwas nicht wiederholt, weil das automatisch auch die Machtstrukturen untergräbt. Also wenn mehr Partizipationsmöglichkeiten da sind und auch genutzt werden, dann mindert das die Macht von kleinen Machteliten. Insofern hängt das tatsächlich auch damit zusammen. Das ist etwas, was ich damals auch gelernt habe, wie wichtig das ist, da über den Tellerrand, oder sagen wir mal den Blick nicht nur in die Vergangenheit zu richten, sondern sofort zu sehen, was für gesellschaftliche Reformen brauchen wir, damit so etwas nicht wieder passiert und nicht sich auf die einzelnen Verbrechens-Tatbestände fixieren, die von dieser Diktatur begangen wurden und dann sich durch institutionelle Blockaden oder sonst etwas zu versuchen, die Wiederholung davon zu verhindern. Abschließend, also wir haben gelernt, es braucht die Involviertheit zahlreicher Akteurinnen und Akteure. Transitional Justice ist ein Prozess, es ist nicht sofort hergestellt, es ist keine lineare Entwicklung auch, man muss auch mit Rückschlägen rechnen. In Deutschland leben wir jetzt auch noch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gibt immer wieder Auschwitz-Prozesse und so weiter, also Prozesse gegen Aufseher und so. Ab welchem Punkt aber, würden Sie sagen, ist Transitional Justice gelungen? Gibt es einen Schlusspunkt oder in der Entwicklung eine Phase, in der man sagt, jetzt? Also die Frage habe ich mir so eigentlich nie gestellt, muss ich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie uns sehr viel weiterführt. Wenn man es so versteht, wie ich es zuletzt gesagt habe, dass Transitional Justice dann eigentlich in einen gesellschaftlichen Reformprozess transiiert, wenn Sie so wollen, dann ist es natürlich etwas ohne Ende. Und dann gibt es sicherlich in jeder Gesellschaft Punkte, also tatsächlich Punkte, nicht Schlusspunkte in diesem schlechten Sinn, wie er oft gefordert wird, aber doch Punkte, wo wir sagen können, okay, dieses Kapitel dürfte jetzt in dieser historischen Form wahrscheinlich erledigt sein. Wir haben inzwischen neue Probleme bekommen, andere, die von der Seite reinkommen, die vielleicht indirekt mit der Vergangenheit zu tun haben, aber vielleicht auch nicht. Also denken wir an die ganzen Probleme, die uns heute durch die Globalisierung beschäftigen, die nichts mit dem Nationalsozialismus erstmal zu tun haben. Also insofern würde ich die Frage so jetzt eigentlich nicht stellen, sondern eher darauf verweisen, dass Transitional Justice tatsächlich irgendwann zu dem Punkt kommen muss, wo es nicht genügt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, sondern wo sie Türen aufmachen sollte zu weiteren gesellschaftlichen und politischen Reformprozessen. Das ist doch auch ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Huhle, für diese Gedanken und Einsichten. Wir werden jetzt hier mit vier Referentinnen und Referenten diskutieren und an einzelnen unterschiedlichen Beispielen auch aufzeigen, wie da ganz konkrete Beispiele von Transitional Justice aussehen, wie der Prozess jeweils aussieht im eigenen Land. Aus dem Schatten der Vergangenheit ins Licht der Aufarbeitung ist unser Panel hier übertitelt. Wir bekommen Einblicke nach Argentinien, Deutschland, Russland und Taiwan, bilanzieren den Status quo der Aufarbeitung, sprechen aber auch über künftige Erwartungen und Herausforderungen. Wir fragen nach Wirkungen, die die gewählte Form der Aufarbeitung entfaltet hat. Wir fragen aber auch nach Korrekturen, Rückschlägen und Hoffnungen. Sie sind wieder herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Und ich begrüße jetzt hier uns online zugeschaltet aus ganz unterschiedlichen Regionen und auch Ländern, meine Gäste. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich beginne hier mit Frau Rosario Figari-Laius. Hallo, Frau Figari-Laius. Können Sie mich hören? Hallo. Wunderbar. Ja, Rosario Figari-Laius ist seit Oktober 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Professur für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie hat sich als Forscherin und Dozentin an ganz verschiedenen Institutionen in Buenos Aires, an der FU Berlin und noch weiteren mit dem Thema der Menschenrechte und der Transitional Justice beschäftigt, hat promoviert zu sozialen Auswirkungen von Strafprozessen wegen Menschenrechtsverletzungen in Argentinien. Auch dazu, zu diesem Thema, wird sie uns sicher einiges sagen im Verlauf unseres Gesprächs. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Figari-Laius. Hallo, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich gehe weiter in alphabetischer Reihenfolge. Hier uns auch räumlich sind wir zwar getrennt, aber wir sind tatsächlich nur einige Häuserecken entfernt. Hier in Berlin uns zugeschaltet ist Prof. Dr. Axel Klausmeier. Hallo, Herr Klausmeier. Hallo. Herzlich willkommen. Sie sind seit Januar 2009 Direktor der Stiftung Berliner Mauer, die übrigens, und das ist ganz interessant auch für unser Thema, ja durch Gesetzbeschluss 2008, als eine Stiftung des öffentlichen Rechts eingerichtet wurde, damals ein ganz wichtiger Schritt zur Realisierung des Gedenkstättenkonzepts des Berliner Senats und auch des Bundes. Auch dazu hören wir wahrscheinlich nachher noch mehr. Axel Klausmeier lehrt auch als Honorarprofessor für historische Kultur in der Erinnerungslandschaften an der BTU Cottbus-Senftenberg. Er hat zahlreich publiziert zur Dokumentation, zum Umgang mit und zur Vermittlung von historischer Bausubstanz und historischen Kulturlandschaften, insbesondere natürlich zur Geschichte und Bedeutung der Berliner Mauer. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich switche hier weiter in unserem virtuellen Raum in Richtung Moskau. Herzlich willkommen, Nikita Petrov. Nikita Petrov, hallo. Hallo. Hören Sie mich? Hallo. Und zugestellte Nikita Petrov von Memorial in Moskau. Ein ganz interessanter Lebenslauf, wenn ich das sagen darf. Nikita Petrov ist nämlich eigentlich studierte Chemiker, hat auch als Chemiker gearbeitet. Dann aber im Zuge der Perestroika ist er 1988 zum Memorial gekommen, einer Menschenrechtsorganisation, die sich vor allem mit den Repressionen unter Stalin beschäftigt, hat sich intensiv mit den Verbrechen der Stalin-Zeit auseinandergesetzt. Es ging ja dann auch die Archive auf. Nikita Petrov wurde 1990 zum stellvertretenden Leiter des Moskauer Dokumentations- und Bildungszentrums von Memorial. Er hielt so auch Zutritt zu den Archiven. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 91 war er zum Beispiel auch in die Expertenkommission für den Prozess um das Verbot der KPDSU berufen worden. Er durfte dann auch arbeiten, 92, in Archiven der Cheka und des KGB. All diese Dinge werden inzwischen wieder deutlich restriktiver gehandhabt. Die Türen gingen wieder zu in Teilen. Und auch da war Nikita Petrov und ist immer noch einer, der sich einsetzt für den Zugang zu den Archiven. Auch dazu werden Sie uns sicherlich noch erzählen. Nikita Petrov hat zahlreich publiziert zu Repressionen unter Stalin und sowjetischen Geheimdiensten. Auch hier über sowjetische Geheimdienstmitarbeiter in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen nach Moskau. Last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Botschafter Professor Xi, der derzeitige Repräsentant von Taiwan in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Grenzgänger zwischen Deutschland und Taiwan, nämlich promovierter Germanist, promovierte hier an der Ruhr-Universität in Bochum, hatte im Lauf seines Lebens ganz unterschiedliche Regierungs- und Diplomatenämter inne, war zum Beispiel von 97 bis 2002 Berater des Bildungsministeriums von Taiwan, war zwischenzeitlich auch Minister und Leiter des Regierungsinformationsamts, auch Regierungssprecher, arbeitete dann wieder als Journalist, leitete auch eine Talkshow und ist seit 2016 wieder hier in der Bundesrepublik Deutschland als Repräsentant von Taiwan. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Herr Botschafter Xi. Ja, ich freue mich auch. Guten Tag und guten Namen allerseits. Dankeschön. Hallo. Ja, ich beginne mit Argentinien, mit Ihnen, Frau Figari-Layus. Wir hatten Sie ja gebeten, vorab gebeten, uns ein Statement zu schicken darüber, was die größte Herausforderung für die Aufarbeitung in Ihrem Land ist. Und Sie, Frau Figari-Layus, Sie hatten uns geschrieben, während der vergangenen knapp vier Jahrzehnte, wurde in Argentinien eine Reihe von komplementären, teils widersprüchlichen Maßnahmen zur Aufarbeitung durchgeführt. Die Schwankungen, Fortschritte und Rückschläge spiegeln dabei die wechselnden Machtbeziehungen, Interessen und Kämpfe von mehreren Akteurinnen und Akteuren wider. Frau Figari-Layus, zu den größten Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur, die von 76 bis 83 war, gehören Folterhinrichtungen auch des Verschwindenlassens von etwa 30.000 Personen. Wenn Sie jetzt von widersprüchlichen Maßnahmen sprechen, können Sie beschreiben, welche Maßnahmen das sind? Und können Sie uns auch diese Schwankungen, Fortschritte und Rückschläge nochmal deutlicher schildern? Ja, kann ich gerne machen. Ich finde es auch, das war sehr interessant, was Sie auch in dem Vorgespräch gesprochen haben mit Herrn Hüller, weil auch viele Aspekte schon eigentlich angesprochen wurden. Nach dem EU-Begang, und das muss man auch sagen, was für einen EU-Begang wir sehen von einer Diktatur zu einer sogenannten demokratischen Regierung. Die Art von diesem EU-Begang wird auch die zukünftigen Regierungen beeinflussen. Es gibt keinen strikten Bruch oder es gibt auch viele Kontinuitäten. Besonders, wenn es eine verhandelte EU-Begang, wenn es keine militärische Niederlage gab, wie im Fall von Argentinien. Das heißt, dass auch in den neuen Regierungen, in der Regierung nach der Diktatur, wir haben auch Machtbeziehungen, die sich konfrontieren. Wir haben auch, dass die Militärs, die vorher die Macht hatten, noch immer Macht haben, um bestimmte Bedingungen umzusetzen. Und was für Transitional Justice Modell, weil wir haben verschiedene Modelle von Transitional Justice, wir haben können. Das ist auch so wichtig, ich finde, zu sagen, es ist nicht nur, was für Maßnahmen von Transitional Justice wir wollen, wir haben, sonst oft ist, was wir haben können. Und in diesem Sinne, es war so, dass es in den 80er Jahren gab es die Chance, die Konareb, die Kommission nach der Suche von den Verschwundenen, zu etablieren, die eigentlich danach als Wahrheit-Kommission genannt wurde, aber damals dieses Konzept gab es nicht. Die Kommission hatte ein sehr spezifisches Ziel und das war zu wissen, was ist mit den Verschwundenen passiert. Die Angehörigen, die Leute, die auch verschwunden waren, aber überlebt haben, die auch in Inhaftierungs- und Konzentrationslager waren, aber die überlebt haben, sie wollten auch wissen, was ist passiert, sie haben auch Informationen gegeben, zu wissen, wo sind die Verschwundenen, wo sind die Arreste. Und das war eine wichtige Aktion. Klar kann man sagen, dass in dieser Kommission hat kein Militär, kein Täter oder verantwortlich was dazu gesagt. Auch es gab diesen ersten Prozess, straflichen Prozess gegen die Oberverantwortlichen, die war der Prozess gegen die Juntas. 1985 ja schon, sehr früh. Genau, und parallel zu der Kommission, zu der CONADEP. Aber klar, danach, das kann man auch sehen, wie mächtig diese Akteure noch sind, kam zu einer Einschränkung von diesen Prozessen und auch zu der Verabschiedung von Amnestie-Gesetzen und danach noch Begnadigungen. Ja, so das zeigt uns auch, dass oft Transitional Justice sind nicht nur Maßnahmen oder eine Politik der Vergangenheit, sonst auch eine Politik der Gegenwart. Wer hat die Macht zu entscheiden jetzt, was wir machen können? Ja, unter welchen Bedingungen, unter welchen Bedrohungen sogar? Ja, das könnte noch einen Putsch geben, was wird passieren. So, dann haben wir mehrere Akteure und deswegen, wenn ich von Widersprüchen und Interessen rede, ist von diesen Kämpfen auch, die nach der Diktatur stattgefunden haben. Es gab auch so, es war das Ergebnis von dem Kampf und der Förderung von Menschenrechtsorganisationen, von Organisationen von Angehörigen, von Verschwunden, die viele von den Fortschritten, die danach in den 90er Jahren und dann in 2000 viel mehr geschafft haben. Ja, und deswegen finde ich auch wichtig, so diesen Aspekt zu sagen, es gibt viele Studien und viele Forschungen zu den Auswirkungen von Militärdiktaturen, die mittlerweile werden nicht nur als Militärdiktaturen genannt, sondern als Zivilmilitärdiktaturen, weil es gab nicht nur Militärs, die daran involviert, sie haben die dreckige Arbeit gemacht, aber es gab zivile Sektoren, die diese Militärdiktaturen auch unterstützt haben damals und die heute noch am besten sind. Ja, es gab viele Zivilisten, Unternehmer, Richter, sonst kann man eine Diktatur nicht durchführen von alleine, nur mit Militär. Und deswegen, das war möglich, dass mit der neuen Regierung von Nestor Kirchner ab 2003, es gab so mehr Raum für diese Politik, für diese Politik von Transitional Justice, die die Menschenrechtsorganisationen für so lange gekämpft haben. Und in 2006 haben sie systematisch, nachdem die Obergerichtshof die Amnestie-Gesetze für nichtig erklärt hat, haben die Prozesse in das ganze Land angefangen gegen die ehemaligen Militärs und einige Zivilisten noch. Aber das sind die schwierigen Fälle, sagen wir mal so. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, welche Prozesse der Transitional Justice nach dieser Zeit des Schweigens eingesetzt haben. Und mich würde interessieren, würden Sie sagen, dass es der Justiz gelungen ist, diesen Pakt des Schweigens bis heute zu brechen? Es ist noch nicht ganz gebrochen. Ja, das muss man auch sagen. Ja, die Fälle, die meisten der Fälle, die gerade jetzt sind immer mehr, es gibt so bis von 2006 bis 2021, gab es wie her 250 Urteile gegen Polizisten, Militärs und einige Zivilisten, sogar Ärzte wurden verurteilt, die bei Folterpraxis geholfen haben. Und es gibt über 1020 Personen, die verurteilt wurden, ja, schon in diesen Prozessen. Die Prozesse gehen noch weiter und das ist auch eine der großen Herausforderungen. Das ist schon, wir reden von Verbrechen, die vor 40 Jahren stattgefunden haben und viele von den Angeklagten, aber auch von den Zeugen, von den Opfern sind gestorben, ja. Das wird von einigen als biologische Straflosigkeit genannt. Und dieser Pakt des Schweigens ist einer der grausamen Aspekte, finde ich. Weil wenn man denkt an ein Verbrechen, wie das Verschwinden lassen, es hat Wirkungen nicht nur auf die Person, die ermordet wurde und verschwunden, sondern auch auf die Angehörigen, die jahrelange danach, noch nach dieser Schwankung, zwischen Hoffnung, dass vielleicht die Person noch ableben ist und die Verzweiflung, dass es tot ist, ja. Und auch in den Fällen von Kindern, die damals so entführt wurden, oder die Mutter war schwanger oder auch als Kind, entführt wurden und in das Haftzentrum genommen, die danach, als die Frau zum Beispiel die Geburt hatte, wurden diese Kinder zu anderen Familien gegeben. Man kalkuliert so ungefähr 500 Kinder wurden zu anderen Familien gegeben, die heutzutage mit anderer Identität, mit anderen Familien leben. Ja, die sind die Kinder, die die Organisation Großmutter von Plaza de Mayo noch sucht, durch diejenigen Untersuchungen. Aber man kann sehen, wie, wenn wir von diesen Verbrechen reden, wir reden nicht nur von der Vergangenheit, sondern von heute. Und wichtig ist, dass auch diese Militär, und deswegen finde ich manchmal die Transitional Justice, oft tendiert zu, eine idealisierte Welt zu präsentieren, ja. Viele von diesen Militärs, die Mehrheit sogar, die heutzutage schon im Gefängnis sind, das heißt, dass sie haben nichts zu verlieren, sagen sowieso nichts, was ist mit den Personen passiert, wo diese Kinder sind, wo die Leiche der umgebrachte Personen sind. Das heißt, der Pakt des Schweigens, ja. Und das ist eine sehr schwierige Herausforderung noch. Was würden Sie sagen, welche Instrumente müssten greifen, was müsste noch passieren, um diesen Pakt des Schweigens denn zu brechen? Unglaublich schwierig. Ja, es ist schwierig, ich glaube, muss man auch so manchmal denken, dass es gibt Verbrechen, die kann man nicht wiedergutmachen, sogar alle. Muss man damit leben, dass nicht alles ist reparabel, wenn man sowas sagen kann. Es sind Schaden oder Verletzungen, die kann man nicht entfernen, nicht wegnehmen. Vielleicht was der Staat machen muss, ist nicht nur von der Aussage der Täter abhängig sein, sondern parallele Maßnahmen aktiv, konkrete implementieren, um die Suche von Kindern, das macht die argentinische Stadt auch. Es gibt eine Datenbank mit DNA, Untersuchungen, Kampagnen. Muss man parallele Ermittlungen durchführen? Ja, man kann nicht nur erwarten, dass die Täter sagen, alles, was sie gemacht haben oder boh, boh. Und damit auch, das muss man auch gucken, dieses Schweigen bedeutet auch eine Reproduktion, eine Verlängerung des leidesten Opfer, des Angehörigen, nach 30 Jahren noch. Das wurde auch von einigen Experten als psychologische Folter in der Zeit verschwinden lassen, wenn es keinen Körper gibt, keinen Beweis, von was passiert ist, es ist ein unendliches Verbrechen. Es ist ein kontinuierter Verbrechen. Es wird noch begangen, bis das so nicht geklärt wird, was ist mit dieser Person passiert. Ja, vielen Dank, Frau Figari-Layus, für diese ersten Einblicke in die Situation in Argentinien. Sie schildern die Rückschläge, die es gab, aber auch weitermachen, die Hoffnung. Die Schwierigkeit, einen solchen Pakt des Schweigens zu brechen und auch die Tatsache natürlich, wie stark die Vergangenheit, die Gegenwart bestimmt. Wir wollen das vergleichend gerne auch mit Taiwan betrachten. Herr Professor Xi, Sie haben uns nämlich ebenfalls ein Statement geschickt zum Status der Aufarbeitung, zu den Herausforderungen der Aufarbeitung in Taiwan. Und Sie sagen, die größte Herausforderung für die Aufarbeitung in Taiwan besteht darin, dass der Sieg über die Diktatur nicht durch das Schuldbekenntnis der Täter erlangt wurde, sondern lediglich durch Wahlergebnisse. Deswegen wirkt die Vergangenheit fort und deswegen geistern so viele Wiederkehrer in der Gegenwart. Herr Professor Xi, die Rede ist natürlich hier auch von der Kuomintai-Partei, die im chinesischen Bürgerkrieg unterlegen war. Sie zog sich nach der Machtübernahme der Kommunisten unter Mao Zedong 49 nach Taiwan zurück. Unter Chiang Kai-shek entstand dann eine Einparteienherrschaft der Kuomintang. Bis 1987 galt Kriegsrecht. Taiwan war ein Polizeistaat. Ende der 80er Jahre dann die Demokratisierung unter der Kuomintang-Regierung. Aber auch nach Ende der Diktatur löste sich die Kuomintang-Partei nicht auf. Sie blieb in Regierungsverantwortung, ist heute im Parlament vertreten. Herr Professor Xi, gab es denn Impulse zu einer Aufarbeitung der Parteigeschichte innerhalb der Partei? Und wie würde Ihrer Meinung nach denn ein adäquater Umgang mit der Partei aussehen? Wir hören Sie nicht. Sie müssen Ihr Mikrofon noch anscheinend. Dankeschön. Ich war vorhin noch in der Diktatur. Jetzt kann ich sprechen. Es gab tatsächlich innerhalb der Kuomintang-Partei, also von der Chiang Kai-shek-Partei, nach der Aufhebung von dem Kriegsrecht, mit dem Taiwaner 38 Jahre lang von der Chiang Kai-shek-Partei regiert wurde, also nach dieser Aufhebung gab es tatsächlich eine kleine, Bewegung innerhalb der Diktatur-Partei. Aber das war unter der Leitung von dem ersten Präsidenten dieser Partei, die in Taiwan geboren wurde, also ein taiwanischer Präsident, der unter der japanischen Besatzungszeit geboren und aufgewachsen ist. Vorhin war das so gut wie gar nicht möglich. Es wurde natürlich von den zivilen Gesellschaften und den Unterstützungen von draußen diese Bewegung vorangetrieben, nämlich die Vergangenheit muss einmal kennengelernt werden und wenn man die kennengelernt hat, dann muss die aufgearbeitet werden. Und ich habe in den letzten Jahren immer die Gedanken darüber gemacht, was heißt denn eigentlich Übergangsgerechtigkeit, Sensational Justice, Übergang. Wenn man von Übergang spricht, dann hat man im Hinterköpfchen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Und Übergang, der deutsche Begriff, setzt eigentlich voraus. Es gibt da vorne noch einen Ausgang und Richtung in den anderen Eingang. Und dieser Ausgang hat ja in der deutschen Sprache zwei Bedeutungen. Einmal das Gegenteil von Eingang, aber eine klassische Bedeutung von Ausgang ist ja unter Immanuel Kant folgendermaßen zu verstehen. Das heißt, mit dem ersten Satz in einem Artikel, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, da lautet der erste Satz, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschütten Unmündigkeit. Und indem man dieser Ausgang heißt, Ausgang aus der Vergangenheit in die Gegenwart und wird aufgearbeitet, dann hat man sozusagen die Möglichkeit, den Eingang auszumachen in die Zukunft. Und von daher ist dieser, der Titel von dem heutigen, dieses Panel, Aus dem Schatten der Vergangenheit ins Licht, der Aufarbeitung. Der wichtigste Begriff für mich ist weder Schatten noch Licht. Ins. Es gibt halt kein Verb in diesem Titel, aber dieses Ins hat eine Dynamik. Dieses Ins ist Ausgang aus der Vergangenheit, aus dem Schatten der Vergangenheit ins Licht der Aufarbeitung. Und das hat Taiwan in den letzten 30 Jahren, also vor allem seit der Aufhebung des Kriegsrechts, haben wir damit angefangen. Aber wie sie vorhin auch darauf hingewiesen hat, es hat keine Revolution gegeben. Es hat einen Prozess gegeben. Es hat zum Beispiel in den Jahren 92, 1992, das erste Mal, also fünf Jahre nach der Aufhebung des Kriegsrechts, das erste Mal, das taiwanische Parlament vorständig und komplett nur von den Taiwanern gewährten, 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 davor durften die Taiwaner, das taiwanische Parlament nicht selbst wählen. Da waren die Vertreter oder delegierte Parlamentarier, die mit Chang'e-Chang gekommen sind und die wurden da ausgetauscht von anderen Festländern, die auch nach dem Kamm gekommen sind. Die wurden nackt gerügt und nach und nach, vier Jahre danach, 96, das ist ein wichtiges Jahr, 1996, durften die Taiwaner zum ersten Mal unseren eigenen Präsidenten wählen. Und das ist der, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist zwar der Nachfolger von dem Sohn Chang'e-Chang von Chang'e-Chek, aber der ist, der hat seine Kinder, seine Jugend, in Taiwan verbracht, er hat sogar auch die White Terror und das Massakel, das sogenannte 228-Massakel von 1947, auch noch alles miterlebt. Er weiß, was die Vergangenheit bedeutet. Ja, Herr Xi, Sie sprechen gerade das 228-Massakel an. Ich würde, vielleicht erklären wir auch noch mal kurz, was sich damals zugetragen hat. Das war am 28. Februar 1947, als die Taiwan, also noch vor 49, zwei Jahre vorher, als die Taiwanesen aufbegehrten gegen Misswirtschaft, Korruption. Chang'e-Chek schickte Truppen, es wurden ungefähr 20.000 Menschen dabei getötet. Und wenn wir jetzt hier von Transitional Justice als ein Prozess, der auch Fortschritte und Rückschläge hat, sprechen, das Massaker blieb ja während des Kalten Krieges tabu, es wurde nicht thematisiert. 1995 war der Präsident erstmals um Verzeihung, 1997 wurde der 27. Februar zu einem nationalen Gedenktag. Wir haben jetzt von den Rückschlägen in Argentinien gehört. Wie würden Sie das heute in Taiwan beschreiben? Also es ist ja wie ein Stocken, so scheint es. Es scheint, die Aufarbeitung ist da irgendwo auf einem halben Weg stecken geblieben. Ja, stecken geblieben. Wir haben ja vorhin auch noch von Transitional Justice gesprochen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Begriff Justice zu lesen. Einmal gewöhnlicherweise Justice. Man kann aber Just und Eis trennen. Und das heißt dann Just Eis. Und so haben wir tatsächlich nach der Aufhebung des Kriegsrechts das Gefühl anfangs gehabt, jetzt ist das Eis gebrochen. Und dann hat man sich überlegt, sollen wir uns jetzt, jetzt muss man dabei bedenken, die KMT, diese Diktaturpartei, die ist nach wie vor nicht nur an der Macht, die ist dann noch da. Und Militär, Geheimdienst, den ganzen Beamtenapparatus, die mussten ja gezwungenerweise während dieser Zeit alle, wer eine Karriere von sich machen möchte, Parteimitglied werden. Das heißt, die, ich will nicht sagen die Täter, aber die Mitglieder, die Handlanger, die Täter der Diktaturpartei waren überall, selbst nach 87 80. Wie gesagt, es hat keine Revolution gegeben, es hat nur Reform gegeben und die Reform drückt sich meistens in den Waren aus. Und das heißt, als man sich überlegte, als Minderheit, als Minderheit die Aufarbeitung der Vergangenheit einzuleiten versuchte, da hat man das Gefühl, ich komme wieder auf das Eis, da hat man das Gefühl, man begibt sich auf dünnes Eis. Und haben dann trotzdem es versucht und haben dann gemerkt, es ist sehr schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, wenn in der Gesellschaft nicht der Konsensus besteht, dass die Täter oder die Diktaturpartei dafür zuständig ist, zur Rechenschaft gezogen wird. Da wird entschuldigt von diesem Präsidenten der Diktaturpartei, aber wie gesagt, dieser Präsident, er war ein Taiwaner. Das heißt, innerhalb der Partei gibt es bis heute leider, und das sage ich hier nicht, als Repräsentant von dauernd, als ein Taiwaner, gibt es noch sehr starke Gegenströme, einen starken Gegenstrom. und sagen, denn das, was die Diktaturpartei damals gemacht hat, in diesem White Terror, fast 50 Jahre lang, das war für den Staat, das war für das Vaterland, denn die Taiwaner waren Japaner, 50 Jahre lang Japaner, als die, als Chiang-Chiang in Taiwan gekommen sind. Vielen wissen, ist es vereinnig, Taiwan wurde, Taiwan wurde im Jahre 1895 abgetreten von China an Japan nach dem verlorenen Krieg und 50 Jahre lang wurde Taiwan von Japaner regiert, auf der dieser Zeit wurden wir teilweise auch japanisiert und als Chiang-Chiang nach Taiwan kam, da gab es nämlich diese japanisierte Taiwaner um zu erziehen, also die ganze Insel war praktisch ein unerziehungs unerziehungs Lage. Also so gesehen kann ich ziemlich gut verstehen, was Frau Laios vorhin gesagt hat, es gibt Bemühungen, die Aufarbeitung der Vergangenheit einzuführen, aber es gibt noch vielleicht manchmal sogar noch mehr und stärkere Kräfte dagegen und das kann man in Taiwan erst mit dem Jahr 2016 stehen sich vor, 30 Jahre nach der Aufhebung des Kriegsräts konnte es im Jahre 2016 nach der Anführung der Präsidentin ins Amt, denn in diesem Jahr gab es zum ersten Mal eine Mehrheit der damaligen Opposition, also die zweite Partei, die damals noch illegal gegründet wurde. Diese Partei hat im Jahr 2016 nicht nur die Mehrheit im Parlament gewinnen können, sondern auch das Amt des Präsidentschaftsbüos besitzen können und erst dann konnte zum Beispiel die Transition und Kommission gegründet werden und es konnte dann auch Kommission gegründet werden, das sich beschäftigt mit dem illegal Vermögen von KMT oder zum Beispiel Beschäftigung mit den sogenannten Massenorganisationen, aber trotzdem, stellen Sie sich vor, zwischen 1996 und 2016, da sind 20 Jahre, da sind zweimal, Regierungswechsel gegeben, das heißt, selbst nach der Aufhebung des Kriegsrechts ist die Detektorpartei durch die Wahlen nochmal an den Markt gekommen und Sie können sich vorstellen, was man vorher in Anlauf genommen hat, wurde natürlich nicht gemacht oder beiseite geschoben, aber das ist die andere Seite der Demokratie, wir wählen unseren eigenen Präsidenten, wir wählen unseren Parlamenten, das ist Volkswagen-Prinzip, Das wollte ich gerade sagen, erklären Sie uns das mal, was ist denn das Volkswagen-Prinzip, von dem Sie das Volkswagen-Prinzip ist ja, wir sind das Volk und dürfen es auch wagen, also die Weile entscheidet tatsächlich durch ihre Wahlen, durch den Gang zu UNA, wer an die Macht kommt und wenn, das ist jetzt kommt der springende Punkt, wenn der Prozess der Aufarbeitung der Vergangenheit bis zu diesem Punkt, wo man anfängt, die Parteien gerecht und frei zu wählen, wenn bis zu diesem Punkt die Aufarbeitung der Vergangenheit verendet ist, sagen wir so zum 60 oder 80 Prozent verendet ist, dann kann ich sagen, die Partei hätte keine Chance gehabt, die werden auch gezwungen, die SED, ich mische hier nicht ein, aber die würden wenigstens ihren Namen ändern müssen und sozusagen sich zu verabschieden von der Vergangenheit beziehungsweise auch entschuldigen beziehungsweise auch die Massenorganisation von sich aus zu lösen und das ist nicht der Fall und das ist dann dieses Problem und hinzu kommen noch die Groetaten von Chiang Kai-Schecks Partei während dieser Zeit Sie haben vorhin von diesem Massakel 1947 am 28. Februar von diesem Tag geht es los und geht dann rüber zum Terror vor wenigstens 40 Jahren viele Leute wissen es gibt einen Massakel im 1947 am 28. Februar viele Leute wissen aber nicht dass ein solches Massakel in einem kleinen Format am 28. Februar 1980 nochmals ergeben hat ein oppositioneller friedlicher ein Jurist er ist krib und klar gegen das Regime es gab eine Demo er wurde ins Gefängnis gebracht mit anderen Leuten das war im 1979 und am 28. Februar 1980 während er im Gefängnis saß wurde seine Mutter ungefähr 70 Jahre alt und zwei Zwei Zwillinge Töchter sieben Jahre alt zu Hause mit Tod und Messer erstochen und die Erdreht Töchter neun Jahre alt wurden fast zum Tod erstochen aber man konnte sie noch erreten das heißt die Vergangenheit hat die Gegenwart eingeholt bevor die Gegenwart überhaupt noch die Möglichkeit hat ins Licht der Zukunft reinzugehen Herr Xi wir haben dazu jetzt auch noch eine Zuschauerfrage an Sie die ich noch ganz kurz bringen möchte ehe wir weiter gehen es bezieht sich wieder auf die Kuomintang Parteiarchive wieso konnte die Öffnung der Parteiarchive die ja eine wesentliche Forderung im Aufarbeitungsprozess war bisher noch nicht umgesetzt werden welche Möglichkeiten gibt es da für die Zukunft vielleicht können Sie ganz kurz Ja ich habe ja vorhin gesagt bis 2016 war ja KMT acht Jahre lang an der Macht und das heißt es gibt immer diese Gegenkraft im Parlament wenn man ein Soziusgesetz verabschieden möchte dann muss man genügend Stimmen haben und bis jetzt tatsächlich ist der Regierenden Partei die vorhin Option war nicht gelungen die KMT sozusagen dazu zu zwingen gesetzlich zu zwingen die Akten sozusagen freizugeben das liegt an dem Willen der Oppositionspartei nämlich der Wille ist es so nur dann geschehen wenn die Täter Partei sich bereit erklärt mitzumachen und das haben sie jetzt leiden wenn an einigen stehen schon aber ziemlich langsam das ist einmal das und zweitens die der Geheimdienst und wir haben damals während dieser Kriegszeit haben wir auch Kriegsrechtszeit haben wir auch eine taiwanische CIA und die sind alle die mussten fast hundertprozentig alle Parteimitglied werden von KMT und die Akten liegen vielen wichtigen anderen liegen bei denen und die haben das immer auf die lange Bahn geschoben wenn es von denen heraus gefordert wurde raus drücken da haben die entweder gesagt die gibt es nicht mehr die konnte nicht gefunden werden ich würde nur sagen wichtig ist in diesem Fall warum wir definieren aus der Perspektive des Übergangs Gerichtssicherheit diese Leute als Täter die verstehen sich untereinander bis heute aber als Patrioten und das ist das Problem wir sind Patrioten und wenn ein Patriote etwas auch Böses tut für das Vaterland ist immer noch zu rechtfertigen und dieses klopft zwischen Übertätel und Patrioten und man kann sagen es gibt noch Idioten die Patrioten sind das sind Patriot das Problem ist ja wie ich vorhin gesagt habe das hängt mit der Geschichte von Taiwan zusammen als Chiang Kai-shek geflohen vor den chinesischen Kommunisten nach Taiwan war da waren die Taiwaner da waren die Taiwaner 50 Jahre Japaner und das bedeutet die Taiwaner hatten hatten Nolens Wollens während des Zweiten Weltkrieges an der Seite der Japaner zu standen um gegen die Chinesen zu kämpfen gegen die Amerikaner zu kämpfen und das heißt in den Augen dieser Partei die nach China gekommen sind die wenige Landsleute als Hochverräter also Sie skizzieren hier auch eben ja diese unterschiedlichen ja wie soll man sagen Blicke auf die einzelnen Rollen auf die Geschichte innerhalb der Gesellschaft quasi Brüche oder Gräben sogar zwischen einzelnen Gruppen die einen sagen wir sind Patrioten die anderen sagen nein ihr seid keine Patrioten das was ihr gemacht habt ihr seid Täter das sind Verbrechen das zu überwinden ist die Herausforderung in Taiwan ist die Herausforderung für die Transitional Justice wir wollen hier weitergehen an dieser Stelle Herr Professor Xi wir werden sicher auf einzelne Punkte nachher nochmal zurückkommen und aber nach Russland gucken Herr Petrov wir hatten Sie nämlich auch um ein Statement gebeten und auch hier kommen wir wieder an die Vergangenheit in der Gegenwart die treffen wir hier in fast allen Ländern an Sie haben Sie haben uns nämlich gesagt im modernen Russland stößt die Neuinterpretation der sowjetischen Geschichte auf große Schwierigkeiten das erste Problem besteht darin dass es immer noch keine juristische Bewertung der sowjetischen Verbrechen an der Bevölkerung gibt Das zweite Problem sind die zunehmenden Versuche der russischen Behörden die Geschichte als eine ideologische Rechtfertigung für eine aggressive Politik gegenüber Nachbarnländern zu nutzen Herr Petrov die stalinischen Säuberungen die ja im großen Terror der Jahre 36 38 einen traurigen Höhepunkt fanden diesen Säuberungen fielen Millionen zum Opfer und wie Sie in Ihrem Statement ja auch andeuten bis heute stehen Stalin und die Stalin Zeit aber im Mittelpunkt historischer Debatten in Russland die auch sehr heftig geführt werden also Sie sagen selber es gibt keine juristische Bewertung dieser Ereignisse auch mehr als 60 Jahre nach Stalins Tod ist das alles noch nicht grundlegend aufgearbeitet auch hier vielleicht ähnlich wie wir es von Argentinien oder Taiwan gehört haben ganz ähnlich gab es in den 90er Jahren dann im Zuge der Paestroika und in den 90er Jahren nach dem Zusammenbruch Versuche aufzuarbeiten Archive ging auf die Türen ging aber auch wieder zu und heute stellen wir eben auch fest eine Rekurierung auf die Geschichte da scheint die Stalin-Zeit auch als Modell eines starken Staates ist was macht das alles mit der Aufarbeitung wird Aufarbeitung in Russland dazu eine Aktivität des zivilgesellschaftlichen Underground Aufarbeitung kann ich sagen dass unsere Situation sich von der in anderen Ländern schon unterscheidet die Verbrechen unter dem Stalin Regime sind zunächst einmal schon sehr lange her das liegt nun 80 Jahre zurück nach Stalin wissen wir dass das sowjetische System immer weicher wurde sozusagen während Khrushchev während der Brezhnev Regier da wurden viele Menschen aufgrund ihrer politischen Überzeugung oder Aktivitäten vom Staat missbraucht aber das waren nicht so sehr viele und deswegen denken viele heutzutage dass das sowjetische System sich von der stalinistischen Phase zu einem noch weicheren angenehmeren System entwickelt hat und deswegen ist es auch nicht nötig etwas wie Transitional Justice überhaupt in Angriff zu nehmen viele Menschen die in Verbrechen involviert waren die andere Menschen gefoltert haben zum Beispiel die andere umgebracht haben sind inzwischen tot und nun haben wir nun tatsächlich nur noch die Geschichte die mit der Geschichte umgehen kann auf der einen Seite sind die schaut man aus der modernen Perspektive schon auf Verbrechen der Sowjet Regierung sowjetische Verbrechen werden schon auch in Büchern gesprochen es gibt Dokumente es gibt Berichte über diese Verbrechen über diese Epoche aber auf der anderen Seite haben wir es ja inzwischen auch mit einer Art Diktatur in Russland zu tun das ist nicht mehr die Diktatur die sich auf sowjetische Prinzipien gründet das ist eigentlich mehr wie die runter in Lateinamerika das ist der Stil dieses Regimes das sind Leute die an der Macht sind und keiner kann sie jemals ersetzen Wahlen bedeuten ja gar nichts mehr momentan man sieht es ja ganz eindeutig in der gegenwärtigen Situation in Russland die Behörden erlauben es unabhängigen Kandidaten ja gar nicht mal sich aufstellen zu lassen als Kandidaten also die Unterdrückung der Menschen wächst weiter an aber ohne die sowjetischen ideologischen Prinzipien und also man versucht also die sowjetischen Ideologien auch als Entschuldigung heranzuziehen und man beschuldigt zum Beispiel auch Lenin unter anderem und Rudmann sagt diese Prinzipien sind auch nicht unbedingt internationale Prinzipien das waren ja auch Prinzipien die eigentlich nicht unähnlich waren wie die unter Hitler Deutschland dann zum Vorschein kamen also heutzutage ist die russische Föderation sowjet und eine Art Mischstaat einerseits ein Empire wenn man so will aber auf der anderen Seite eben auch diese lateinamerikanische Junta wo die Oligarchen und reichen Leute eben an der Macht sind und dann gibt es noch die Bevölkerung die unterdrückt wurde und wird aber Herr Petrov vielleicht können Sie wirklich nochmal schildern was bedeutet das für die Aufarbeitung auch für eine Organisation zum Beispiel wie Memorial International ist als ausländischer Agent gelistet gilt als ein ausländischer Agent also was bedeutet das wer betreibt Aufarbeitung wer setzt sich in Russland mit dieser stalinistischen Vergangenheit und seinen Verbrechen auseinander ist das ein zivilgesellschaftlicher Underground nochmal oder wo passiert das an welchen Stellen das ist eine interessante Frage wir bei Memorial wenn wir Vergangenheitsbewältigung betreiben dann sammeln wir erstmal Fakten zu sowjetischen Verbrechen dazu gehören auch Rechtsprozesse und dagegen hat man eigentlich nichts seit der russischen Behörden die haben viel gegen Memorial wenn wir uns für Menschenrechte aussprechen wenn wir Menschenrechte im modernen Russland anprangern das ist der sensibelste Punkt für die russische Föderation dieser Begriff ausländische Organisation ausländische Agent eingestuft zu sein das ist auch wieder die sowjetische Mentalität die da zum Vorteil kommt also jeder der irgendwelche kritischen Positionen bezieht bezüglich des Staates dass man die einfach ausländische Agenten nennt dass sie dann eben von ausländischen Ländern finanziert werden zum Beispiel dazu gibt es ein Gesetz und das hat für uns natürlich viele Schwierigkeiten geschafft zum Beispiel die Arbeit in Archiven Antworten vom Staat zu bekommen von Behörden zu bekommen und andere Dinge so im Alltag ist es schwierig für uns auf der anderen Seite ist das natürlich auch so eine Art Marke dass wir oder dass das eben Leute sind die etwas gegen den russischen Staat haben wir können erklären dass wir wenn wir über Menschenrechte sprechen dass das auch im Interesse der russischen Bevölkerung ist der russische Staat sagt natürlich dann nein nur der Staat der Staat hat das Monopol über diese Gespräche mit der Bevölkerung sozusagen das ist keine Aufgabe für Zivil Organisationen oder NGOs und es gibt natürlich auch Bestrebungen sämtliche zivilgesellschaftlichen Bemühungen zu kontrollieren aber noch mal zum Thema Umbruchsgerechtigkeit es ist schon interessant dass manche frühere Sowjetrepubliken wie Estland Litauen die haben tatsächlich Strafprozesse organisiert gegen Menschen die im Sowjetregime Verbrechen begangen haben also nur die nur drei Staaten haben das getan andere Republiken machen das nicht und deswegen sprechen wir auch über die Nachbarstaaten Russlands die uns eigentlich den rechten Weg weisen zum Beispiel auch gegenüber der europäischen Gemeinschaft hin zur Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel natürlich kommt dann sofort Kritik von Russland und auch Druck von der russischen Föderation also da wird dann gerne mal hier die Ölpolitik die Politik für erpresserische Zwecke genutzt also wir haben es tatsächlich mit einem neuen Empire zu tun wenn man so will die Gestichte ganz gezielt nutzen um Druck auf die Nachbarstaaten auszuüben Herr Betroff dazu eine Frage die auch hier von per Mail kam von unseren Zuschauern Sie sagten schon der Staat hat das Monopol er nimmt sich auch das Monopol auf die Geschichte die Geschichte zu erzählen wie wird denn an Schulen zum Beispiel an die Vergangenheit erinnert also welches Narrativ erzählen Schulbücher in Russland Es ist es ist erstaunlich dass der Staat eigentlich dieses Monopol gar nicht innehat er wünscht sich das nur und versucht es zu behalten ich meine zuerst das stimmt es haben sie völlig recht dass Geschichtsbücher in Russland vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren Präsident Putin gesagt hat dass wir Geschichtsbücher anpassen müssen aber bis jetzt gibt es keine richtige Vorstellung darüber wie solche Geschichtsbücher oder Schulbücher aussehen sollen es gibt derzeit verschiedene unterschiedliche Geschichtsbücher aber und es gibt einen gewissen Standard für die schulische Bildung und in diesem Standard sehen wir recht interessante Dinge also sie haben versucht die sowjetischen Verbrechen und die kommunistischen Verbrechen als naja fast schon normale Dinge zu beschreiben eben nicht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder so und in diesen Schulbüchern werden manchmal auch einfach Dinge glorifiziert und es gibt wenig Beschreibungen der Verbrechen und insbesondere der Verbrechen gegen die Bevölkerung in der Sowjet Zeit jetzt in der Gegenwart würde ich auch betonen dass die Archive nicht komplett geschlossen sind es gibt Möglichkeiten Zugang zu bekommen aber es wird immer schwieriger und das gleiche kann man für Geschichtsbücher sagen jeder kann die Wahrheit über die sowjetische Vergangenheit veröffentlichen aber es kommt dann immer auf die Verleger an und die Politik der Verlagshäuser die veröffentlichen bestimmte Bücher eben nicht so gerne oder dann findet man kein Geld um ein Buch zu veröffentlichen und deswegen haben wir einen Mainstream die dann eben tatsächlich ein bestimmtes Geschichtsbild präsentieren und dann gibt es wissenschaftliche Literatur die tatsächlich dann die Wahrheit die geschichtliche Wahrheit beschreibt und das ist ein Kampf zwischen diesen beiden Positionen Memorial versucht ja auch immer wieder in die Gesellschaft hineinzuwirken zum Beispiel über den Geschichtswettbewerb den Memorial an Schulen ausschreibt vielleicht können Sie kurz dieses Projekt vorstellen und auch Ihre Erfahrungen damit welche Geschichtsbilder Ihnen da sozusagen gespiegelt werden und vielleicht auch zu den Umständen des Wettbewerbs es ist ja nicht immer so einfach ihn dann durchzuführen oder beziehungsweise es gab auch schon Störaktionen dann bei der Präsentation und so weiter vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen zu diesem Schulwettbewerb von Memorial Ja Ja der Schulwettbewerb das wie ich finde eine sehr schöne Erfahrung und eine neue Erfahrung zuerst haben wir versucht Schüler dazu zu zwingen selbst mal nachzudenken selber Informationen zu suchen diese Informationen dann zu organisieren und Geschichten daraus zu erstellen wir haben nie bestimmte Themen vorgegeben die aufgreifen müssen und fast sofort vor ein paar Jahren wurden wir dann beschuldigt dass wir Druck auf die Schüler ausüben würden dass wir auch wieder ausländischen Einfluss geltend machen würden dass wir die Schüler beeinflussen würden weil wir ja Memorial sind und wir sind ja nun als ausländische Organisation eingestuft viele Geschichtslehrer an den Schulen haben Angst mit uns umzugehen und wir bekommen aber tatsächlich doch viele Schularbeiten zugesandt über 1000 und ich glaube dass das ein gutes Signal ist das Zeichen dass wir bis jetzt junge Leute angetroffen haben die sich schon auch frei fühlen bis jetzt jedenfalls wir werden diesen Wettbewerb auch weiter führen dieses Projekt der Schulwettbewerb der wird weitergehen gut während der Pandemie ist das natürlich nochmal eine andere Sache können wir die Gewinner nicht in Moskau vorstellen das Programm ist natürlich ein bisschen zurecht gestutzt aber natürlich wollen wir damit weitermachen dieses sehr wichtige interessante Projekt Ja ich denke das ist ein wirklich sehr gutes Beispiel dafür wie versucht wird auf zivilgesellschaftlicher Ebene einfach Aufarbeitung Auseinandersetzung mit der Geschichte in die Gesellschaft zu tragen junge Leute da zu animieren dazu zu animieren sich auseinander zu setzen mit ihrer Geschichte das leitet hier auch schon mich direkt weiter zu unserem nächsten Panelisten nämlich Axel Klaus Mayer den wir auch gefragt haben worin er die Herausforderung für die Aufarbeitung sieht und Axel Klaus Mayer schreibt Aufarbeitung in der Zukunft bedeutet für mich auf bedeutsame gesellschaftliche Entwicklungen neue Fragestellungen und Herausforderungen wie Digitalisierung oder Diversität angemessen zu reagieren und sie mit den Grundfundamenten unserer Aufarbeitungsarbeit zusammenzuführen in diesem Spagat nicht jeden Trend gleich mitzumachen und dennoch den Anspruch zu verfolgen junge Menschen und neue Zielgruppen für die Anliegen der Aufarbeitung zu gewinnen liegt für mich eine besondere Herausforderung Herausforderung Ja Herr Klaus Mayer aus Ihrem Zitat wird schon deutlich Wir haben hier in Deutschland ja einen sehr eine sehr breite Aufarbeitungs Landschaft Das ist kein Underground Job sozusagen sondern auch wie ich vorhin schon erwähnt habe auch Ihre Stiftung ist auf Gesetzbeschluss entstanden und so weiter Es gibt viele Gedenkstätten und Museen Jetzt sprechen Sie Herr Klaus Mayer von der besonderen Herausforderung junge Menschen und neue Zielgruppen für die Anliegen der Aufarbeitung zu gewinnen Was würden Sie denn sagen Wen erreicht die Aufarbeitung in Deutschland und wen erreicht sie eben nicht Sie müssen bitte Ihr Mikro anmachen Danke Ja erst einmal vielen Dank ich komme sofort darauf zurück erst einmal will ich sagen dass ich nachdem ich jetzt die Kolleginnen aus Argentinien aber auch den Herrn Botschafter und den Kollegen Petroff gehört habe das macht mich einfach mit Blick auf unsere Situation in Deutschland einmal mehr sehr demütig weil wir in Deutschland aufgrund der auch der staatlichen Verankerung des Auftrags gewissermaßen die Aufarbeitung die ja Teil des Regierungsprogramms ist egal welcher hat welche Partei da gerade an der Regierung ist in der Bundesrepublik und das seit mehreren Jahrzehnten inzwischen sind wir natürlich in einer vollständig anderen Situation und das will ich nochmal vorweg schicken denn diese Gedenkstätten Konzeption des Bundes die es ja seit 1999 gibt die fortgeschrieben wurde in 2008 waren immer und zuletzt auch 2018 waren immer Bestandteil von jeweiligen Regierungserklärungen oder eben kurz danach geschaltet also insofern gibt es ein großes Verständnis und ein großes Übereinkommen darüber dass Aufarbeitung beider deutschen Diktaturen nötig ist und auch staatlich zu fördern ist darin anschließend Herr Klaus vielleicht schon noch mal eine Frage wie erklären sie sich denn das handeln von damals also was motivierte die politisch handelnden damals dazu das alles so in die Wege zu leiten naja also wenn ich jetzt die Aufarbeitung der SED Diktatur anschaue begann die von unten also von den Betroffenen von den die Oppositionellen von 89 waren diejenigen die die Archive stürmten und damit die Akten sicherten und das nicht irgendwie sehr viel später ja es sind Akten vernichtet worden in diesem in diesem Wirren aber ein riesiger Teil der Akten sind gesichert worden wenn ich daran denke die Mauer fällt am 9. November 89 und wir haben die ersten den ersten Sturm im Dezember auf eine Stasi Zentrale am 15. Januar in Berlin dann das geht ja unglaublich schnell und der Staat funktioniert noch der Staat DDR funktioniert noch und sofort werden also sozusagen die Archive der Geheimpolizei und des Staatssicherheitsdienstes dort gestürmt die Bundesregierung nach dem auch im Vereinigungsprozess und danach war gezwungen sich damit auseinanderzusetzen und sie greift natürlich auf Erfahrungen zurück die die Bundesrepublik gemacht hat in der Frage der Aufarbeitung der NS-Diktatur und das insofern ist die Aufarbeitung des SED Unrechts natürlich insofern privilegiert als dass sie ja nicht bei Null anfängt sondern auf Mechanismen auf Strukturen auch auf Methoden der Aufarbeitung der NS-Verbrechen und vor dem Hintergrund gibt es ein großes Fundament dafür und trotzdem die Bewegung kommt von unten gewissermaßen von den Betroffenen den Oppositionen den Opfern auch ganz stark und die machen einfach öffentlichkeitswirksam deutlich dass das passieren muss und von daher wenn ich das sehe 1992 wird ja schon der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen also die berühmte GAUK-Behörde eingerichtet dann gibt es Enquete-Kommissionen zwei die sich mit der Aufarbeitung des SED Unrechtsrechts und letztlich daraus resultiert als auch Vorschlag als Votum gewissermaßen 1998 die Gründung der Bundesstiftung Aufarbeitung also so und parallel dazu laufen an vielen Orten des SED Unrechts in ehemaligen Gefängnissen sei das in etwa in Hohenschönhausen oder in Bautzen oder aber auch entlang der ehemaligen Grenze und auch in Berlin an der Bernauer Straße wo also eine Gedenkstätte eingerichtet wird aber auch an der innerdeutschen Grenze also da kommt es immer von unten von von Bürgerinitiativen bürgerschaftliches Engagement und dann das Volkswagenprinzip ein wunderbarer Botschafter ein wunderbarer Begriff ich habe das mir gleich aufgeschrieben das Volk wagt es und und dann setzt sich die Politik rauf und beginnt eine in vielen an vielen Orten eine institutionelle Förderung ob das dann vielleicht nur dass die jeweiligen Länder sind die eine Institution unterstützen oder auch der Bund und manchmal gibt es eben auch wie im Fall der Stiftung Berliner Mauer eine Mischfinanzierung das ist so ein bisschen der Hintergrund von und das ist geradezu freimaurerisch wie überhaupt der Titel unseres Podiums ja von aus der Dunkelheit so nicht das ist ja ich habe erst mich gewundert kommst du zu einer freimaurer veranstaltung weil es aber letztlich weil es ja auch bei den freimaurern um die erleuchtung geht es ist ja ein aufklärerischer gedanke es geht um die erleuchtung aber letztlich geht es den freimaurern ja auch um die würde des menschen und das ist ja eigentlich unser thema hier die würde des menschen und die frage nach freiheit gleichheit brüderlichkeit toleranz und humanität das alles wollen die freimaurer aber das wollen wir ja auch und insofern deckt sich das und der titel ist sehr wohl gewählt und jetzt zu ihrer frage wen erreichen wir wir haben aufgrund der und wen erreichen wir auch nicht das ist ja auch immer ein wichtiger punkt also wir haben in deutschland eine sich zumindest in den städten aber auch sonst wo eine sich schnell verändernde sich weiter diversifizierende gesellschaft und wir müssen darauf achten wir müssen Angebote Bildungsangebote entwickeln die die breite Bevölkerungs Zusammensetzung auch abdeckt also das heißt wenn wir heute in eine Schulklasse in München in Berlin oder auch im Ruhrgebiet oder in Hamburg oder auch in Dresden schauen dann haben wir ganz viele Menschen die nicht originär nur und immer schon in Deutschland gewohnt haben sondern kommen aus ganz vielen unterschiedlichen Hintergründen mit unterschiedlichen Familien Prägungen und Erfahrungen und für die ist vielleicht erst mal die deutsche Teilungsgeschichte ganz 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 weit weg erst einmal aber wenn man sozusagen in die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen reingeht und dann plötzlich hört naja also in der Familie so und so gibt es auch eine Fluchterfahrung beispielsweise aus Syrien oder aus anderen Teilen der Welt wir brauchen jetzt wir schauen gerade alle nach Afghanistan und so weiter also und dann wird auf einmal dieses Flüchtlingsschicksal diese gemachten Erfahrungen ganz nah und dann kann man eben auch eine Brücke bauen was heißt das weggehen aus einem aus der Heimat aus dem Zuhause von Freunden aus der Familie und kommt in ein neues Land in einen neuen Kontext und das sind Erfahrungen die viele viele Menschen heute machen müssen leider und die auch in Deutschland gemacht wurden natürlich unter anderen Rahmenbedingungen aber das kann man ja kontextualisieren und darum denke ich geht es damit auch die deutsche Geschichte die Teilungsgeschichte die Geschichte des Kalten Krieges und damit auch der Unterschied von Demokratie und Diktatur weiterhin zu vermitteln also tagesaktuell relevant bleibt Muss man sich da nicht auch an dieser Stelle selbstkritisch fragen ob wir also die Mehrheitsgesellschaft diese deutsch-deutsche Teilung und auch Wiedervereinigungsgeschichte sehr lange einfach zu ich nehme jetzt mal dieses Wort Bio-Deutsch erzählt hat also ohne ohne Rücksicht auf die auf das was hat diese Wiedervereinigung bedeutet für die für Vietnamesen in der DDR für türkische Zuwanderer in Kreuzberg oder so das hatten wir ja nie mit erzählt das scheint mir erst eine ja sehr junge Entwicklung zu sein ja das ist absolut richtig also ich glaube die vielleicht sage ich auch selbstkritisch ist unsere Geschichte ein bisschen zu schwarz weiß erzählt worden und ich glaube wir schauen mehr auf Grautöne nun also und wir bereichern und ergänzen unsere sozusagen unsere große Mastererzählung wenn man so will also natürlich und das ist ganz entscheidend wenn ich an die Botschaft von 1989 denke eine Mauer eine Diktatur wurde friedlich überwunden so das ist ja erstmal das Hauptnarrativ also das ist die tollste Botschaft aus meiner Sicht die Deutschland je produziert hat also Mauern und Diktaturen können friedlich überwunden werden wenn vorausgesetzt die internationalen Rahmenbedingungen günstig sind das war eben damals der Fall wenn man diese diese Botschaft erzählt das ist ganz wichtig aber dass diese dann ist aber trotzdem das was sie ansprechen dieser Mauerfall und diese Umbruchssituation im Jahr 1990 und dann in diesen Transformationsjahren auch danach hatte zur Konsequenz dass es für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung in Deutschland nicht nur positive Auswirkungen hatte das betrifft Sie haben es angesprochen beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund in West-Berlin zum Beispiel oder auch in anderen Teilen der alten Bundesrepublik das betrifft Menschen die als sogenannte Vertragsarbeiter in der BDR waren aus den sozialistischen Bruderstaaten sei es aus Vietnam sei es aus Kuba Angola Mosambik oder woher auch immer die plötzlich aus ihren gewohnten Verhältnissen Arbeitsverhältnissen rauskommen und plötzlich ist da was ganz anderes und es gibt eine Unsicherheit und diese Gestichten mitzuerzählen und es gibt dann in der Folge auch einen starken das wurde vorhin auch von Herrn Botschafter angesprochen einen Nationalismus und dieser Nationalismus in Deutschland in den frühen 90er Jahren heißt Übergriffe auf ausländische Menschen in Wohnheimen beispielsweise ob das in Rostock Lichtenhagen in Solingen oder Mölln oder eben auch in Hoyerswerda ist also das ist sowohl Ost wie West und das ist eben auch das sind Dinge die die man miterzählen muss und da sind wir dabei unseren Blick auch ein bisschen selbstkritisch dort zu weiten und das sind auch Geschichten die eingefordert werden von den Menschen heute Ja vielen Dank Herr Klausmeier für diese für diese Einblicke auch in die Arbeit wo man also sieht Herr Hule hatte sich ja dagegen ausgesprochen zu sagen dann jetzt ab diesem Punkt ist eine Transitional Justice gelungen man sieht aber glaube ich doch eben wie jetzt also wo man sagen kann wir sind mit der Aufarbeitung da sie eben auch staatlich gefördert und unterstützt es relativ weit wir sind gut aufgestellt was eben die Erinnerungslandschaft angeht und so weiter aber es kommen eben ja im Verlauf in diesem Prozess der Transitional Justice trotzdem neue Herausforderungen immer wieder auf uns zu von ganz unterschiedlichen Seiten und es fallen uns Aspekte auf die wir vorher so gar nicht mitbedacht hatten vielleicht als ein wenn ich darf einen Gedanken noch ganz kurz wir dürfen uns glaube ich vor allem nicht in Sicherheit wägen wir dürfen einfach nicht glauben dass wir fertig sind dass wir bereits alles beantwortet haben dafür ändert sich die Gesellschaft so schnell deshalb kommen immer wieder neue Fragen ich glaube das ist ganz wesentlich immer wieder auf die aktuellen Fragen die neu aufkommen zu reagieren oder vielleicht auch proaktiv anzugehen ich hatte sie alle auch gebeten passend zu unserem titel uns Fotos zu schicken oder Gegenstände mitzubringen Beispiele für das Licht der Aufarbeitung oder für das Ins Botschaft der Ski ich würde hier bitten die Bilder einzublenden die sie uns Frau Rosario Figari Laius geschickt haben vielleicht können sie uns erklären was wir da sehen ich weiß nicht welche Foto gerade gezeigt kann man das deutlich machen wir sehen das Bild von Jorge López ich höre jetzt hier nur die Dolmetscherin soll ich was zu dem Foto sagen ja bitte ich fand es eine wichtigste Foto zu zeigen weil leider das ist nicht eine der Lichter der Transitional Justice Julio López war ein Zeugen war ein Überlebender er wurde während der Diktatur entführt gefoltert und er hat überlebt und dann 2006 als die Strafverfolgungen möglich waren er war einer der Hauptzeugen gegen den Kommissar der ihn und viele andere in der Stadt La Plata gefoltert hat und der Paradox der Geschichte und ich glaube das ist auch warum muss man auch gucken was passiert noch heute ist das an dem Tag der Urteil er ist nie ins Gerichthof gekommen und er wurde wieder verschwunden und seine Statements seine Aussagen waren wirklich wesentlich um diese Person Echecolas heißt der Kommissar damit er ins Lebensgefängnis verurteilt wurde aber er ist bis heute verschwunden und das ist auch ein Zeichen er wurde auch bedroht wegen der Strafverfolgung stellen Sie vor 30 Jahre danach und bis heute man weiß nicht wo er ist seine Familie hat nach gefordert in der Stadt nach Ermittlungen wer sind die Täter von seiner Zweite verschwinden lassen leider und ich finde es wichtig auch wenn man redet auf das Recht auf Wahrheit die Sie auch vorher gesprochen haben was bedeutet das ja und das bedeutet auch dass die Stadt verpflichtet nicht nur die Dokumente und die Orte der Folter oder von Verbrechen zu bewahren sondern auch die Leute die Opfer die Zeugen die an diesen Aufarbeitungsprozessen teilzunehmen müssen auch geschützt werden von der Stadt aktiv müssen auch bestimmte Maßnahmen genommen damit auch diese Personen die Wahrheit weiter erzählen können sonst es gibt keine Gerechtigkeit und deswegen fand ich wichtig das Foto zu zeigen weil es ist auch eine aktuelle Förderung auch von Menschenrechtsorganisationen und klar von seiner Familie Sie haben uns noch ein zweites Foto geschickt das zeigt jetzt das Licht das ist ein Foto von der Provinz von Santiago del Estero in Nordargentinien und das sind drei Jubel lebende auch sie waren ehemalige politische Gefangenen und das Foto die sich halten ist von einer politischen Gefangenen die ermordert wurde in Santiago del Estero und diese Emotion war das Ergebnis nachdem sie das erste Urteil in der Provinz gehört haben gegen die Mörder so 30 Jahre danach auf wurde verurteilt wurde nach 30 Jahren gab es Gerechtigkeit und das ist die Emotion die sie jetzt nicht glauben können dass nach 30 Jahren gab es ein Urteil gegen die Täter des Mordes von Cecilio Kamenevsky ist das Foto stellen Sie vor das ist auch wichtig zu sagen die Strafverfolgung geht nicht nur um die Bestrafung der Täter hat auch andere Wirkungen wie Anerkennung von Opfern Anerkennung von Rechten auch das Brechen des Schweigens die Möglichkeit mehr ist auch die Suche nach Wahrheit durch Ermittlungen Deswegen finde ich wichtig zu sagen Und Sie haben uns noch ein drittes Foto mit Das ist ein symbolisches Foto von einem Gerichtssaal in der Provinz von Tukuman wo das Publikum kommt weil diese Strafverfolgungen sind öffentlich und Schulen gehen auch dazu um über die Vergangenheit zu lernen Es gibt ein staatliches Programm die Schule ab 16 Jahre alt in strafrechtliche Verfolgungen aber dann wurden die Fotos von den Verschwundenen die Opfer die Fälle die in diesem Prozess verurteilt werden und das war alle Personen die verschwunden sind und das war eine Art und diese Anwesenheit ein bisschen zu Anwesenheit zu machen und deswegen haben sie in Plätze wo die Leute sich setzen die Bilder und das ist ein bisschen symbolisch wie die Verschwundenen sind jetzt auch da Ja Vielen Dank Frau Figari Lajus Sie zeigen uns eindrücklich die Fortschritte auch die Herausforderungen des Aufarbeitungsprozesses in Argentinien Sie sagen schon das Recht auf Wahrheit bedeutet ja für die Opfer aber für die Gesellschaft unglaublich viel da eine Frage dazu bevor wir weiter gehen wie ist es mit der Versöhnung was bedeutet da die Versöhnung für Sie und was verstehen Sie da unter Versöhnung Ja Versöhnung es ist ein sehr komplexes Konzept muss man sagen und ich glaube die Bedeutung kann je nachdem den Kontext variieren und man kann auch auf verschiedenen Ebenen analysieren ja auf politische Ebene auf gesellschaftliche Ebene und auch auf persönliche Ebene und die Frage ist wer soll sich mit wem versöhnen ja und welche vielleicht Bedingungen sind notwendig damit es Versöhnung gibt und dann wenn wir auf die Frage kommen so welche Voraussetzungen und das Problem ist auch dass in Argentinien das Wort von Versöhnung wurde immer manipuliert und politisch angewendet um Amnestien Gesetze oder Begnadigungen zu rechtfertigen so es ist oft verstanden als ein Synonym von Straflosigkeit dieser Diskurs von wir gucken jetzt nach vorne in der Zukunft wir müssen die Vergangenheit lassen und uns alle versöhnen ja aber es gibt nicht wenn wir Versöhnung verstehen als die Versöhnung zwischen Opfer und Täter das ist nicht möglich ohne Reue das ist nicht möglich ohne Kooperation das ist nicht möglich ohne eine Bereitschaft dafür ohne was bedauert zu haben was gemacht wurde und das ist nicht der Fall in Argentinien dann auch klar die persönliche Versöhnung wenn jemand entscheidet das ist eine persönliche Entscheidung ob man entscheidet so der Täter oder die Person die mich gefoltert hat zu vergeben das ist nicht genau das gleiche aber aber das Problem ist wie dieses Konzept auf politische Ebene benutzt wird und es wird auch gesagt wir uns versöhnen uns alle wer hat die Macht oder die Entscheidung um sowas zu bestimmen was vielleicht man sagen kann und ich finde deswegen waren auch diese Strafprozesse wichtig man redet vielleicht dass viele Opfer in Argentinien während der Diktatur aber auch danach wurden stigmatisiert wurden auch diskriminiert wurden sogar in vielen Fällen auch vorantwortlich gemacht was sie gemacht haben und wenn man die Wahrheit aufdeckt durch Strafprozesse durch Wahrheitskommission und man weiß was passiert ist das hilft auch dafür dass andere Gruppen der Gesellschaft verstehen was passiert ist und es war tatsächlich so nicht in der Hauptstadt wo die Menschenrechtsorganisationen stärker sind und viel Arbeit gemacht haben von unten aber im Norden in anderen Provinzen wo es konservative Strukturen gab und noch Täter auf lokaler Ebene der Administration zum Beispiel dass viele Leute durch die Prozesse haben Zugang zu Informationen gehabt die vorher waren ein Tabu oder wurden nicht darüber gesprochen und dann viele Opfer haben gesagt nachdem sie in Strafprozesse teilgenommen haben haben sich auch andere Nachbarn zum Beispiel Leute die sie kannten sogar Familien Angehörigen die vorher mit den Niedersprachen haben sich genährt und wollten mehr darüber sie haben angefangen sie die Opfer oder die Zeugen in die Schule einzuladen damit sie ihre Geschichte erzählen Interviews machen was vorher nicht der Fall war also es hat noch mal weitere Aufarbeitung nach sich gezogen hier haben wir auch noch per Mail die Frage bekommen sie hatten ja das Foto gezeigt Präsente von die Erinnerung an die Verschwundenen gibt es da auch ein öffentliches Gedenken an die Verschwundenen in Argentinien heute es gibt mehrere eigentlich in vielen Provinzen und das wird auch so es gibt auch eine Erinnerungspolitik von der nationalen Stadt die Gedenkmale unterstützt auch zum Beispiel das Parque de la Memoria im Buenos Aires Stadt es gibt auch eine Mauer mit den Namen der Verschwundenen es gibt schon mehrere Initiativen dazu und auch es gibt diese Orte der Erinnerung heißt das das sind die damalige in der Mehrheit der Fälle damalige Inhaftierungslage die heute als Museen geöffnet werden und auch so diesen Austausch und diese pädagogische Funktion haben mit Schulen mit der Gesellschaft sie bieten auch Führungen so ein bisschen ähnlich wie vorher auch erzählt wurde ich glaube sogar es gab viel Austausch zwischen deutschen Museen und auch argentinischen Museen ein bisschen voneinander zu lernen Und diese Gedenkstätten und Museen sind die zivilgesellschaftlich getragen vor allem oder gibt es da durchaus staatliche Anbindung Die wichtigste oder eine größere Infrastruktur haben sozusagen sind stadtlich finanziert Aber klar es gibt auch Initiativen der Zivilgesellschaft auf lokaler Ebene oder Markierungen auf den Straßen auch wo die Leute so festgenommen wurden oder entführt wurden Aber diese großen Denkmale und die Museen werden von der Stadt unterstützt und finanziert Vielen Dank Das führt uns schon weiter nach Taiwan und zum nächsten Bild Herr Botschafter Xi wird uns gleich erklären was es damit auf sich hat eine Geige Ja Auf dem Foto sehen Sie einen Mann wie in einer Geige und der Mann hat im Alter von 22 im Jahr von 1952 15 Jahre auf diese grüne Insel das ist sozusagen die Golaj also sowjetische Golaj Archipel aller Taiwan Er hat dort 15 Jahre in Gewinnitz gesessen zusammen mit vielen anderen Er hat noch Glück gehabt viele sind gestorben nicht mehr zurück kehren konnten und die Geige die er jetzt in der Hand hat hat er eigenhändig hergestellt auf dieser Insel und zwar mit Holz vom schiffrückigen Boden und die Deutschen schiffrück schiffrück die haben alle friedliche politischen kann werden schiffrück erleiden müssen und diese Geige als ich vor ungefähr zehn Jahren oder ein bisschen noch länger zum ersten Mal gesehen habe das hat richtig an mein Herz gerührt denn es haben nicht nur einer auf dieser Insel im Laufe von 20 Jahren 30 Jahren es haben mehrere Leute versucht eine Geige zu bauen viele davon waren Ärzte viele waren Intellektuelle alle fast durch die Bank taiwanische Intellektuelle die viele vom Beruf waren Ärzte und diese Musik diese Geige hat er ein Jahr hat er gebraucht er selber ist ein Maler und ein Fotograf hat er gelernt und ein ganzes Jahr hat er an diesem Holz gebastelt und hat er dann die Geige war für die Tochter seine Schwester bestimmt und heute wo befindet sich heute diese Geige die wird ausgestellt in diesem Green Island Hotel Human Rights Museum auf dieser Insel die ich auch persönlich damals für meine Talkshow besucht habe und das war die Geige die Musik und auf der anderen Seite die sind alle mit Gewalt dahin verschleppt wurden und Geige ist sozusagen die Musik das ist sozusagen der Geist gegenüber dem physikalischen Leiden und das ist für mich und für viele Leute ist das ein Symbol einmal für das Licht für den Mut denn das Geheimnis der Freiheit ist Mut und dieser Mut das ist wie dem Englischen Mut und Mut das heißt die innere Bewegung und diese innere Bewegung kommt sehr gut zum Ausdruck mit der Musik und das ist so für mich und viele Taverna das ist die Hoffnung auf eine Zukunft wo der Geist nicht unter dem physikalischen der physikalischen Gewalt leiden sollte ich möchte aber hier noch hinzufügen das andere Problem ich habe vorhin vom Patriotismus gesprochen ganz aktuelles Thema ist dieser Patriotismus von diesen einmaligen Diktatur KMT die es gibt einen Schulteschluss das heißt KMT und das kommunistische Regime die Vertragten die Aufarbeitung der Vergangenheit im Zucht der Demokratisierung und das bedeutet die Herausbildung der Taiwanischen Identität das ist sozusagen wiederum ein Hochverrat für beiden Chinas und das ist unser Problem und mit dieser Geige würde ich sagen für uns Taiwaner die den Übergang von der Diktatur zur Freiheit geschafft haben für uns die Freiheit und vor allem auch die Redefreiheit sozusagen die erste Geige und ich darf hier noch sagen für uns ist die Freiheit wenn es eine Wiedervereinigung zwischen Taiwan und China geben sollte dann darf so Freiheit das Ziel sein für diese Wiedervereinigung nicht der Preis dafür ich ich auch unsere Freiheit ich bin aufgewachsen unter dieser Diktatur Zeit ich kenne den Unterschied zwischen Redefreiheit und ohne Redefreiheit daher habe ich unsere heutige Redefreiheit neben diesem Volkswagen Prinzip habe ich diese Redefreiheit auch einen deutschen Namen gegeben und diese Redefreiheit von Taiwan in der Demokratie nenne ich Lebewurst Redefreiheit das bedeutet wir reden frei von der Lebeweg was die Kommunisten uns sagen ist uns Wurst die Aufarbeitung der Vergangenheit kann insofern die Hoffnung setzen auf diese Geige auf diese wichtig ist ist nicht gekauft ist eigenhändig einem sozusagen Schicksals Schiffbrüchigen diese Geige die für die Lebewurst ja auch steht die ist heute also dieser Einsatz für die Freiheit ist heute zu sehen in einem Museum Green Island Human Rights Culture Park das eingerichtet wurde vielleicht können Sie ganz kurz sagen welche Aufgabe in der Aufarbeitung und welche Rolle nimmt dieses Museum zusammen auch mit dem National Human Rights Museum zu dem es gehört heute in Taiwan ein ganz kurz weil wir haben noch weitere Beispiele und wollen die auch noch hören die Geschichte der Vergangenheit an den Tag zu fördern einmal das zweitens die symbolischen die diktatorischen Symbole sollen auch weggeschafft werden und Gesetzesvision die Leute die darunter geliehen haben auch sozusagen auch wieder an ihre Gerechtigkeit gelangen damit sozusagen die Versöhnung oder das beidseitige Vertrauen auch hergestellt werden und das ist insofern wichtig aber auch schwierig weil Taiwan in diesem Fall sozusagen in der Zwickmühle gesteckt wurde vom inneren China und von draußen das andere China das ist das aber wir vor allem die jüngere Nation wir sind guter Hoffnung und wir werden mit Unterstützung von der wir draußen gemeinsam diese Schwierigkeiten überwinden können das hoffe ich Vielen Dank Professor Schie für diese Einblicke wir gehen weiter nach Russland und Herr Petrov ich weiß nicht ob Sie einen Gegenstand haben wir haben sonst hier auf der Seite von Memorial ein sehr schönes Beispiel für das Licht gefunden nämlich die Aktion Was Vraschene im Yon also die Rückkehr der Namen ganz ähnlich fällt mir auf zu der Aktion aus Argentinien die Sie vorgestellt haben Frau Figari Lajus den Präsente Herr Petrov vielleicht können Sie uns kurz sagen was sehen wir hier auf diesen Bildern eine lange Schlange von Menschen was machen die da Ja das ist eine sehr symbolische Sache die wir organisiert haben vor etwa 20 Jahren und das war am Tag der politischen Gefangenen der wird Ende Oktober begangen und die Menschen haben dort laut die Namen der Menschen genannt die unter Repressionen gelitten hatten das ist sehr bedeutsam sehr viele Menschen hatten sich hier versammelt das macht man ja nicht es macht man regelmäßig es war nicht immer gutes Wetter manchmal hat es geschneit oder war sehr kalt aber die Menschen kommen trotzdem und nennen die Namen der Opfer des sowjetischen Systems und sie fügen auch etwas von sich hinzu manchmal erzählen sie von ihren Verwandten die erschossen wurden oder sie machen politische Ansagen über die aktuelle Situation in Russland und im letzten Jahr fand diese Aktion aufgrund der Pandemie online statt als virtuelles Treffen aber ich hoffe dass es in diesem Jahr möglich sein wird dass wir uns im normalen Format treffen können und was die Fotos angeht da möchte ich noch hinzufügen dass sich natürlich jeder vorstellt jeder kennt das Bild vom Akademie Mitglied Sacharraf das ist ein Repräsentant für uns bis heute Sacharraf hat gegen den ganzen Staat gewonnen und er konnte deswegen gewinnen weil er recht hatte und der Staat hatte Unrecht und das geht alles heute weiter in Russland und Sie kennen sicherlich das Bild von Alexei Nawalny er ist wieder einer der gegen den ganzen russischen Staat aufsteht er hat sehr viel Unterstützung der russischen Gesellschaft bekommen in der Sowjetunion war das anders Sacharraf war wirklich allein es gab nur sehr wenige Dissidenten und es gab eine große Propagandakampagne gegen Sacharraf heute erleben wir dasselbe und die Geschichte der Repressionen in der russischen Föderation geht leider bis heute weiter und wir versuchen etwas dagegen zu unternehmen wir versuchen damit Erfolg zu haben es ist ja ein Beispiel für eine zivilgesellschaftliche Aktion die eben wie Sie schon sagten seit mehreren Jahren von Memorial organisiert wird an ganz verschiedenen Orten in Russland los ging es eben an der Lubyanka in Moskau also vor dem ehemaligen KGB gibt es denn irgendwelche ähnlichen Aktionen von staatlicher Seite gibt es denn irgendwas Vergleichbares wir haben gehört in Argentinien wird auch öffentlich an Verschwundene erinnert gibt es sowas in Russland heute oder ist das Aufgabe der Zivilgesellschaft Let me say that's in Russian Federation in der russischen Föderation organisierte Memorial solche Aktionen auch in anderen Städten in Sankt Petersburg Sandarmog wo es Massen Erschießungen gab dort gab es so eine Aktion im August dort wurden auch Namen genannt und im ganzen Land in allen russischen Regionen gibt es irgendwelche Gedenkveranstaltungen für Menschen die umgebracht wurden oder die anderweitig bestraft wurden Ich denke dass wir sehr viel Material haben an das wir erinnern müssen und können aber der politische Wille im Staat das zu tun ist gering wir haben eigentlich nur die Zivilgesellschaft Das Erinnern bleibt Aufgabe der Zivilgesellschaft bislang in Russland Herr Klaus Mayer Sie haben uns auch etwas mitgebracht Kein Foto Kein Foto Sehen Sie es mir nach Ich halte es hier vor Es ist natürlich ein Stück der Berliner Mauer Wie könnte es anders sein und dieses Stück ist natürlich ein weltweit verständliches Symbol Es ist vielleicht etwas plakativ Aber was es ist ist vor allem es ist das Zeichen für eine überwundene Diktatur und es ist der das Zeichen für gewissermaßen einen unbändigen Drang nach Freiheit und es ist zugleich eben auch das Symbol dafür dass wenn Mauern gebaut werden wenn Regime meinen mit Mauern sozusagen die Bevölkerung beherrschen zu können dann kaufen sie sich Zeit aber der Drang nach Freiheit der ist da und er ist eine gewisse Zeit lang vielleicht zu unterdrücken das mit massiven Mitteln mit Gewalt mit Repression mit Horror aber hier in Berlin und in Deutschland ist es hartes gezeigt insofern ist dieses Teil hier auch ein Symbol für Hoffnung für Hoffnung in anderen Teilen der Welt dass Diktaturen friedlich überwunden werden können und insofern ist mir das ganz wichtig das liegt ich will nicht aus dem Büro gucke ist es gegenüber es liegt aber auch hier auf meinem sozusagen Regal zu Hause wo ich jetzt gerade bin es begleitet mich und das ist ich finde das auch wenn es ist allgemein weltweit verständlich jeder weiß was eine Mauer kann und tut eingrenzen oder ausschließen nach innen wirken nach außen wirken all das zeigt diese Mauer dieser Mauerrest diese Spur hier und ich glaube dass dieses Symbol gerade in diesem Kontext in dem wir hier diskutieren auch sehr gut verstanden ist ähnlich wie die Beispiele der Kolleginnen und der anderen Kollegen weil es letztlich immer wieder um das Leid der Menschen geht und über die Überwindung des Leids der Menschen insofern habe ich habe ich mich getraut das zu nehmen wo es doch so einfach ist aber es ist berufsbedingt natürlich ja es ist ja quasi nicht nur berufsbedingt wahrscheinlich schon Pflicht für einen Leiter der Stiftung Berliner Mauer ein Mauerstück mitzubringen aber es ist auch interessant weil Sie haben Recht ein Symbol das jeder sofort versteht diese Überwindung der Mauer Symbol der Freiheit gleichzeitig da fängt ja dann die Arbeit der Transitional Justice erst an also es ist auch wenn ich an das denke was Sie vorhin sagten Herrn Klaus Mayer kann es heute auch nochmal der Stein sein der uns immer wieder stupst und uns sagt die Arbeit ist nicht vorbei wir dürfen uns nie zufrieden geben an keiner Stelle es ist der Stein im Schuh der uns drückt und drücken sollte wenn es darum geht Transitional Justice eben wirklich ernst zu nehmen und zu zu einem zu einem Prozess zu bringen der im Grunde wie wir ja auch heute schon gesagt haben niemals aufhören wenn wir ihn ernst nehmen damit habe ich quasi auch schon von Ihnen angeregt Herr Klaus Mayer ein Schlusswort zu unserer Diskussion hier gesprochen ich danke Ihnen allen ganz ganz herzlich für die Einblicke die Sie uns heute gegeben haben wir haben sehr viele ganz unterschiedliche Punkte gestreift ja wären wir hier alle in einem Zimmer würde ich sagen bei einem Glas Wein können wir es noch mal vertiefen das kann ich jetzt leider nicht sagen dafür hat uns der virtuelle Raum hier aber die Möglichkeit gegeben alle hier aus den unterschiedlichsten Ländern gemeinsam zusammen zu kommen die Zuschauer hatten die Möglichkeit ihre Fragen mit einzubringen in die Runde Ihnen allen ganz vielen herzlichen Dank dafür vielen Dank auch noch mal an Herrn Hule und last but not least an die Dolmetscherinnen die diese internationale Verständigung hier überhaupt möglich machen ja ich entlasse damit Sie und alle in die Pause ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen es geht hier weiter um 13 Uhr 30 mit einem zweiten Panel und dieses zweite Panel beschäftigt sich mit der Frage Aufarbeitung ohne Ende oder die Zukunft der Aufarbeitung so knüpft genau da an wo wir jetzt aufhören ich danke Ihnen ganz herzlich allen noch mal fürs dabei sein machen Sie es gut und bis bald auf Wiedersehen Danke Vielen Dank. Danke. 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 Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. 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 Vielen Dank. 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 Und... Und... Also... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... Das ist schön. Sie merken schon, ich bin nicht Alexander Storbach. Ich habe das übernommen vom Kollegen gerade. Mein Name ist Christian Fischer. Ich bin Bundesstiftung, steht das da, ja. Mein Name ist Christian Fischer. Hallo, Herr Fischer. Hallo. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch... Herr Meckel fehlt uns noch. Gut, Sie sind willens und bereit. Wir haben noch etwa zehn Minuten und dann geht es los. Wunderbar. Gut, danke erst mal. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Danke. 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 eschiquer. Danke. Thank you. Danke. Danke. Vielen Dank. 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 Was heißt Aufarbeitung? Was muss vielleicht im 21. Jahrhundert noch stärker betrachtet werden? Jede Generation hat das Recht, eigene Fragen zu stellen. Wie verändert das die Aufarbeitung in ihren Ländern? Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt unsere fünf Gäste vorstellen darf. Bei uns ist Frau Dr. Radka Denemarkova, Autorin aus Prag. Bei uns ist Bartholomäus Grill, Journalist, Autor verschiedener Bücher und jemand, der sich lange auch mit der Vergangenheitsbewältigung, der Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Vergangenheit in afrikanischen Ländern auseinandergesetzt hat. Es ist uns aus Kapstadt zugeschaltet. Ich springe zurück nach Europa. Es ist in Tallinn, in Estland zugeschaltet, Herr Dr. Melis Maripu vom Esti-Mali-Institut. Und es ist uns aus Portugal zugeschaltet, Herr Prof. Dr. Luis Farinha. Und es ist last not least aus Berlin, das ist jetzt von hier aus gesehen nicht ganz so weit zugeschaltet, Markus Meckel, den ich auch herzlich begrüße. Ich darf Ihnen unsere Gäste detailliert vorstellen. Frau Dr. Radka Denemarkova ist Autorin, sie ist Schriftstellerin, Dramatikerin und Essayistin und auch Übersetzerin. Sie wurde mit vielen Preisen geehrt für Bücher, die sich mit der Vergangenheit in ihrem Land oder der Vergangenheitsbewältigung in Tschechien auseinandersetzen. Längst nicht nur in Tschechien, so hat sie inzwischen auch einen Band, der demnächst erscheint, verfasst, der sich befasst mit der kommunistischen Diktatur in China. So weit wollen wir jetzt nicht gehen. Wir bleiben bei Ihrem Blick auf Tschechien. Frau Denemarkova, was kennzeichnet die Situation in Tschechien momentan und die Aufarbeitung eben der kommunistischen Vergangenheit, aber vielleicht auch in Relation zu den nationalsozialistischen Verbrechen. Ich muss sagen, ich war wirklich in der spannenden Zeit und was in Tschechien los ist, das kann ich nicht von Osteuropa trennen. Und ich habe vor dem Jahre 1989 gelebt und diese großen Hoffnungen nach dem Jahre 1989, die haben wir irgendwie verloren. Und das ist jetzt meine Frage heute, warum so viele osteuropäische Länder Autoritätssysteme und Diktaturen so immer interessant sind. Es ist soweit in Ungarn, in Polen, in Russland sowieso und leider auch in Tschechien. Und wir haben zum Beispiel ganz konkret zu sagen, Staatspräsidenten und Premieren, die Mitarbeiter der Staatssicherheit waren vor dem Jahre 1989. Und auf einmal diese Verbindung mit dem Neoliberalismus und mit dieser konsumorientierten Gesellschaft ist auf der ersten Stelle. Und wir haben die eigentlich von Westen nicht diese demokratischen Werte übernommen. Und immer wieder in diesen Ländern zeigt sich, dass wir immer wieder Richtung Russland oder China heute gehen. Und das hat uns vor allem Ungarn auch gezeigt, wenn wir die Demokratie verlieren, das geht nicht auf einmal. Und das geht wirklich Zentimeter um Zentimeter. Und also Sie haben gesagt, ich darf nur kurz sprechen. Das müsste jeder Stunden, Stunden darüber reden. Aber so ist, meine ich, das größte Problem von Osteuropa allgemein. Ja, vielen Dank. Es ist ja nur eine einleitende Bemerkung von Ihnen. Sie dürfen natürlich noch ins Detail gehen. Dafür haben wir den ganzen Nachmittag gewissermaßen. Vielen Dank für diesen kurzen Blick und gleich Ihre Betrachtung zu der Verbindung zwischen Aufarbeitung und autoritären Systemen oder autoritären Tendenzen. Was auch etwas ja mit Exkulpieren oder Tendenzen zur Exkulpierung, zur Entschuldigung von Verbrechen der Vergangenheit zusammenhängt. Wir werden das aufgreifen. Vielen Dank. Ich springe ganz weit weg, nämlich nach Südafrika zu Bartholomäus Grill. Herr Grill, Sie sind Korrespondent in Afrika. Ich sagte, Sie sind in Kapstadt. Sie waren für die Zeit und für den Spiegel tätig und Sie befassen sich auch in Büchern mit der europäischen Kolonialgeschichte, einerseits aber auch mit der Geschichte oder der Aufarbeitung der Geschichte oder der Verbrechen in afrikanischen Ländern. Typisch oder sehr, sehr markant in der Aufarbeitung in Afrika ist ja das Prinzip der Wahrheitskommission. Können Sie uns darauf einen kurzen Spot werfen, bitte? Die Wahrheitskommission in Südafrika war einer der großen Versuche, die Vergangenheit kollektiv zu bewältigen. Es war ein Prozess, der sich über zwei Jahre hinzog, durch Anhörungen, die im ganzen Land stattfanden. Und es ging darum, dass Täter, die Menschenrechtsverletzungen während des Apartheid-Regimes begangen haben, die Wahrheit über ihre Untaten erzählten. Wenn diese Verbrechen politisch motiviert waren, wurden sie sozusagen belohnt mit einer Amnestie. Der Abschlussbericht umfasst 6.000 Seiten und darin sind über 1.000 Opfer aufgelistet. Aber zu den Ergebnissen und Folgen und Sinnhaftigkeit dieses Unternehmens kommen wir vielleicht im Verlauf der Diskussion. Ja, das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen jetzt, darf Ihnen jetzt Herrn Prof. Dr. Luis Fariña aus Lissabon vorstellen. Herr Prof. Fariña ist Historiker. Er war bis 2020 Direktor des Museo Al Jube, Resistencia e Liberdade. Mein Portugies ist sehr schlecht. Es handelt sich um das große Widerstands- und Freiheitsmuseum in Lissabon. Und jetzt leitet er ein anderes Museumsprojekt. Und er war Direktor des Instituts für zeitgenössische Geschichte der Universität Lissabon. Er hat viel zur Salazar-Diktatur und ihren Folgen geforscht. Wie würden Sie heute die Situation in Portugal beschreiben? Ist die Geschichte präsent? Wie wird mit den Verbrechen umgegangen? Und wie würden Sie die Erinnerungspolitik in Ihrem Lande charakterisieren? Hallo, guten Tag erstmal zusammen. Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich Sie leider nur sehr schlecht höre. Das liegt nun nicht an der Ausrüstung, sondern wegen der Langzeitfolgen von der Corona-Impfung, die ich vor einigen Tagen erst habe. Ich höre leider sehr schlecht momentan. Gestern habe ich Jacqueline gesagt, Mensch, ich habe fast irgendwie entschieden, dass ich heute nicht teilnehmen kann. Aber dann dachte ich, ich gebe mein Bestes und ich entschuldige mich schon im Voraus. Aber zum Thema, ja. Die Situation in Portugal ist in der Tat sehr komplex. In den letzten 15 Jahren des demokratischen Systems sozusagen hat sich die Situation verkompliziert. Dieser klare Bruch, den man sich vorgestellt hat, der ist tatsächlich nie geschehen. Wir haben eine komplexe Geschichte. Die Geschichte ist viel größer als unser Land oder unsere Landmasse. Und ohne dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, kann ich sagen, dass viele Portugiesen unsere eigene Geschichte eigentlich gar nicht verstehen. Insbesondere auch die Diktatur und das kritische Denken oder auch die philosophischen und historischen Herangehensweisen sind nicht so ausgeprägt. Im letzten Jahrhundert gab es drei Transformationen. Zwei davon waren große, das waren Revolutionen. Alle innerhalb eines Jahrhunderts. Aber in den letzten Jahrzehnten, und das ist vielleicht am wichtigsten, da haben wir tatsächlich erst die imperiale Ära 500 Jahre des portugiesischen Reiches eigentlich abgeschlossen mit der Dekolonialisierung der früheren Kolonien. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Prozess, dass man sich nun mit den Minderheiten, die in Portugal leben, anders auseinandersetzt. Das sind Minderheiten, die aus afrikanischen Ländern kommen, aus Südamerika. Und natürlich auch mit den anderen Minderheiten, die ins Land strömen. Wir haben also drei Phasen durchlaufen bis heute. Der erste Zyklus war sehr kurz und war charakterisiert durch die legale Aufarbeitung. Die Täter wurden vor Gericht gestellt. Und das ist mehr oder weniger abgeschlossen. Dann haben wir eine zweite Phase. In der Zeit sind Erinnerungsstätten entstanden. Einige waren davon erwünscht, andere erlebten Widerstand. Und die dritte Phase, die letzte Phase, die heute stattfindet, ist eine Zeit, in der es um das Recht auf Erinnerung und Wahrheit geht. Es wird gefragt, ob wir die richtigen Erinnerungen haben und die richtige Wahrheit dargestellt wird. Tatsächlich gibt es Sichtweisen, dass die Täterschaft und die Opfer vielleicht nicht richtig dargestellt werden. Und manche Aspekte der Diktatur werden eben heute versucht zu instrumentalisieren durch die Politik. Wir haben neue populistische Parteien, die die Situation versuchen, für ihre Zwecke zu nutzen. Und das ist eine schwere Frage für uns. Wir haben zum ersten Mal Parteien und auch eine Geschichtsschreibung, die das Erbe von Salazar für sich beanspruchen. Und das ist das erste Mal, dass wir uns diese Fragen überhaupt stellen müssten. Ja. Vielen Dank. Das ist wiederum ein Aufrufen verschiedener Punkte, die schon jetzt ja Parallelen haben. Zum Beispiel sehe ich eine Parallele zu der Instrumentalisierung, von der Frau Danemarkowa auch sprach, der politischen Instrumentalisierung, die es sicherlich auch in anderen Ländern gibt. Dann fiel das Stichwort die richtige Wahrheit. Was die richtige Wahrheit ist, ist natürlich in der Tat eine Schlüsselfrage oder ob es nicht vielmehr viele Wahrheiten sind. Viele Wahrheiten sind es bestimmt auch in der Aufarbeitung der Geschichte in Estland. Lieber Herr Maripu, ich darf Sie vorstellen, Dr. Melis Maripu ist Historiker in Estland und aus Estland. Er ist spezialisiert auf die Zeit der deutschen Okkupation, 1941 bis 1944 in seinem Land, aber auch immer wieder beschäftigt mit der sowjetischen Okkupation seit dem Jahr 1940. Sie haben, Herr Maripu, an der Estnischen Stiftung zur Untersuchung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit gearbeitet und sind seit 2009, also wirklich schon lange, im Estnischen Institut für das historische Gedächtnis und sind dessen Vorstandsvorsitzender. Für das deutsche Publikum sei gesagt, das ist in etwa die vergleichbare Institution zu unserer Stasi-Unterlagenbehörde. Nicht ganz vergleichbar in allen Funktionen, aber eben von der Idee her. Ich würde gerne von Ihnen auch zu Anfang wissen, womit kämpfen Sie momentan am meisten? Wie würden Sie die Situation der Aufarbeitung der doppelten Diktatur in Ihrem Land heute charakterisieren? Danke für diese Frage. Wenn wir begleichen die Situation in verschiedenen Ländern, wo über wurde gesprochen, auch gestern und heute schon, dann ist das Estnischen bestimmt in einer besonderen Situation, weil wir Erfahrungen mit zwei verschiedenen autoritären Regimen hatten. Das gibt für die Historiker von einer Seite eine gute Möglichkeit, in vielen verschiedenen Themen mitzuheben. Wir können uns äußern, sozusagen überall, bei allen Themen, was mit diesen Regimen irgendwie in Kontakt sind. Aber natürlich von einer anderen Seite bedeutet das ein größeres innere Problem. Weil immer wieder, wenn wir zwei Regimen haben, die beiden Regimen sind slim gewesen, dann wollen Leute fragen, welcher Regime besser war, welcher war schlimmer. Aber das ist eine Antwort, wo die Historiker nie antworten möchten und nie antworten können, weil sowieso die Regimen sind verschiedene gewesen. Und es ist sehr... Die Leute haben verschiedene Erfahrungen, persönliche Erfahrungen. Wir können nie entscheiden, dass ein Regime schlimmer war als der andere. Wie unsere Leute heute damit umgehen, muss man sagen, dass es nicht im Mestland mehr so ein Tagesthema ist. Weil diese Generationen, die besonders die deutsche Okkupation miterlebt haben, sind schon im Höhealter. Sie sind bald weg. Und es gibt nicht viele Leute, die aus eigener Erfahrung diese Regime vergleichen können. Und die jüngeren Generationen sind oft nicht sehr interessiert, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Aber doch ab und zu kommen dir vielleicht Journalisten oder Literaten und wollen doch diese Regime vergleichen. Und dann fragen sie natürlich von Historiken, wie es dann eigentlich gewesen ist. Weil Historiker an diese Fragen antworten müssen. So muss ich sagen, dass für die Historiker ist das nicht so eine brennende Frage heutzutage, diese Regime zu vergleichen. Vielleicht ist das sogar mehr Problem für Leute außerhalb Estland. Weil diese Leser oder Interessierte, wer über die Estland-Geschichte lesen, verstehen nicht immer diese Hintergründe. dass wir zwei verschiedene Regime hatten und dass unsere Erfahrung anders ist. Und besonders, wenn jemand liest, so ein Artikel, was für eine Estnische Republik gezählt ist vielleicht, dann bleiben viele Fragen offen und dann muss man erklären, warum eine oder andere Sache genauso erklärt ist. Ja, haben Sie vielen Dank. Sie haben jetzt einen Punkt angesprochen, und der gilt sicherlich auch für die Situation weltweit, kann man ja bei dieser Zusammensetzung des Podiums sagen, nämlich das Sterben der Zeitzeugen, dass die Zeitzeugenschaft eine ganz besondere Möglichkeit ist, einen Blick in die Vergangenheit, auf die Vergangenheit, Verbrechen zu werfen. Opfer erzählen anders als Täter, meist erzählen auch eher die Opfer als die Täter und die Situation, dass diejenigen, die die Verbrechen des 20. Jahrhunderts selbst erlebt haben, allmählich hochbetagt sind oder gar nicht mehr unter uns, verändert sicherlich die Möglichkeit, mit der Geschichte umzugehen. Das ist etwas, was auch in unserem Land, natürlich in Deutschland, die Aufarbeitung verändert. Vielen Dank, Herr Maripour. Ich darf Ihnen Markus Meckel vorstellen. Markus Meckel ist evangelischer Pfarrer und er ist einer der Protagonisten der friedlichen Revolution, der Oppositionsbewegung und dann der friedlichen Revolution und er ist mit einem Freund zusammen, hat er die Neugründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR initiiert, die damals noch SDP und nicht SPD hieß. Er hat diese Partei auch am zentralen runden Tisch vertreten und nach den einzigen und letzten freien Wahlen, einzigen freien und letzten Wahlen in der DDR. So rum führte er zeitweise seine Partei und war als Außenminister der DDR dann an den Verhandlungen um die deutsche Einheit beteiligt. Herr Meckel ist gewissermaßen auch Vertreter unserer Gastgeber, denn er ist Ratsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Herr Meckel, Deutschland begreift sich bisweilen so als der Musterschüler in der Aufarbeitung der Vergangenheit. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt? Gibt es dafür Argumente? Oder was würde für einen Musterschüler dann vielleicht doch noch fehlen? Oder ist es überhaupt erstrebenswert, in dieser Hinsicht Musterschüler zu sein? Also ich denke, wir sollten lieber konkret inhaltlich reden. Und wir standen 1989, 90 ja vor der Situation, wie der Übergang zur Demokratie gestaltet werden kann. Und da war für uns von Anfang an, für uns ist jetzt nur keine riesige Gruppe, aber für mich und einige Freunde, dass von Anfang an Demokratisierung eben was mit Aufarbeitung dringend zu tun hat. Und für mich war es eine tiefe Erfahrung, eine enttäuschende Erfahrung, dass nicht nur in der DDR, wo ja die Geschichte verfälscht wurde, sondern auch in der Bundesrepublik, es ein ganz schwieriger Prozess der Aufarbeitung des Nationalsozialismus war. Da war ja nicht einfach alles dann nach 1945 gut, sondern das war ein langer, komplexer Prozess. Und ich erinnere mich an mein Studium, als ich ein Seminar machte über die Zeit des Nationalsozialismus und dann Biografien im Anhang las. Da waren viele der Täter dann noch in Ministerien und hatten verschiedene Funktionen in der alten Bundesrepublik, was mich ziemlich schockiert hat. Ich denke an Fritz Bauer, derjenige, der den Auschwitz-Prozess Anfang der 60er Jahre initiiert hat, der mal gesagt hat, noch in dieser Zeit, wenn er sein Büro verlässt, fühlt er sich hier in einem feindlichen Land. Das heißt, das war die Stimmung auch in der alten Bundesrepublik. Und wir waren beseelt von der Herausforderung, dass nun, nachdem auch der Kommunismus zum Ende kommt und die Demokratie in der DDR, dass wir diese Fehler nicht nochmal machen wollten. Insofern haben wir schon in der Volkskammer, ja schon sogar am runden Tisch, dann aber hauptsächlich in der frei gewählten Volkskammer, damit angefangen, diese Themen auf den Tisch zu bringen. Und etwa der Aktenzugang zu den Stasi-Akten war eine Grundentscheidung in der Volkskammer schon. Das heißt, wir haben gesagt, darüber muss man reden, wir müssen über die Eliten reden, wir müssen uns um die Opfer kümmern. Das gehört zur Demokratieentwicklung dazu. Nach der Vereinigung, und damals war am Anfang die Bundesregierung total dagegen, das heißt, man musste auch gegenüber den westlichen Institutionen und der Regierung das auch erst durchsetzen, dann Anfang der 90er Jahre haben wir uns darum weiter intensiv gekümmert. Es ist angesprochen worden, auch schon während der Konferenz, dass wir diese Enquete-Kommissionen hatten. Das war für mich eine wunderbare Erfahrung, dass ich als Oppositionspolitiker diesen Vorschlag machte, 92 oder Ende 91. Und es gelang sogar aus der Opposition heraus, eine solche Kommission im Bundestag zu etablieren, aus der dann wiederum in der Folge auch diese Bundesstiftung entstanden ist. Das heißt, wir haben ein durchaus breites Geflecht von Institutionen, von Gedenkstätten zur kommunistischen Aufarbeitung. Das konnte natürlich in anderen Ländern so nicht passieren, weil die Mittel fehlen und weil die Akzeptanz auch fehlt. Und etwa die Bundesstiftung, die Idee war, dass man sagt, ja, dies ist eine nationale Aufgabe, die Aufarbeitung, aber in posttotalitären Gesellschaften ist es schwer, dafür Mehrheiten zu finden. Und deshalb war klar, wenn man nur die östlichen Länder nimmt, hätten wir das auch nicht geschafft. Die brauchten im Grunde auch die Kraft und die Bereitschaft und auch die Distanz aus der Bundesrepublik im Deutschen Bundestag, das heißt von Ost und West, um dann diese Stiftung zu machen, gewissermaßen, ich habe immer gesagt, als Pfahl im Fleisch der Verdrängung, um dagegen anzugehen und die kleinen Gruppen in der Gesellschaft zu unterstützen, die diesen Prozess voranbringen, weil dies letztlich im nationalen Interesse ist. Insofern, in dieser Beziehung haben wir es vielleicht etwas besser als in anderen Ländern. Insgesamt gesehen sehe ich aber nach wie vor viele Defizite und ist besonderer eines, dass wir noch eine völlig gesplittete Aufarbeitungslandschaft haben. Das heißt, das Thema, das Herr Mario Puh auch angesprochen hat, eben mit dem Vergleich der Diktaturen, das ist in Deutschland noch fast ein Tabu oder immer wieder jedenfalls bekämpft und schwierig. Wir haben Gruppen in der Gesellschaft und die im Nationalsozialismus und insbesondere den Holocaust aufarbeiten, den Kommunismus und das sind übrigens oft andere oder eben Flucht und Vertreibung oder den Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir haben eine gesplittete, fast in Kästen aufgeteilte Aufarbeitungslandschaft und die Verbinderungen und die Integration zwischen diesen Ebenen ist oft ausgesprochen schwierig und ich sehe das als eine ganz zentrale Herausforderung an, diese stärker miteinander zu verbinden und die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts miteinander in ihren Verflechtungen in den Blick zu bekommen. Ja, vielen Dank. Die gesplittete Aufarbeitungslandschaft sollte uns jetzt beschäftigen, weil sie zu der Frage führt, die sicherlich im Vergleich mit den unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Situationen wichtig ist. Wer kümmert sich eigentlich um die Geschichte? Es ist auf der einen Seite die Wissenschaft, es sind staatliche Institutionen und es ist die zivilgesellschaftliche Initiative, die dazu beiträgt. Herr Maripou, wie stehen diese Akteure in Estland miteinander in Verbindung? Insbesondere, wenn wir gucken, dass Estland also auch durchaus eine große russische Minderheit hat, die sicherlich auf diesem Felde auch aktiv ist. Wir hören Sie jetzt nicht. Ja, jetzt hören Sie wieder. Sehr gut. Unsere Situation ist etwas vielleicht ungewöhnlich, weil unsere Stiftung oder Institut eigentlich eine privatrechtliche Stiftung ist. Aber weil wir ständig von dem Staat finanziert sind, dann können wir schon die letzten 20 Jahre ziemlich stabil arbeiten. Von einer Seite ist das so. Kann man sagen, das war eine zivile Sache, aber wenn jemand will mit dem Finger zeigen, dann kann man auch sagen, dass wir als staatliche Historiker sind. Gernensfalls sind wir keine staatliche Historiker, weil wir bis jetzt doch keine politischen Hinweise oder politische Richtlinien haben, wie und was wir forschen müssen. So kann man sagen, dass im Estland die Aufarbeitungsarbeit als Forschung ziemlich stabil finanziert ist, ist, aber es ist immer wenig gewesen natürlich. Wenig in diesem Sinn, das ist nicht sehr viel finanziert und das bedeutet auch, dass wir sehr wenige Historiker haben, wie wir in diesem Welt arbeiten und solche Qualifikation überhaupt haben. Das bedeutet, wenn eine oder zwei Historiker ausfallen, dann wird das schon eine große Lücke für uns sein. Natürlich finden diese Themen so eine große Aufmerksamkeit auch im breiten Publikum, aber das müssen wir auf eine klare Linie halten, wo fängt dann so eine professionelle Forschung, diese historische Arbeiten und wo schreiben einfach die Leute, was sie über die Geschichte denken vielleicht. Und in diesem Sinn die russische Minderheit, sie haben keine solche prominenten Redner im Estland vielleicht, solche prominenten Repräsentanten im Estland. Sie denken und reden über die historischen Fragen meistens vielleicht im Familienkreis ab und zu bestimmt auch in Schulen, weil wir haben bis jetzt die Mestland auch russischsprachige Schulen und wir müssen sagen, dass die Geschichtslehre in der Sprache in Schulen so ein großes Problem ist, weil diese Lehrer kommen aus der Zeit und was sie reden in Stunden, das wissen wir eigentlich nicht. Ja. Frau Denemakova, wie ist es aus Ihrer Sicht in Ihrem Land, in Tschechien. Auch sie haben zu tun mit verschiedenen Sedimenten der Geschichte. Sie haben geschrieben über eine jüdische Überlebende des Holocaust, die zurückkam in ihren Heimatort und die feststellte nur nichts mehr, wie es mal war, sondern sie rennt gegen verschlossene Türen. Sie hat keine Chance auf Gerechtigkeit diese zu erkämpfen. Sie haben den Blick als Schriftstellerin, das ist etwas ganz anderes als der Blick den Historiker werfen, trotzdem spiegelt es ja etwas. Können Sie die Situation beschreiben und was das aus Ihrer Sicht für eben dieses Zusammenspiel zwischen staatlicher Aufarbeitung und der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft bedeutet? Ich muss sagen, in dieser Zeit muss ich sagen, Literatur ist für mich noch mehr wichtiger, weil es existieren Konstrukte von Politikern, von Historikern, aber manchmal gibt es menschliche Schicksale, die einfach nicht in diese Konstrukte passen und da kann Literatur wirklich allen Perspektiven zeigen. Das heißt, diese Ebene, die gesellschaftlich ist, politisch, aber das auch ganz intim, was das bedeutet für konkretes Leben, für die Familien und was das bedeutet, zum Beispiel in bestimmten Zeiten, was das bedeutet, konkret zu leben. Und Literatur kann das wirklich von der Perspektive oder ich mache das immer von der Perspektive der Opfer. Ich kann als Literat der Opfer Stimme geben und da bin ich immer überrascht, welche Gruppen wir haben von Opfern, die keine Stimme gehabt haben und nicht haben. Sie haben diesen Roman erwähnt, das habe ich mir alle Tabus genommen, weil ich war sehr, sehr überrascht, wie viele Lügen wir noch in unserem Jahrhundert haben und da habe ich eine Figur genommen, die war aus der deutschsprachigen Familie und Jüdin und ich wollte damit zeigen, dass sie absolut nicht verstellt als Kind, worum es geht, das ist assimilierte Familie und auf einmal ist sie als Jüdin bezeichnet, sie ist in Konzentrationslager, sie überlebt und sie kommt nach Hause in das tschechische Dorf und auf einmal aufgrund der Kollektivschuld wird sie als Nazi bezeichnet und das ist auch diese Zeit, wo von damaligen Tschechoslowakei drei Millionen Deutschen vertrieben wurden. Es ist noch interessant, weil zum Beispiel wenn ich vor dem Jahre 1989 studiert habe und es wurde in der Schule immer gesagt, es wurden die Deutschen vertrieben, die mit Hitler gekommen sind, also das war ganz logisch. Also da hat niemand gesagt, dass Jahrhunderte Deutschen und so weiter miteinander getreten haben und so weiter und so weiter und ich habe das geschrieben, weil diese Geschichte das waren tausende Fälle und es ging, es ist banal immer, es ging um Eigentum und das für mich, ich schreibe zwar über die Vergangenheit, weil ich möchte mir, was ich schon in der Schule verstanden habe, wenn ich die Wahrheit suche, muss ich sie alleine suchen und kompromisslos und für mich ist es immer Frage der Gegenwart und wissen Sie zum Beispiel diese Frage von Vertriebenen, das benutzen heute auch Populisten in Tschechien, das hat ehemaliger Präsident Watzlaff Klaus auch gleich benutzt, wenn wir im 2009 als die letzten Lissabon Vertrag unterschrieben haben, damit hat auch die Wahl der heutige Staatspräsident gewonnen, weil für die Masse ist es immer diese Angst von Revanchismus und so weiter und so weiter und was die Literatur auch kann, weil selbstverständlich ich war nicht die Erste, die das Thema so tief geöffnet habe, das wurde an den Universitäten besprochen und so weiter und so weiter, aber wenn man zum Beispiel Historiker mit Abstand über Millionen sprechen, aber wenn ich eine konkrete Figur emotionell nehme, um zu zeigen, was das alles bedeutet hat und ich schreibe das nie schwarz-weiß ist und das war auch interessant, was Herr Meckler da gesagt hat, weil das verständlich zum Beispiel aus unserer Perspektive, das war interessant, weil in DDR haben nur die guten Deutschen gelebt und in der Bundesrepublik Deutschland noch Nazi gelebt, als Kind musste ich mit diesen Perspektiven wachsen, das war diese politischen Lügen und das ist immer in der Luft und aber für mich muss ich immer sagen, wenn ich zum Beispiel Lösungen in den deutschsprachigen Ländern habe, in Deutschland oder in Österreich, muss ich sagen, Westdeutschland hat sich wirklich bemüht, obwohl es immer wieder sehr schwierig ist, diese Vergangenheit zu verarbeiten. Wir haben in Tschechien endlich damit angefangen, diese Vergangenheit zu verarbeiten, was Nazi-Zeit war und kommunistische Zeit selbstverständlich, das ist sehr, sehr schwierig und da muss ich sagen, persönlich mit Abstand, das war wahrscheinlich auch Fehler von unserem ersten Präsidenten, Vaclav Havel, der wirklich für uns Vorbild ist und für die ganze Welt und heute ist er bei uns ausgelacht, aber nach der Wende hat er gesagt, wir Opfer und Täter wenigstens benennen werden, das muss man nicht so bestraft werden, weil dann ist auch die Gesellschaft gesund, weil dann haben wir Message für Jugend gegeben, es ist egal, was sie machen, es ist absolut egal, weil diese Werte sind sehr, sehr wichtig und ich nehme in jedem Roman, nämlich wie sagen in der tschechischen Sprache, wir haben viele Skelette im Schrank, was die Vergangenheit betrifft, die Deutschen sagen Leichen im Keller und ich nenne das Keller von dem anderen und da verarbeite ich das literarisch und das finde ich wichtig, das kann auch Literatur und die Antwort so geben. Vielen Dank, ich würde gerne einen vergleichenden Blick nach Portugal werfen. Herr Farinja, die zentralen Begriffe Opfer und Täter fallen immer wieder und zugleich sagen wir auch, es gibt ganz viele Schattierungen dazwischen, es gibt auch Täter, die in ihre Täterrolle hineingezwängt wurden, es gibt auch Opfer, die sich schuldig gemacht haben. Wie wird mit Blick auf die Salazar-Diktatur mit denjenigen, die wir in die Kategorien Opfer und Täter hineintun und unter diesen Kategorien betrachten? Wie wird in Portugal mit ihnen umgegangen? Okay, in Portugal gibt es immer noch Tabuthemen. Wir sprechen über Opfer, aber wir sprechen noch nicht über die Täter. Das ist ein Tabuthema und das liegt an der Revolution, an der Nelken-Revolution. Wir hatten eigentlich keine sehr gute Übergangsgerechtigkeit, die war unvollständig, kann man sagen. Bestimmte Probleme, bestimmte Themen wurden nicht angesprochen. Zum Beispiel war es nicht möglich zu diskutieren oder die Verbrechen der Kolonialkriege anzusprechen. Warum ist das so? Weil die Revolution vom Militär angestoßen wurde. Das Militär hat die Kolonialkriege natürlich unterstützt, hat auch faschistische Regimes unterstützt und gleichzeitig haben sie das Ende der Diktatur gebracht und haben gleichzeitig natürlich, also das Militär hat auch dazu beigetragen, dass der Kolonialkrieg zu Ende kam. Und deswegen war es unmöglich eigentlich, die Verbrechen dieser Kriege anzusprechen und es gibt viele Verbrechen, die stattgefunden haben in den afrikanischen Kolonialkriegen über einen Zeitraum von 30 Jahren. das wird jetzt von den neuen Geschichtsschreibungen diskutiert und es ist sehr verstörend für die gesamte Gesellschaft das zu hören. Es ist sehr schlecht für den Gesellschaftsmythos eigentlich, denn der Mythos besagt ja, es gab gar keine Kriege und natürlich keine Kriegsverbrechen. Jetzt wird gesagt, ja, na klar, war es ein Krieg, es gab Verbrechen, es gab Opfer, es gab Täter und die Täter sind vielleicht die Militärs. Also das war schon sehr, sehr, sehr schwierig all das. Und das ist der Grund, warum wir eben keinen richtigen Bruch mit dieser Vergangenheit hinbekommen haben, warum es noch keine richtige Aufarbeitung gegeben hat. Zumindest von Seiten der politischen Machthaber. Man versucht, sich dem jetzt anzunähern, aber ja, und jetzt haben wir natürlich eben genau mit diesen Leichen im Keller zu tun. Ja, wie denken wir derzeit darüber in der portugiesischen Gesellschaft? Gut, wir reden auch über eine Wahrheitskommission. Wir reden, da wird häufig das afrikanische Beispiel, das afrikanische Beispiel angeführt und zitiert. aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass es nicht möglich sein wird, über die letzten 15 Jahre zu sprechen und noch einmal eine neue Übergangsgerechtigkeit zu versuchen, herzustellen, zu versuchen. Was wir tatsächlich benötigen, ist Dialog. Wir brauchen Toleranz, natürlich nicht das Schweigen, natürlich auch nicht die Vergangenheit einfach auszuradieren, wir müssen uns ganz aktiv der Vergangenheit zuwenden, wir brauchen ein soziales Gedächtnis und natürlich brauchen wir die Wahrheit, aber dann noch mal Toleranz, wenn sich Perspektiven dann tatsächlich als inkompatibel herausstellen. In den letzten zehn Jahren hat der Staat viele Gedenkstätten eingerichtet, viele Museen gestiftet. 2011 im Majub Museum gab es eine Ausstellung Die Stimmen der Opfer 2015 eine weitere Ausstellung zum Thema Widerstand die letzten fünf Jahre und jetzt also es beginnt jetzt ein neues Nationalmuseum des Widerstandes und der Freiheit in einer Festung, die ein Konzentrationslager war nahe Lissabon und wir haben auch eine Gedenkstätte in Cap Verde, eine Gedenkstätte in einem früheren Konzentrationslager. Der Prozess beginnt gerade. das einzurichten und ja, was wichtig ist bei all diesen Dingen im Kontext dieser neuen Gedenkstätten ist dass dort auch mehr Wissen generiert wird, dass sie anerkennen, dass es Opfer gegeben hat, auch die Täter, also beide Seiten zu zeigen, das ist sehr wichtig. Das Museum Ajub in den letzten fünf Jahren hat sich tatsächlich sehr bemüht, das Wissen über die Opfer und die Täter zu erweitern und weiterzugeben. Vielen Dank. Lassen Sie uns bei diesem Gespräch oder dieser Auseinandersetzung, dieser Reibung, die es für die Aufarbeitung braucht, dieser Reibung zwischen der Erfahrung der Opfer und der Täter bleiben und noch einmal nach Südafrika gucken. Herr Grill, Sie haben jetzt sehr viel Geduld bewiesen im Zuhören und Sie haben uns schon in die Mechanismen oder den Wunsch der Wahrheitskommission eben zur Versöhnung beizutragen eingeführt. Aber lassen Sie es noch mal uns aufnehmen. Was ist das, was in Südafrika da gut funktioniert hat und wo würden Sie sagen, ist es im Zuge einer Transitional Justice auch ein Mittel, was vielleicht auch anderswo funktionieren kann und wo stößt die Wahrheitskommission nach südafrikanischem Vorbild, zumindest nach afrikanischem Vorbild auch an Grenzen? Ich muss vorweg schicken, dass ich hoffe, dass die Leitung nicht zusammenbricht, denn auf meinem Laptop wird angezeigt instabile Verbindung. Bisher ist sie ganz fantastisch. Vielen Dank. Sie können mich auch noch gut hören. Wunderbar, ja. Gut, also die Wahrheitskommission war der Versuch, eine Art Heilungsprozess einzuleiten, eine Katharsis. Für die Opfer aber, die kannten in den meisten Fällen ja die Wahrheit schon, nur die Täter waren nicht bekannt. Sie müssen jetzt damit leben, auch die Täter zu kennen, aber das Grundproblem dieser ganzen Wahrheitskommission war, dass sie eine eigentlich eine Fehlkonstruktion ist. Man müsste sagen, die Leute haben Gerechtigkeit verlangt und haben eine Wahrheit bekommen, die sie weitgehend schon kannten. Wo aber keine Gerechtigkeit ist, ist auch keine Versöhnung. Und wenn man sich heute dieses Land ansieht, Südafrika, das gehört nach wie vor zu den ungleichsten Ländern der Welt, oder es ist de facto das Ungleichste nach dem jüngsten Gini-Koeffizienten, das ist ein Koeffizient, der die Ungleichheit in einer Gesellschaft misst. Und das ist das Spezielle an der südafrikanischen Situation. Denn die Täter waren mehrheitlich weiß und die Opfer waren mehrheitlich schwarz. Und heute haben wir die Situation, dass die Schwarzen eben wie in der Apartheid genauso arm und am Ende der Gesellschaft stehen wie damals. Und dass sich das nicht geändert hat. Und deswegen ist die junge Generation heutzutage sehr skeptisch gegenüber diesem Versuch, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Aufarbeiten ist ohnehin so ein unglückliches deutsches Wort, als ob man die Geschichte wie einen Müllhaufen einfach wegschaufeln könnte. Also insofern ist heute die Kritik groß an den Erfolgen der damals gefeierten Wahrheitskommission. Und man würde das vermutlich so nicht mehr machen. Und guckt auf andere afrikanische Modelle, zum Beispiel das Modell Ruanda, das hatte eine ganz andere Schwierigkeit. Durch den Völkermord, der insgesamt 800.000 Menschenleben gekostet hat, wurde auch von den 785 Richtern, die es in Ruanda gab, haben nur 20 überlebt. Also man hätte so eine Institution wie eine Wahrheitskommission gar nicht aufstellen können. Das ist für arme Gesellschaften nicht möglich, weil man eine funktionierende Bürokratie braucht, ein intaktes Rechtswesen, ein Heer von Mitarbeitern und starke Finanzmittel. Insofern kann man dieses Modell Südafrika nicht weiter empfehlen an Länder wie Elfenbeinküste, Gambia oder andere sogenannte Entwicklungsländer. Deswegen hat man in Ruanda den Weg gewählt, der sogenannten Gacaca-Gerichte. Das sind sozusagen Volksgerichte, klingt im Deutschen auch immer sehr verhängnisvoll, aber Gerichte, traditionelle Gerichte auf Gemeindeebene, die sozusagen einen gesellschaftlichen Habermas hätte das genannt, einen gesellschaftlichen Selbstverständigungsprozess eingeleitet haben. Und das ist ein Modell, das ich heute vorziehen würde, auch für Südafrika. Ja, haben Sie vielen Dank. Wir haben ja nicht nur unter uns die Möglichkeit zu sprechen, sondern es gibt für die Teilnehmer dieser Konferenz, die online zugeschaltet sind, die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Und jetzt kam eine Frage aus dem Publikum, was die Perspektive aus Südafrika auf den europäischen Umgang mit der Kolonialzeit betrifft und welche Bedeutung die Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit eben in den gegenwärtigen afrikanischen Gesellschaften spielt. Das ist eine sehr umfassende Frage, aber ich stelle sie Ihnen trotzdem, Herr Grill, und gebe sie gerne weiter, weil auch daraus sicherlich etwas sich filtrieren lässt, was sich auch spiegelt mit der Situation in anderen Ländern. Bitte sehr. Ja, also Professor Farina hat ja schon angesprochen, wie Portugal mit seiner Kolonialvergangenheit ringt. Ich würde sagen, im Vergleich zu Portugal ist Deutschland noch viel weiter hinten, was die Aufarbeitung seiner Kolonialgeschichte anbelangt. In Deutschland ist die mehr verbreitet, dass die deutsche Kolonialzeit relativ kurz war, nämlich 30 Jahre, dass dann die Kolonie nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit dem Vertrag von Versailles den Deutschen weggenommen wurden und dass sie im Grunde dann nicht weiter Schaden anrichten konnten und dass im Übrigen die Belgier, die Portugiesen, die Franzosen, die Briten viel schlimmere Kolonialherren waren. Und diese Erinnerung oder dieser Mythos, der hat eigentlich bis heute erlebt, erst in den letzten Jahren nimmt die Auseinandersetzung mit dieser Phase der Geschichte zu. Das liegt aber auch daran, dass der Blick hinter den Holocaust und die DNS-Verbrechen verstellt war. Die waren so dominant, dass man nicht weiter zurückgeguckt hat und erst jetzt stellt man fest, welche Menschheitsverbrechen auch die Deutschen in Afrika und anderswo verübt haben. Zum Beispiel in Namibia, wo es ganz schwerste Kriegsverbrechen gab. Manche nennen sie einen Völkermord. Aber auch diese Diskussion oder diese Form der Aufarbeitung sehen wir nur schemenhaft in den Auseinandersetzungen etwa zum Humboldt-Forum oder die Frage der Rückgabe von kolonialen Raubgütern, die Frage der Reparationen für Opfer des Kolonialterrors. Diese Diskussion beginnt jetzt erst richtig und ich denke, wir sind in einer ähnlichen Situation. Oder ich würde sagen, Professor Farrinia, Portugal ist da schon etwas weiter. Ja, inwieweit wird das von afrikanischen Gesellschaften eingefordert, diese Auseinandersetzung? Das ist ja eine Forderung an Europäer, an die einstigen Kolonialherren selbstverständlich, aber natürlich kann diese Geschichte auch von der, jetzt benutze ich diese Kategorie Opferseite aus betrieben werden, also aus den ehemaligen Kolonien heraus. Wie sehen Sie die Gewichtung? Es wird sehr massiv eingefordert, wiederum von der jüngeren Generation. Das, was wir heute die postkoloniale Bewegung nennen, drückt sich darin aus. Also zum Beispiel in Südafrika geht es auch darum, dass man die Symbole der Kolonialzeit entfernt, also von Dörfern und dass man die tieferen Strukturen, die die Kolonialzeit hinterlassen hat, nämlich auch die mentale Unterwerfung, jetzt erst aufarbeitet und das sieht die junge Generation, die da zum Teil sehr radikal vorgeht, als die wichtigste Aufgabe, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Aber unsere Aufgabe hier als ehemalige Kolonialmächte ist, dass wir auch uns dieser Geschichte bewusst werden und sie aufklären. Und da haben wir noch viel zu tun. Markus Meckel, Sie nicken so vehement, dass ich an Sie die Frage richten wollte, was Herr Grill hat beschrieben, die Vorstellung, Deutschland hält sich gar nicht unbedingt für eine Kolonialmacht und deswegen vernachlässigen wir oder haben wir über lange Zeit diesen Teil der Geschichte auch gar nicht unter die Lupe genommen, geschweige denn kritisch unter die Lupe genommen. Was haben wir, was gewinnen wir, wenn wir uns auch der Kolonialvergangenheit stellen? Herr Grill hat es ja eben schon angesprochen, dass für die Aufarbeitung des 20. Jahrhunderts für uns bis vor wenigen Jahren der Zweite Weltkrieg, der Holocaust und die Verbrechen, die damit in Verbindung waren, so stark das öffentliche Bild und die Diskussion geprägt haben, dass auch schon der Erste Weltkrieg dahinter eigentlich verschwunden war und wir sozusagen das ganze Jahrhundert nicht in den Blick haben, waren so stark fokussiert insbesondere auf den Holocaust. Man muss ja sogar bis heute sagen, dass Nationalsozialismus dann zuerst mit dem Holocaust verbunden ist und auch die anderen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs dahinter verschwunden sind. Im letzten Jahr hatten wir heftige Debatten auch im Deutschen Bundestag um überhaupt den Vernichtungskrieg im Osten, dem ja 27 Millionen Menschen aus allen Völkern der Sowjetunion, nicht nur Russen, sondern eben auch Belarus und Ukrainer, natürlich Polen als erstes Opfer des Zweiten Weltkriegs, aber eben doppeltes Opfer auf dem Hintergrund des Interstrahlimpaktes, all diese Konstellationen sind im deutschen Bewusstsein nicht wirklich präsent. Ich war Jochen Gauck, dem früheren Bundespräsidenten, sehr dankbar, dass er 2015 zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges auf die sowjetischen Kriegsgefangenen hingewiesen hat, eine Zahl von mehr als drei Millionen Toten, also sechs Millionen Tote europäischer Juden und mehr als drei Millionen sowjetische Kriegsgefangenen, alle Nationen, die im deutschen Bewusstsein nicht wirklich da sind. Aber zurück zu der Frage der kolonialen Erinnerung, wir haben im Deutschen Bundestag Debatten gehabt am Anfang dieses Jahrtausend, schon ab 2005, sehr intensiv über den Völkermord an den Armeniern. Und das ist jetzt erst wirklich ganz wenige Zeit her, dass Deutschland als solcher dies als Völkermord anerkannt hat, weil man über lange Zeit glaubte, aus Rücksichten mit Türken dann gemeinsame Perspektiven zu entwickeln, dürfte man dieses nicht benennen. Ganz vergleichbar der Völkermord, die haben jetzt eben so ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt an den Nama und Herero ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts, zwischen 1904 und 1907 und in dieser Zeit, das ist erst jetzt wirklich anerkannt worden von Deutschland, noch zum 100. Jahrestag hat die damalige Entwicklungsministerin Heidi Wittscherich Zoll das versucht und von dem damaligen Kanzler und Außenminister heftige Schälte dafür bekommen. Das heißt, man merkt, dass solche alten Geschichten, die für uns alte Geschichten zu sein scheinen, in den Ländern noch nachwirken. Wir haben die Debatten, dass wir unsere Museen anschauen müssen, wo plötzlich menschliche Überreste, das heißt Schädel, die für die Stämme in Namibia eine wichtige Rolle spielen in ihrer eigenen Tradition, und für ihre eigene Identität, die sind bei uns als Anschauungsmaterial in Museen oder meist natürlich gar noch nicht mal ausgestellt, sondern in den Lagern und da gibt es eine Debatte, diese zurückzugeben, was auch nicht so einfach ist, weil man erst mal wieder identifizieren muss, wo sie dann genau herkommen. Das heißt, wir merken, dass unsere eigene Kulturgeschichte ganz wesentlich zu tun hat mit diesen auch schuldhaften Verflechtungen und wenn wir jetzt gerade in diesem Jahr das Humboldtforum, das heißt das Schloss, wieder aufgebautes Schloss, das als Geschichtsort etabliert ist, dass man da genau diese Debatten miteinander führt. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt machen und ich denke, wir sind wirklich, und da gebe ich Herrn Grill ausgesprochen recht, noch ganz, ganz am Anfang und letzter Satz, es lassen sich dann aber auch durchaus Bögen ziehen, um nur einen Satz zu zitieren, der Völkermord an den Armeniern war von Hitler gebraucht worden, dass man es ja machen könne mit den Juden, denn an die Armenier denkt auch keiner mehr. Das heißt, da gibt es Traditionsgeschichten, die uns betreffen, weshalb ich nochmal dafür plädiere, unsere Geschichte integrativer im 20. Jahrhundert zu betrachten und nicht die einzelnen Felder immer schön abgeschottet für sich auseinander zu halten. Vielen Dank. Im Chat, nein, per Mail erreichte uns eine Frage, die ich direkt an Sie weitergebe, die beschäftigt sich mit der Frage, die Sie jetzt auch mehrfach schon angesprochen haben, nämlich die politisch initiierte Aufarbeitung. Sie sprachen über die große Bundestagsenquete-Kommission, die beiden großen Bundestagsenquete-Kommissionen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die Frage, die uns erreicht, lautet, inwiefern waren westdeutsche Eliten auch Verhinderer bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur? Das bezieht sich auf die Skepsis einiger westdeutscher Protagonisten der Wiedervereinigung, die nicht wollten, dass die Stasi-Unterlagen öffentlich zugänglich werden. Können Sie darauf antworten? Diese Frage zieht sich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon vom gestrigen Tag in den heutigen und ich möchte doch, dass der Teilnehmer jetzt auch eine Antwort bekommt. Deswegen schalten wir die jetzt mal gewissermaßen dazwischen, Herr Meckel. Das ist kompliziert, aber ich versuche es trotzdem kurz zu sagen. In Bezug auf die Öffnung der Stasi-Akten ist es ganz klar so, die Volkskammer, die frei gewählte Volkskammer hat den nicht entschieden. Helmut Kohl und auch Wolfgang Schäuble wollten es definitiv nicht und es musste sozusagen dann wirklich auch erst erkämpft und durchgesetzt werden, was dann am Ende gelang. Dann gab es auch bürgerschaftliche Proteste bis hin zum Streik und Hungerstreik dann vor Ort und es ist uns in der Volkskammer gelungen, das am Ende Effekt durchzusetzen, dass die Akten nicht nur nicht irgendwie weggebracht werden, sondern dass sie zugänglich sind und das war, wie ich glaube und bis heute glaube, eine ganz zentrale Errungenschaft dadurch, auch das Herrschaftsgeflecht und wie die Repression und der Terror geschah, rekonstruieren zu können. Außerdem gibt es den Opfern natürlich ihre Würde wieder, wenn man es nachvollziehen kann, wenn jedes Opfer sehen kann, ich kann meine Akte ansehen, ich kann sehen, was sie mit mir gemacht haben. Also es ist das eine. Die Enquetekommission war eine Initiative im Deutschen Bundestag, wo mein Grundgedanke für diesen Vorschlag war, dass der Bundestag überhaupt erst einmal der aus vier Fünften Westdeutschen besteht und zu einem Fünftel Ostdeutsch. Jedenfalls am Anfang heute mischt sich das, weil natürlich manche aus dem Westen im Osten dann auch kandidieren. Aber das gesagt wird, man kann doch, man muss die Geschichte erst einmal kennen, damit man den Deutschen Bundestag überhaupt erst in die Lage versetzt, mit den Folgen dieser Geschichte auch umgehen zu können. Ein wesentliches Projekt war neben der Stiftung eben unter anderem ein Gedenkstätten Konzept zu machen, was dann auch dazu geführt hat, dass übrigens auch Gedenkstätten des Nationalsozialismus davon profitiert haben, endlich Bundesförderung zu bekommen, was erst etwa Dachau, das Konzett Dachau bei München bekommt auch erst im Rahmen dieses Gedenkstätten Konzepts dann eine Bundesförderung vorher, um ihre Existenz kämpfen. Oft sind ja gerade Gedenkstätten vor Ort initiiert worden durch Zivilgesellschaft. Ich glaube, dass gerade das gut gelungen ist durch die Enquetekommission, die ja viele Anhörungen gemacht hat, die viel Raum gegeben hat, auch für gesellschaftliche Gruppen sich zur Sprache zu bringen und für Opfer. dass wir dadurch einen breiten Diskurs geschafft haben, worüber ich froh bin und auch eben diese Stiftung selber, die wir jetzt haben, ist gewissermaßen ein staatlich finanzierter Anwalt der gesellschaftlichen Gruppen, die wir wiederum finanzieren. Wir geben Gelder in die Gesellschaft hinein, auch Minderheiten in der Gesellschaft, die wahrscheinlich in ihrer jeweiligen Stadt und ihrem Land vielleicht gar keine Gelder bekämen, um solche Arbeit zu machen, weil wir davon überzeugt sind und das ist uns damals gelungen im Bundestag durchzusetzen, dass Aufarbeitung eine nationale Verantwortung zum Nutzen der Nation ist, auch wenn kritische Fragen gestellt werden. Vielen Dank. Ich möchte auf einen wichtigen Punkt kommen, der sich, soweit ich weiß, auch gezogen hat durch die Diskussion der vergangenen Panels und das betrifft die Frage, wie können wir mit der Aufarbeitung, mit der Beschäftigung mit Geschichte auch Jüngere begeistern, wie können wir sie einbeziehen, wie können wir diese Fragen, die junge Mitglieder der Gesellschaft stellen, die sich sicherlich für ganz andere Sachen interessieren als für die Kolonialgeschichte oder die Geschichte der Diktaturen, wie können wir denen trotzdem ein Gespür dafür wecken, wie wichtig die Geschichte ist und wie sehr sie auch aufgerufen sind, ihre eigenen Fragen zu stellen, wie sehr sie sich selber auch beteiligen können an einzelnen geschichtlichen Fragen, wie sehr sie letztendlich auch in ihren Familien ergründen können, was in der Geschichte an Verbrechen da ist und sich vielleicht im Verborgenen tradiert und letztendlich, wie können sie ein neues Verhältnis zur Geschichte entwickeln. Frau Denemarkowa, in Tschechien ist das auch nicht so, dass nun Jüngere per se alle total begeistert den im Fernsehen gezeichneten historischen Filmen folgen oder historische Bücher kaufen. Was ist Ihre Beobachtung und was für Erfahrungen haben Sie mit Jüngeren in der Auseinandersetzung mit den schweren Punkten, den dunklen Punkten der Vergangenheit gemacht? Auf jeden Fall für die jungen Generationen sind nicht so wichtig die theoretischen Diskussionen und so weiter, aber wenn wir bei der Kunst zum Beispiel sind, in der Literatur ist es leichter, weil es geht um konkrete zum Beispiel Schicksale oder dann auch Emotionen und mit diesen Emotionen kann man die dazu bringen, dass sie mehr über die Schicksale denken und dann auch im Kontext mehr sich denken und sich interessieren, in welcher Zeit diese Figur gelebt hat, was das alles bedeutet hat und selbstverständlich zum Beispiel konkret in Osteuropa oder in Tschechien, ich habe zum Beispiel wenn Sie diesen Roman erwähnt haben, den ich geschrieben habe, das ist jetzt Pflichtlektüre bei der Abitur und das öffnet so viele Fragen, weil sie identifizieren sich mit diesem Mädchen oder mit dieser Figur und sie haben Mitleid, mit Opfer und sie sind auch Wütter und so weiter und so weiter und dann aufgrund von diesen Emotionen das ist unser Leben und in welcher Familie sie gelebt hat, in welcher Zeit und so weiter kommen wir zu den Fragen, die zur Gegenwart dann führen und ich muss sagen, ich mache gerne Lesungen auch für diese junge Generation, weil das ist auch sehr heftig und es ist eine Sache ist bei mir das ist wirklich diese Aufarbeitung der Geschichte und Fragen allen Tabus alle Probleme die wir unter dem Teppich so gekehrt haben und selbstverständlich wenn man etwas Trauma auch der Gesellschaft verdrängt das ist wie im Privatleben oder in der Familie das kommt nach Generationen wieder zurück und bei diesen Diskussionen für mich ist wichtig wenn ich in der Literatur oder Kunst diese Modellsituationen wenn wir das verarbeiten dann geht es zur Gegenwart warum wir diese Probleme heute haben weil alles hängt mit allem zusammen das zum Beispiel auch diese Situation in Tschechien oder warum wir zum Beispiel wieder die Opfer haben wir beleidigt weil sie haben absolut nicht den Opfer dieser menschliche Wüte gegeben weil das war absolut egal diese Opfer der Polarität und für die junge Generation muss ich sagen da gefällt mir dieses Projekt zum Beispiel in Deutschland was lange Jahre diese zentrale für politische Bildung mag dass man wirklich zu bestimmten Themen mit diesen jungen Menschen da diskutiert in Tschechien habe ich auch etwas erlebt da viele Menschen sind auch frustriert oder das ist immer so in den letzten Jahren wissen sie die Menschen die introvertiert sind sehr zum Beispiel sensibel und so weiter die wurden polarisiert was was zum Beispiel auf einmal was los ist diese populistischen Partei welche Regierung wir jetzt haben welche Richtung wir gehen dass wir wieder fast der Staat von Russland sind und dazu kam auch für mich diese Parallele jetzt wenn ich in China war und diese neue Form erlebt habe wo sich wirklich das Schlimmste von Kommunismus und das Schlimmste von Kapitalismus so geküsst hat und wirtschaftlich es funktioniert und auf einmal bewundern das alle und so weiter das bewundern auch die Politiker in Osteuropa weil diese brutale Polizeistaat sie auch als harmonische stabilisierte Gesellschaft bezeichnen und wenn ich mit den jungen Menschen dann spreche in der Zeit wo in der Politik Wahrheit und Lüge es ist absolut egal wenn ich wieder die der Sprache die Bedeutung gebe auf einmal sind diese Menschen die paralysiert wurden und sie haben sich wirklich so ohnmächtig gefühlt und so weiter da können wir sich wieder verbinden oder zeigen wir müssen da wirklich wieder Positionen halten in dieser Zeit und an diesen Modellsituationen aber was da heute schon alles erwähnt wurde alle diese Genozide Holocaust Armenien dieses jenes für mich ist wichtig dann viele Probleme in der heutigen Zeit stehen wenn ich zum Beispiel jetzt habe ich einen Text wieder über Konzentrationslage in China wo Uiburen und so weiter und andere Minderheiten sind dass man da alle diese Erfahrungen die uns Geschichte gegeben hat und wir wissen worum es geht und viele Situationen wiederholen sie wiederholen sie da muss man da diese Situationen mit der Wahrheit benennen und da wirklich etwas gleich zu tun dass wir nicht nach 20 50 70 Jahren gibt es wieder eine solche Konferenz wo man über Genozide unserer Zeit diskutiert weil es geht wirklich um konkrete Menschen und noch eines ist sehr wichtig für junge Generation mich hat sehr überrascht dass das schon Autozensur ist das ist wie in Weißrussland Ungarn das ist interessant dass viele Menschen schon das ist für mich noch mehr gefährlicher als Zensur diese Autozensur vielen Dank bleiben wir bei diesem Punkt wenn ich sie richtig verstehe hat die Auseinandersetzung mit Geschichte ob jetzt bei Jüngeren oder Älteren völlig egal eine Bedeutung um die Widerstandsfähigkeit des einzelnen vor populistischen Strömungen oder gegen populistische Strömungen zu stärken die Resilienz wie heute gern gesagt wird zu stärken und gerade die jüngere Generation aufmerksam zu machen für Tendenzen die in eine antidemokratische Richtung gehen oder die in die Richtung gehen dass menschenverachtende Parolen plötzlich wieder salonfähig sind all diese Dinge Herr Maripou welche Rolle spielt das in Ihrem Land in Estland also die Frage schützt Geschichte können wir tatsächlich Geschichtsaufarbeitung betreiben oder uns mit der Nationalgeschichte oder auch der internationalen Geschichte beschäftigen mit dem Ziel dass unsere Gesellschaften dann eher stark werden um ihre Demokratien zu erhalten ist das eine Illusion aus Ihrer Sicht oder in wieweit steckt da Wahrheit drin die auch für Sie wichtig ist Ich hoffe sehr das ist nicht nur die eine Illusion dass wir durch Geschichte etwas lernen können es spielt eigentlich nicht die wichtigste Rolle welche Ideologie dahinten steckt weil wie im Estland wie gesagt war die Erfahrung mit verschiedenen Regimen haben und natürlich wiederholen solche Regimen sich nicht genau obwohl die kommunistische Partei in vielen Ländern bis jetzt da ist und Nationalsozialisten in meiner oder anderen Form wahrscheinlich auch aber was wir versuchen müssen für die jungen Leute durch diese Beispiele zeigen dass hier eine oder andere merken im Alltagsleben merken müssen sie müssen aufmerksam sein wenn eine oder andere Prozesse schon da ist dann muss man in Gesellschaft reagieren und nicht einfach sitzen bleiben weil wir haben immer in verschiedenen Gesellschaften Leute wer uns reagieren wollen und das nicht durch die demokratische Wahlen oder solchen Wegen und wir sehen es auch heute in Europa oder im politische Regime suchen für sich vielleicht solche Unterstützung Unterstützungspunkte aus Geschichte sie ausarbeiten eine andere nächste Ideologie und herrschen den eigenen Nationen und besuchen auch direkte oder indirekte Aktionen auch die Nachbarn Untereigen seine Macht bringen wenn wir denken was passiert am anderen Russland oder am anderen vielleicht auch Belarus dann muss man sagen dass historische Erfahrungen sagen sagen uns dass die Gefahr ist auch heute hier ja vielen Dank es geht ja um die Frage wie können wir dieser Gefahr entgegentreten hilft da Herr Grill hilft da der Blick in die Vergangenheit oder wie Sie es zu Anfang auch angedeutet haben geht es da nicht viel eher darum die wirtschaftliche Situation der Menschen zu verbessern Sie haben so gesagt wenn die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist gut und schön und trägt im besten Falle zu einer Versöhnung zwischen den Menschen bei aber richtig fruchten kann sie wohl erst wenn die wirtschaftliche Situation auch sich spürbar verbessert ist das ultimativ oder zeigt nicht vielmehr der Blick in die gespaltenen Gesellschaften die wir zum Teil eben in Europa auch haben dass diese Dinge getrennt zu betrachten sind Also die Spaltung in einem Land wie Südafrika ist ja viel tiefer das kann man nicht vergleichen mit mittelosteuropäischen Ländern die Unterschiede sind enorm und wenn man jetzt heute zurückblickt sagt was hat die Truce Commission gebracht dann kann man sagen sie hat immerhin die Zahl der historischen Lügen verringert das ist ein Erfolg aber für jemanden der jetzt also hinterbliebene der Opfer die sehen dass Täter die gestanden haben oder einen Teil ihrer Wahrheit verkündet haben und dann amnestiert wurden dass die heute in schönen Golf Clubs und Country Clubs sich aufhalten ein ruhiges schönes Leben im Wohlstand genießen während die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung in Armut lebt und in elenden Townships umgeben von Krankheit und Gewalt und diese Lebenssituation hat sich für die Mehrheit der Bevölkerung auch 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid nicht verändert und deswegen wird auch dann gesagt die Wahrheit oder die Gerechtigkeit wurde auf dem Altar der Wahrheit geopfert und erst dann kann Versöhnung stattfinden wenn eine gewisse Gerechtigkeit erzielt wurde und Gerechtigkeit wird erzielt durch ökonomische Angleichung und da sind eben Millionen von schwarzen Südafrikanern sozusagen unter den Tisch gefallen denn die Wende in Südafrika die in aller Welt bejubelt wurde war ein historischer Kompromiss zwischen der alten weißen Elite und der neuen schwarzen Elite und im Grunde wenn man es ganz radikal sagen würde wurde die politische Apartheid abgeschafft und durch die ökonomische Apartheid ersetzt und solange das so ist helfen auch keine Wahrheitskommissionen drüber hinweg Vielen Dank Blicken wir noch mal nach Portugal Herr Farinha Es fiel jetzt mehrfach der Begriff Gerechtigkeit Ausgleich ja aber eben auch Gerechtigkeit da ist man ja sehr schnell bei der Frage nach der juristischen Aufarbeitung da würde ich gerne noch einmal in Ihr Land blicken ein Land in dem tatsächlich noch Zeitzeugen tatsächlich in der Bevölkerung ja da sind die sich schuldig gemacht haben inwieweit gibt es eine Tendenz da auch juristisch tatsächlich oder den Versuch juristisch Gerechtigkeit zu schaffen und Straftaten zu verfolgen Ich glaube das ist heute nicht möglich Ich glaube wir können heute nicht zur Transitional Justice zurückkehren die nach der Revolution stattgefunden hat also es ist schon so viel Zeit vergangen das ist glaube ich nicht mehr möglich was wir heute brauchen ist eine Anerkennung der Situation also wir sollten nicht nur wissen was passiert ist sondern auch anerkennen was passiert ist und dafür brauchen wir ein paar Werkzeuge dafür brauchen wir Schulen das reicht natürlich nicht aber denn auch das Lehrprogramm der Lehrplan ist nicht vollständig und es beschäftigen sich viel zu wenig Menschen mit diesem Teil der portugiesischen Vergangenheit das Problem ist dass wir ein soziales Gedächtnis haben das in dem wir uns auch selbst belügen es ist nicht ausreichend die Geschichte wird in der Erinnerung nicht logisch erzählt sondern basiert auf der faschistischen Propaganda bis heute Menschen denken immer noch dass die Kolonialzeit in Portugal eine andere Kolonialzeit war als in anderen Ländern die Menschen glauben dass unter Salazar kein faschistisches Regime herrschte sondern vielleicht allenfalls eine Diktatur mit ein paar Ungleichheiten und ein großer Teil der portugiesischen Bevölkerung war eher Täter als Opfer in dieser Zeit auch das wird heute nicht diskutiert die portugiesischen Entdeckungen des 15. und 16. Jahrhunderts haben ein sehr großes Erbe hinterlassen das ist das worüber wir sprechen wir sprechen nicht über Zwangsarbeit oder Sklaverei sondern über das humanistische Erbe unserer Entdeckungen also wir haben ganz schön viele Lügen mit denen wir im sozialen Gedächtnis zu tun haben wir brauchen die Wahrheit wir müssen über die Wahrheit sprechen und meine Erfahrung im Altschlupe Museum ist dass wir mit der jungen Generation sprechen müssen wir haben frühere Gefangene frühere Kämpfer im Kolonialkrieg und auch frühere Opfer eingeladen mit jungen Menschen zu sprechen damit diese die Möglichkeit bekommen den Zeitzeugen zuzuhören und das waren sehr interessante Dialoge zwischen der jungen Generation und den älteren Generationen ich glaube es ist notwendig zum Beispiel das Altschlupe Museum zu besuchen es war mal ein Gefängnis und wenn junge Menschen zu uns kommen dann sagen sie normalerweise nach dem Besuch ich wusste ja gar nichts von dieser ganzen Sache ich hatte keine Ahnung ich wusste auch nicht wie meine Familie dazu stand ich habe nicht darüber nachgedacht in der Schule habe ich davon nie gehört da hat mir niemand was erzählt das heißt wir brauchen verschiedene Instrumente des Dialogs mit der jungen Generation das ist die einzige Art wie wir das tun können anders ist es nicht möglich und wir können natürlich heute die Täter nicht verurteilen aber wir müssen mit den Tätern sprechen und über die Täter sprechen das ist kein Tabu es sollte zumindest kein Tabu mehr sein in der Zukunft ich denke das ist eine Möglichkeit und ich glaube es führt auch kein Weg am Dialog vorbei wir müssen versuchen die Geschichten zu erzählen und sie auch in den Lehrbüchern darzustellen ich glaube was wir über die Geschichte wissen sollte auch im Lehrplan der Schulen verankert werden denn bisher ist das überhaupt nicht der Fall und wir müssen unsere Anstrengungen vervielfältigen und mit der jungen Generation sprechen und nicht nur die Vergangenheit als nostalgisch betrachten wir müssen demokratische Ansätze in der Gegenwart und der Zukunft verankern denn wir sehen auch in Al-Jube dass das immer wieder passieren kann wenn es große Probleme gibt wenn wir über große Probleme nachdenken zum Beispiel über große Kriege über Migrationsbewegungen Pandemien über den Klimawandel dann wenn wir über diese großen Probleme nachdenken dann denken wir in Portugal das kann wieder passieren und dessen müssen wir uns bewusst sein auch vor dem Hintergrund der neuen Situation der neuen Geschichte Wir müssen verstehen dass zum Beispiel eine totalitäre Regierung in der faschistischen Zeit durch Wahlen an die Macht gekommen war dass es ein Referendum gab dass die Menschen diese Politiker gewählt hatten und dass die Medien die Armee und auch die Kirche dieses Regime unterstützt haben ich denke auch dessen sollten wir uns bewusst sein auch darüber sollten wir sprechen der Faschismus historische Faschismus wurde vor dem Hintergrund eine politischen und sozialen Degradierung liberale Regime etabliert und da sehen wir heute sehr viele nicht liberale Regime selbst in Europa Große Teile der Bevölkerung sind durchaus in der Lage totalitäre Regime zu wählen und zu unterstützen vor allem vor dem Hintergrund von Ungleichheit und das sind ja Fragen und Probleme mit denen wir auch heute konfrontiert werden das heißt wir haben noch sehr viel zu tun Ich glaube das ist eine große Aufgabe Vielen Dank das war der Hinweis auf die Fragilität demokratischer Gesellschaften und das berührt natürlich die Frage inwieweit Resilienz auch erzeugt werden kann durch ein Bewusstsein für die Gefahren von autoritären Strukturen und eben die Gefahren die Gefahren ergeben aus der Verherrlichung bestimmter Teile der Vergangenheit der Nationalvergangenheit Wir Wir haben stehen Zeitzeugen Wenn Sie öffentlich sprechen das habe ich mehrmals erlebt manchmal verarbeiten sie eigene Erfahrungen oder eigene Lebensgeschichte und sie in der Öffentlichkeit sagen sie das ein bisschen mit dieser auch dieser Kollektive im Rahmen von diesem Kollektiv Gedächtnis und dann privat sagen sie wie das unkompliziert war genau diese Polarität es gibt wirklich Schicksale wo immer mit dem Abstand wissen wir was Gutes oder Böses war aber wenn das anfängt nicht jeder ist fähig wirklich kritisch zu denken oder im Kontext zu denken und wissen worum es geht das erleben wir heute sowieso auch dann zum Beispiel für mich gibt es viele Fragen wie zum Beispiel auch Holocaust oder so im größeren Kontext zu sehen und mit heutigem Zustand weil Holocaust haben wir alle erlaubt das war im zivilisierten kulturell Europa mit diesen christlichen Nächstenliebe und so etwas war wirklich und mich immer auch interessiert in meinen Texten was in der Luft jetzt ist welche Krankheiten unsere Zeit hat und zum Beispiel ich möchte nur eines erwähnen das war interessant wenn Sie gefragt haben wegen der jungen Generation sie leben wirklich in der schwierigen Zeit weil auch diese Zeit von Social Medien Fake News konspirative Theorien dazu kommt noch in Autoritätssystemen und das ist schon passiert in Polen dass die Schulen neue Lebige haben und die Geschichte ist immer von der Perspektive Nationalismus verarbeitet das heißt jedes Land fühlt sich dann als Opfer und als Helden und das ist auch sehr gefährlich dazu kommen noch die Medien in diesen Autoritätssystemen und dann machen alle Politiker das die populistische Politiker dasselbe sie lernen voneinander dass alle machen diese Perlusconi Syndrom dass zum Beispiel unser Premier dieser Oligarch als erster was er gemacht hat hat er die zwei größten Zeitungen gekauft jetzt möchte auch öffentliches Versehen beeinflussen und so weiter und selbstverständlich da wird was unsere Vergangenheit von anderen Perspektiven verarbeitet also mit Lügen das heißt Gegenwart und das da damit wollte ich jetzt sagen wir sind immer wieder zwei Schritte zurück und mit Mühe wieder voraus und ich lebe wirklich in der Zeit wo in Russland wenn die Freunde mir sagen da gibt es wirklich zum Beispiel Kulturhaus trägt wieder den Namen von Stalin also wieder diese unglaublichen Sachen dass diese Massenmörder da wieder in anderen Perspektive erzählt wird oder wenn im Jahr 2016 das russische Fernsehen ein Dokument wieder gemacht hat über das Jahre 1968 dass es nicht um die Okkupation ging dass die einfach Europa gerettet haben und dass dann nicht möglich war der Weltkrieg alle diese Lügen sind wieder da und in dieser Zeit ist es wirklich schwierig wissen Sie das ist diese Spalte zwischen Universitäten oder Instituten aber das ist diese Masse wenn ich das vereinfache und da ist für mich wirklich die schwierige Frage aber vielleicht ist es immer so man muss einfach weitermachen und es geht auch um persönliche Courage und Kraft und Aktiven zu zeigen und vor allem immer wieder zeigen was das für die Zukunft bedeuten kann das ist interessant das war in Ungarn Polen weil es ist immer Zwischenzeit es fängt an aber es ist in der Luft und alle haben gesagt nein das kann nicht passieren und sowieso zum Beispiel Viktor Orbán oder Kaczynski in Polen die haben immer ihre Lebensgeschichte ein bisschen auch mit Dissidententum verbunden und so weiter und das ist alles sehr sehr gefährlich weil Propaganda ist heute ganz ganz einfach und da immer wieder benutze ich jetzt in meinen Texten Diskussionen das alte Wort und das alte Wort Humanismus weil was das alles bedeutet und warum es wichtig ist warum alle über Demokratie und Menschenrechte reden und Menschenrechte das fängt wirklich in der Küche an das geht es durch die ganze Gesellschaft und für mich ist es noch etwas und das ist Kampf um die Sprache wirklich die Bedeutung Wörter und Wörter wieder zu geben nicht dieses Spiel mit Spielen dass niemand die Verantwortung trägt was er sagt was er macht was er schreibt das ist auch harte inwieweit die nachfolgenden Generationen noch geprägt sind wir haben in Deutschland inzwischen eine relativ solide Forschung zu der Frage inwieweit auch die zweite und dritte Generation nicht nur von Holocaust Überlebenden sondern auch von den Nachfahren derjenigen die in den Bombardements der Städte ihr Zuhause verloren haben oder die Nachfahren derer die als Soldaten Verbrechen begangen haben inwieweit die in ihrer Psyche beeinträchtigt sind mal ganz vorsichtig formuliert obwohl sie selber keine Erlebnis Generation sind können Sie dazu etwas sagen was das eigentlich bedeutet für unseren Umgang mit Geschichte und die Lebendigkeit die wir brauchen um Geschichte eben auch im öffentlichen Diskurs wach zu halten und immer neue Fragen letztendlich zu entwickeln Wir sind ja immer noch im Übergang und das dauert auch eine Weile natürlich sind die Zeitzeugen der Zeit des Nationalsozialismus inzwischen weitgehend weg aber da sind dann eben auch noch die Kinder die ja dann doch sehr viel mitbekommen haben und auch sehr viel auch noch unmittelbar etwas sagen können auch wenn sie selbst nicht die Zeitzeugen und Betroffenen sind für die Zeit des Kommunismus ist wenn wir noch lange Zeitzeugen haben aber ich möchte auch darauf hinweisen dass für die konkrete Gedenkstätten Arbeit die Arbeit mit Zeitzeugen und Jugendlichen natürlich ausgesprochen wichtig ist aber man kann sie auch insofern pluralisieren wir haben ja heute inzwischen eine Fülle von Filmen wo sozusagen Leute sich authentisch geäußert haben und was eben ja und es wurde eben deutlich gesagt von Dänemark die Frage der Kunst Kunst und Filme wie wichtig das ist wie weit Kultur auch unmittelbare emotionale Betroffenheit schaffen kann und da denke ich brauchen wir auch ein großes Augenmerk dass diese mit gefördert werden müssen also wenn wir Institutionen haben sollte dieses ein wesentlicher Punkt sein neben der Wissenschaft natürlich die dann auch eine Grundlage ist aber man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen ich finde auch die Frage authentischer Orte wichtig übrigens auch die Frage der eigenen Familien Geschichte ich muss sagen mich persönlich betrifft es schon wenn ich weiß dass mein Vater Offizier der Wehrmacht war der hat einerseits viereinhalb Jahre nach dem Krieg dann in der Sowjetunion im Lager gesessen und ich habe inzwischen einen Teil dieser Orte auch besuchen können aber aber weiß auch dass er etwa in Minz Soldat war das heißt wir schauen heute nach Belarus und wenn ich weiß dass in Belarus mehr als ein Viertel der Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist dann macht mich das betroffen und sage ich kann nur hoffen dass er nicht beteiligt war mit Verbrechen aber selbst wenn er nicht persönlich an solchen beteiligt war war natürlich Teil einer Armee Teil einer militärischen Struktur die diese Verbrechen möglich gemacht haben man kommt da nicht raus und ich war eine Zeit lang Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber für Sorge und kann sagen ich bin immer wieder konfrontiert worden mit dieser Frage wie gehen wir damit um dass auf der einen Seite deutsche Soldaten natürlich ich nicht jedem deutschen Soldaten im Ausland die gesamte schuld der deutschen auf die schulter liegen kann auf der anderen Seite aber auch unsere Soldaten Friedhöfen und auch diese Verbreche sind und wir haben in der deutschen Politik bis heute keine Sprache dazu gefunden damit angemessen umzugehen ich habe in dieser Funktion eine Debatte versucht zu eröffnen bin letztlich damit gescheitert zu sagen wie gedenken wir ohne zu ehren das heißt es waren unsere Väter und Großväter aber es war kein Feld der Ehre aber wir sind natürlich Betroffene sie gehören in unsere Gesellschaft und Familien Geschichte und es lassen sich immer wieder solche Linien ziehen die solche Betroffenheiten deutlich machen und also meine Erfahrung ist dass junge Menschen sich gut darauf ansprechen lassen wenn es nicht so in einem konfrontativen oder einfach nur schulisch Lernwissen übertragene Erfahrung ist sondern da brauchen müssen wir uns mehr einfallen lassen aber vieles geschieht hier auch wirklich schon gut die Erfahrung die wir übrigens auch in der Stiftung haben ist dass wir an solchen Themen nicht darunter leiden dass auch jüngere Menschen ansprechbar sind wir müssen nur unsere Bildungspolitik verbessern und ein letztes Wort ich fand es sehr überzeugend und zentral was Herr Grill gesagt hat in Bezug auf die soziale Frage wir müssen uns ja deutlich machen etwa dass nach dem Ersten Weltkrieg alle neu entstandenen Staaten sind als parlamentarische Demokratien entstanden 15 Jahre später war davon außer der Tschechoslowakei Finnland keiner mehr übrig Deutschland wurde eine furchtbare Diktatur aber auch andere wurden totalitäre Staaten und das hing nicht zuletzt auch mit der sozialen Frage zusammen nach der Weltwirtschaftskrise das heißt das Verhältnis dem Wohlergehen der Menschen auch ganz materiell im Sinne dass es Zeit hat sich mit partizipatorischen Fragen zu beschäftigen ist wie ich glaube doch wirklich eine zentrale Aufgabe vielen Dank das ist klingt schon fast wie ein Schlusswort ich würde gerne auch mit Blick auf die Uhr an dieser Stelle einen kleinen Schritt machen Entschuldigung einen Schnitt machen unsere Aufgabe ist uns zu überlegen was aus der eigenen Erfahrung im Umgang mit Geschichte aus den guten wie den schlechten möglicherweise auch für andere Länder brauchbar ist und übertragbar ist ich würde Sie gerne in einer Abschlussrunde alle fragen wo Sie bei dem was wir jetzt gehört haben die sind vielen Facetten wir hätten an manchen Stellen das sicher vertiefen können aber der Vergleich bei so vielen interessanten Gegebenheiten bei so unterschiedlichen Situationen wie den fünf Ländern über die wir jetzt gesprochen haben ist ein bisschen eine unlösbare Aufgabe ich würde Sie bitten sich zu überlegen was Sie gehört haben in den letzten zwei Stunden wo Sie sagen da war dieses oder jenes Land besser als wir oder da habe ich von einer Erfahrung jetzt Kenntnis bekommen die könnte ich auch bei uns mir gut vorstellen die könnte ich auch für unsere nationalen Gegebenheiten mir ganz ganz praktisch ganz gut ganz zielführend denken Frau Danemakova gibt es etwas wo Sie sagen wow das hätte ich in Portugal gar nicht gedacht oder das wusste ich gar nicht dass in Estland die Dinge so oder so sind gibt es etwas was Sie was Sie aus dem Gehörten fasziniert so fasziniert dass Sie es weg mit sich tragen das war alles war wichtig und selbstverständlich das ist auch so dass wir alle die wir da sind bei dieser Diskussion meine ich wissen worum es geht und kämpfen wirklich gemeinsam eigentlich in dieser Welt und ich muss sagen aus größerer Perspektive ist es interessant welche Skelette jedes Land im Umschrank hat das ist manchmal unterschiedlich aber das Prinzip ist eigentlich dass dasselbe und wie lange es dauert genau diese nur diese Vergangenheit zu benennen und wie es schwierig ist weil wie alle Menschen sind die Emotionen da große Rolle spielen also verständlich was da wie soll das sagen deshalb meine ich auch in den letzten Jahren auch Nationalismus zum Beispiel sehr stark ist oder Chauvinismus und so weiter und die viele Staaten auch in Europa haben mich gefreut dass wir die Grenzen nicht mehr da sind mentale Grenzen sowieso das wird noch Generationen dauern aber das ist wieder zurück diese nationalistischen Schubladen und ich habe nur darüber nachgedacht jetzt habe ich mir Anmerkungen gemacht wie es dann schwierig wird oder ist diese diese gemeinsame Politik der Menschheit oder wie ich das sage so das wurde schon erwähnt diese Klimakatastrophe und verschiedene das Pandemie hat auch vieles so gezeigt wo diese Probleme sind was die Sprache betrifft muss ich sagen habe ich mir von Herrn Grill diese Wahrheitskommission genommen diese Idee und so weiter und ich glaube dass ich meine ich zum Beispiel immer wieder sehe die Menschen die Opfer waren das waren Lebenssituationen das erleben wir das auch manchmal in unserem Leben es gibt Situationen wo Gerechtigkeit nie kommt und das ist für mich auch Frage für diese Menschen das hat mir jetzt was ist jetzt die Richtung was können wir als Menschen in diesen Situationen machen dass wir unser Leben nicht verlieren dass wir das ganze Leben als Opfer nicht nur warten eines Tages kommt jemand oder Täter entschuldigen sich oder kommt die Gerechtigkeit Aber aber das 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 ist jetzt große Frage aber darin habe ich jetzt nachgedacht und vielen Dank ja Dankeschön Herr Maripo was 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 noch vielleicht bedeuten möchte so ein Unterschied wie Aufarbeitung mit eigener Geschichte verschieben sind in Fällen wo die autoritären Regime so unsere eigenen gewesen sind oder wenn wir in Estland sagen können dass dieser Regime was zu uns herrschte so eine Fremde ob das eine deutsche oder ob das ein russisches Regime sozusagen war das gibt für uns einen sehr viel leichteren Weg und größere Möglichkeit dass alles was getan war beurteilen natürlich auch die Esten kollaborierten mit beiden Regimen das ist ganz klar aber so eine allgemeine Beurteilung ob das richtig war was falsch war welche Tabudämen wir haben für uns ist das sehr viel einfacher zum Beispiel für die portugiesischen Kollegen und in diesem Sinn kann ich nur glücklich sein muss man ein Verständnis haben wenn die Kollegen in anderen Ländern in manchen Ländern nicht mitsprechen können Ja vielen Dank manchmal zeigt ja der Spiegel der Blick auf die anderen Länder auch wie gut es einem selber geht Herr Farinha wie geht es Ihnen machen Sie es kurz wir haben ja so viele Punkte aufgegriffen dass es jetzt kein riesiges Resümee braucht ich ich bin eher kritisch gestimmt glaube ich natürlich können wir gut miteinander kommunizieren als Historiker kann kann ich kann ich natürlich sagen dass es immer interessant ist Prozesse zu erklären und verschiedene Antworten darauf zu geben man muss die verschiedenen historischen Prozesse verstehen um Antworten auf ähnliche Probleme sozusagen dann auch zu verstehen und ich würde sagen dass alle Antworten irgendwie mir wichtig erscheinen und was ich jetzt mitnehme oder was ich gelernt habe aus den letzten zwei Stunden ist dass wir nur gut in die Zukunft kommen können wenn wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit das ist die einzige Möglichkeit irgendwas über unser Leben zu verstehen ist dass wir die Vergangenheit verstehen vielen herzlichen Dank das ist sicherlich ein Schlusswort das uns im Ohr bleiben wird und es wird aber ergänzt durch das Herr Grill Sie haben so eine weite Distanz jetzt zu den Verhältnissen in Europa über die wir schwerpunktmäßig geredet haben was ist für Sie vielleicht das Überraschende oder vielleicht auch im Vergleich das Ermutigende von dem was Sie gehört haben wenn Sie einen kurzen Gedanken formulieren können Ja also ich fand es einen ganz spannenden Panel und möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken und ich glaube was uns eint ist die Erkenntnis dass wir das historische Bewusstsein schärfen müssen gerade in einer Zeit des neuen Irrationalismus der Verschwörungstheorien und der Gegenaufklärung also dass wir lernen wie kommt man von Punkt A nach B und da ist für mich das große Beispiel die postkoloniale Debatte denn da geht es am Ende um globale Herrschafts- und Machtverhältnisse es geht um globale Ungleichheit es geht um die großen Challenges der Gegenwart als da sind Migration Terrorismus Klimawandel Welternährungslage also die wirklich entscheidenden Themen die wir aus dem historischen Diskurs ableiten und begründen können Vielen Dank das war der globalisierte Blick Markus Meckel Sie einen kurzen Blick auf das wo Sie heute dachten oh ja da haben wir eigentlich lange nicht mehr drüber geredet das wäre vielleicht auch ein nächstes Thema für eine Veranstaltung der Bundesstiftung Aufarbeitung für die Sie gewissermaßen als Gastgeber jetzt vertreten sind Also in Bezug auf die konkrete Situation des Landes fand ich das portugiesische Beispiel für mich wichtig weil es für mich am fernsten ist weil es dann doch sozusagen manches hat wo ich Neues erfahren habe über die inneren gesellschaftlichen Perspektiven aber man sieht dann doch sehr deutlich wiederum auch wie das deutliche Verbindungen hat zu den Schwierigkeiten in anderen Ländern weshalb ich wirklich glaube dass die ganze Konferenz aber auch für uns selber jeweils der Blick über die eigene Grenze ungeheuer wichtig ist das heißt eine Aufarbeitung eine Auseinandersetzung eine dialogische Erinnerungskultur sein muss die die Wahrheit zu haben auch die Erfahrungen der anderen das scheint mir einer der ganz wesentlichen Punkte zu sein und deshalb fand ich auch unsere Diskussion sehr spannend Und ein letztes, Frau Denomarkova sprach vorhin vom Humanismus, der die Grundlage des Ganzen ist. Und ich würde eben auch sagen, dass die Perspektive, aus der heraus und mit dessen Ziel man Aufarbeitung überhaupt macht, sehr wichtig ist. Etwa Antikommunismus oder Antibolschewismus, wenn man das mal so jetzt nimmt, kann unterschiedliche Quellen haben. Das muss nicht aus einer demokratischen Perspektive kommen. Auch Nazis, auch Hitler war Antibolschewist und konnte dadurch Teile der deutschen Gesellschaft für diesen Krieg gewinnen, unter anderem die Kirchen und viele andere. Weshalb viele Eliten im Westen dann nach 1945 auch einfach mit dieser Konsumität des Antibolschewismus im Kalten Krieg sich gut in der Bundesrepublik verorten konnten, ohne unbedingt Demokraten zu sein. Das brauchte ja auch eine Weile. Das heißt, worauf es, glaube ich, ankommt, ist diese Werteperspektive, aus der heraus wir dann in unseren jeweiligen Ländern uns dem widmen. Und diese humanistische, oder wenn wir mit dem deutschen Grundgesetz reden, wenn es um die Würde des Menschen geht. Ich glaube, dass dies das Zentrum ist, die Würde des Menschen, die jedem Menschen zukommt, zu achten. Und damit um Menschenrechte, die eben auch jedem Menschen zukommen und die universal sind und die man nicht einfach nur als westlich abtun kann. Das scheint mir das wirkliche Zentrum zu sein. Und aus dieser Würde heraus hat jeder in jeder Situation letztlich eine Wahlmöglichkeit, die uns in die Verantwortung führt. Und wenn man das miteinander in solchen Prozessen lernt, wäre sehr, sehr viel getan. Vielen herzlichen Dank. Das ist nun das Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Wir haben über Dealing with the Past, wir haben über den unterschiedlichen Umgang mit der Vergangenheit gesprochen. Und in fast allen Ihren Beiträgen kam immer wieder etwas, was, glaube ich, in den Worten von Frau Denemarkowa heißt, die Geister der Vergangenheit. Vielleicht ist bei diesen Geistern der Vergangenheit neben den vielen bösen Geistern auch ein guter Geist ab und zu mal zu sehen und zu hören. Der ist sicherlich auch Teil der Nationalgeschichte, Teil der Globalgeschichte und will vielleicht auch nicht übersehen werden. In der Kolonialgeschichte sehe ich ihn nicht so wirklich, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, insbesondere bei Ihnen, Herr Farinha. Sie haben gesagt, es ging Ihnen gesundheitlich nicht ganz gut, dass Sie sich trotzdem dieser Diskussion gestellt haben und dass Sie sich ausgesetzt haben dem Kopfhörer, der Übersetzung. Diesen Schwierigkeiten ist ganz toll. Ihnen also ein ganz besonderes Dankeschön Ihnen auch, liebe Frau Denemarkowa. Danke. Lieber Herr Maripo, auch nach Tallinn herzlichen Dank und auch nach Südafrika. Lieber Herr Grill, vielen Dank, dass Sie sich mit diesen Dingen, die teilweise ja gar nichts mit der afrikanischen Geschichte zu tun haben, auch wenn wir den Blick über die Kolonialgeschichte jetzt weiten wollen, dass Sie sich dieser Diskussion gestellt haben. Und vielen Dank, lieber Markus Meckel, auch natürlich der Bundesstiftung Aufarbeitung für diese Veranstaltung. Sie wurde auch möglich durch die Unterstützung durch den Beauftragten der Bundesregierung für die nun nicht mehr ganz neuen Bundesländer. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den wirklich perfekten technischen Support der Firma Audiosprint. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Übersetzerinnen, die Herrn Farinha das Leben leicht gemacht haben, hätte ich was gesagt, bei Susanne Konczak und Kira G. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit in dieser Stiftung oder anderswo wiedersehen, denn es ist ja keinesfalls so, dass der Vorhang fällt und alle Fragen beantwortet werden. Vielen Dank und Ihnen allen wünsche ich einen schönen Nachmittag. Danke auch Ihnen, den Teilnehmern. Auf Wiederschauen. Ciao. Thank you. Bye bye. Bye bye.